zweites buch sechstes und siebtes kapitel in einer vorgerückten morgenstunde des folgenden tages saß der provveditore grimani in einem kleinen behaglichen gemache seines palastes das einzige hohe fenster war von reichen bis auf den fußboden herabfließenden falten grüner seide halb verhüllt durchstreifte ein voller lichtstrahl die silberglänzende frühstückstafel und verweilte von den verlockend zarten farben angezogen auf einer lebensgroßen venus aus titians schule von der sonne berührt schien die göttin die auf mattem hintergrunde wie frei über der breiten türe ruhte wonnevoll zu atmen und sich vorzubeugen das stille gemach mit blendender schönheit erfüllend dem provveditore gegenüber saß sein ehrenwerter gast herr heinrich waser diesmal mit sorgenbelasteter stirne er war nicht gestimmt auf die feine über das gewöhnliche mit geist und anmut hinspielende unterhaltung seines gastfreundes einzugehen und hatte sogar versand seinen hochlienigen stuhl so zu setzen dass er dem verlockenden götterbildeten rücken zuwandte was er sonst nie zu tun vergaß denn die schmiegsame gestalt mit dem siegeszeichen des barisapfels in der hand pflegte ihn allmorgentlich zu ärgern und zu betrüben sie erinnerte ihn gewissermaßen an seine jung verstorbene selige frau aber wie ganz verschieden war hinwiederum dieses reizende blendwerk von der unvergessenen deren seelenspiegel nie ein anhauch von üppigkeit getrübt und die einen ausgesprochenen abschau empfunden gegen alles was sich im mindesten von sittsamer bescheidenheit entfernte heute aber nahm er an der göttin keinen anstoß er war weit davon entfernt sie nur zu beachten sein ganzes denken war darauf gerichtet das gespräch auf seinen freund jenatsch zu bringen ohne durch die sichere unterhaltungskunst des provveditore von der fährte abgebracht und spielend im kreise herumgeführt zu werden er hatte heute schon in der frühe wie er daheim in zürich zu tun pflegte einen kurzen morgengang gemacht was hier in dem gästchen und wasserlabyrinthe der lagunenstadt seinen vorzüglichen ortsinn in spannender übung erhielt er hatte zuerst den durch seine weltlustige pracht ihn täglich überraschenden markusplatz aufgesucht und sich hierauf sinnreich durch die enge lärmende merceria nach dem rialto durchgefunden dort hatte er von der höhe des brückenbogen mit aufmerksamem auge den unendlichen handel und wandel der mehr beherrschenden stadt gemustert dann war ihm plötzlich eingefallen hinunter zu steigen auf den nahen fischmarkt und die eben anlangenden seltsam geformten see ungetüme zu besichtigen hier fiel sein blick auf den von herzog rohan bewohnten palast und in seinem herzen erwachte der wunsch den gestern zweimal nur flüchtig begrüßten jugendgenossen zu besuchen und sich nach dessen fahrten und schicksalen freundschaftlich zu erkundigen sicher im palaste des herzogs ermitteln zu können wo jenatsch hause und nicht ohne hoffnung ihn dort vielleicht persönlich zu treffen winkte er einem gondolier der ihn mit wenigen ruderschlägen an die aufgangstreppe des palastes brachte da er von der dienerschaft erfuhr jenatsch sei nicht hier und der herzog beschäftigt ließ er sich bei der frau herzogin anmelden die hohe dame hatte ihm dann die gestrigen ereignisse bewegt und wirkungsvoll aber höchst unklar geschildert und dabei andeutungen gemacht über das seinen freund zermalmende verhängnis die den nüchternen mann befremdeten und höchlich beunruhigten der verhaftungsszene nächtliches dunkel hatte sie mit der fackel ihrer einbildungskraft keineswegs aufgehellt dennoch wurde es dem klugen zürcher sofort klar daß jenatsch in keiner andern gewalt als in der grimanis sich befinden könne er war dessen vollkommen gewiß denn er erinnerte sich jetzt der nachlässigen ruhe mit welcher dieser meister der verstellungskunst gestern an der tafel des herzogs über die unbefugte rückkehr des bündners weggeglitten war die er unter andern umständen sicherlich als einen schweren disziplinarfehler gerügt hätte wasser war sogleich nach hause geeilt und jetzt saß er dem undurchdringlichen grimani gegenüber aus dem er des bündners schuld und schicksal herausbringen mußte der provveditore war in glänzender laune er erging sich in heiteren reiseerinnerungen erzählte von london und dem hofe jakobs des ersten wohin ihn vor einigen jahren eine diplomatische sendung geführt hatte und entwarf von dem wunderlich pedantischen aber wie er hinzuzufügen sich beeilte keineswegs auf den kopf gefallenen könig ein ergötzliches bild auch gedachte er in liebenswürdigster weise seiner einkehr im waserschen hause zu zürich dessen patriarchalische einfachheit und fromme zucht ihn nach den lärmenden und sittenlosen london wahrhaft erquickt hätte dies brachte ihn auf den besonderen charakter der schweizerischen eidgenossenschaft und ihre stellung in der europäischen politik er beglückwünschte den zürcher daß dem kleinen lande aus dem erwarteten friedensschlusse ohne zweifel eine durch feste verträge verbürgte staatliche unabhängigkeit erwachsen werde auf die von niccoloma chiavelli euch vorausgesagte weltstellung werdet ihr freilich verzichten müssen sagte er lächelnd aber ihr habt dafür euer eigenes herdfeuer und eine kleine musterwirtschaft in der auch große herren manches werden lernen können da hierauf waser mit leisem kopfschütteln bemerkte dieses an sich wünschenswerte resultat dürfte neben schönen lichtseiten auch manche schattenseiten zeigen und er persönlich sehe sich nur mit schmerz von dem protestantischen deutschland abgedrängt nickte ihm der venezianische staatsmann einverstanden zu und sagte staatliche unabhängigkeit sei eine schöne sache und es lasse sich dabei auch bei kleinem gebiete ein gewisser einfluß nach außen üben vorausgesetzt daß politische begabung vorhanden sei und auf ihre ausbildung aller fleiß verwendet werde aber um weltbewegend einzuwirken sei nationale größe notwendig wie sie gegenwärtig nur das durch seinen genialen kardinal zusammengefasste frankreich besitze das wesen dieser größe und in welchem letzten grunde sie wurzle habe er oft mit forschenden gedanken erwogen und sei zu einem eigentümlichen schlusse gekommen es erscheine ihm nämlich als beruhe diese materielle macht auf einer rein geistigen ohne welche die erste über kurz oder lang zerfalle wie ein körper ohne seele dieser verborgene schöpferische genius nun äußere sich nach seinem ermessen auf die feinste und schärfste weise in muttersprache und kultur hier ist allerdings die schweiz mit ihren drei stemmen und sprachen im nachteile fuhr der provveditore fort der offenbar mit vorliebe an italien gedacht hatte aber mir ist um euch nicht bange ihr haltet durch andere zähe bande zusammen für unsere gesegnete halbinsel aber gereicht mir diese meine wahrnehmung zum troste heute unter verschiedene zum teil fremde herren geteilt besitzt sie immer noch das gemeinsame gut und erbe einer herrlichen sprache und einer unzerstörbaren in das leuchtende griechisch römische altertum hinaufreichenden kultur glaubt mir diese unsterbliche seele wird ihren leib zu finden wissen was er dem diese mystischen gedankengänge sehr ferne lagen und aus dem munde seines sonst so kalten diplomatischen gastfreundes befremdlich klangen bemächtigte sich jetzt der rede um in ein glänzendes lob der republik von san marco auszubrechen die einzig in italien mit der staatsweisheit und dem rechtssinn der alten roma eine parallele bilde was die fabeleien von willkürlicher justiz und geheimen nächtlichen hinrichtungen betrifft so bin ich nicht der mann mein verehrter gastfreund an solche märlein zu glauben schloss der zürcher erfreut mit einer wie er überzeugt war ungezwungenen wendung an das heiß erwünschte ziel zu gelangen und darum kann ich ganz ohne rückhalt ein mir unerklärliches ereignis mit euch besprechen das sich gestern im kanal grande begab und wobei mein jugendfreund der hauptmann in venezianischen diensten georgienatsch ohne spur verschwunden sein soll die durchlauchtige frau herzogin rohan welche die gnade hatte mich mit dem vorfalle bekannt zu machen schien mir soweit ich ihre andeutungen zu fassen vermochte nicht ferne zu sein von der absicht der hauptmann wäre seiner unbefugten abreise aus dalmatien wegen den venezianischen bleidächern verfallen eine vermutung die ich bei dem eine höchste kulturstufe erreichenden venezianischen gesetze und der milde seines vollstreckers hier machte er eine verbindliche handbewegung gegen den providitore auch nach dessen gestrigen äußerungen an der tafel des herzogs unmöglich teilen kann von hauptmann jenatsch habe ich sichere kunde sagte grimani mit einem unmerklichen lächeln über die gewandtheit seines gastes er sitzt unter den bleidächern aber lieber freund nicht wegen eines disziplinarfehlers sondern belastet mit einer mordtat gerichter gott und ihr habt beweise dafür rief waser dem es schwül wurde sprang auf und schritt in dem kleinen gemache bestürzten gemütes auf und nieder ihr werdet wenn er es wünscht die akten lesen versetzte grimani ruhig und ließ seinen schreiber rufen dem er befahl ein portefeuille das er ihm bezeichnete sogleich zur stelle zu bringen nach wenigen minuten hielt waser zwei aktenstücke über den zweikampf zwischen jenatsch und ruinell hinter sankt justina zu padua in den händen mit denen er sich eifrig lesend in die etwas erhöhte fensternische zurückzog das eine dieser schriftstücke war das mit dem magister pamphilio deutsche aufgenommene verhör worin derselbe den unfall des ihm zu erziehung und schutz befohlenen unschuldigen knäbleins mit beweglichen worten schilderte als dann zu der großen szene bei petrocki überging wo der barbarische oberst sein in rühmlichen studien ergrautes haupt mit schimpf bedeckt der großherzige hauptmann aber von seiner des magisters ehrwürdiger erscheinung und bescheidener forderung gerührt mit schöner menschlichkeit und antikem edelmut für ihn eingetreten sei dem mörderischen duell hatte der magister nicht beigewohnt dagegen vom gerichte sich die gunst der beten dem protokoll eine wichtige papierrolle beilegen zu dürfen diese fiel wasser in die hand aber er warf jetzt nur einen flüchtigen blick auf deren erste seite er ergreife sagte der magister in der auf diesem blatte stehenden widmung einem meisterstücke kalligrafischer kunst die durch das schicksal unverhofft ihm gewährte gelegenheit dem erlauchten provveditore als dem hohen gönner aller wissenschaft die gesammelte frucht eines arbeitsamen langen lebens in demut ersterbend anzubieten eine abhandlung über die patavinität seines unsterblichen mitbürgers titus livius das heißt über die indessen unvergleichliches latein eingeflossenen charaktervollen paduanischen provinzialismen das zweite schriftstück das wasser entfaltete war die relation des stadthauptmanns die sich ausschließlich mit der schlußszene des handelns beschäftigte ein erschreckter bürger habe ihn danach richtigt hinter sankt justina stehe ein gefährlicher zweikampf bevor zwischen zwei offizieren der venezianischen armee er sei hingeeilt von seinen tapferen leuten zusammentraffend was er auf dem wege gefunden und habe schon von ferne die gruppe der kampfbereiten und der um sie versammelten neugierigen erblickt auch deutlich erkennen können wie nur der eine der herren grisonen mit grausamer wut und rasenden gebärden auf dem kampfe bestand der andere aber kaltblütig mit ernst und würde ihn zu beschwichtigen suchte von den vernünftigen vorstellungen höflichen bitten der anwesenden paduanischen bürger hierhin unterstützt und sich dann mäßig und nur gezwungen verteidigte er habe sich mit seinem gefolge voran auf das eiligste genähert um wie sein ehrenvolles amt erheischte seinen leib als schranke zwischen die frevler am gesetze zu werfen und den gegenspitzen im namen der republik halt zu gebieten als er dies mit eigener lebensgefahr getan sei zwar der eine gehorsam zurückgewichen der andere aber durchbohrt mit einem fluche zusammengestürzt nach seinem dafürhalten habe sich der sinnlose mit blinder wut in die nur zur verteidigung ihm entgegengehaltene waffe des andern geworfen einen augenblick eh er die beiden degen mit dem seinigen niedergeschmettert so glaube er seine pflicht mit aufopferung erfüllt zu haben und auf die anerkennung der erlauchten republik sowie auf ein angemessenes ehrengeschenk ohne unbescheidenheit rechnen zu dürfen mit diesen papieren herr providitore läßt sich eine anklage auf mord nie begründen sagte waser vor seinen gastfreund hintretend und die akten nicht ohne sichtbare zeichen der entrüstung auf den tisch legend wobei der traktat über die patavinität des livius auf dem marmorboden fiel sie sprechen durchaus zu gunsten des hauptmanns und bezeichnen den fall als strikte notwehr wollt ihr noch von den aussagen der andern zeugen einsicht nehmen sagte grimani kalt sie stimmen übrigens durchaus überein mit denjenigen des bettelhaften pedanten und des prahlerischen eisenfressers die zeugnisse dieses gesindels er stieß mit der fußspitze an die gelehrte arbeit des magisters bamfilio die langsam über die mosaiksterne des glatten bodens rollte führe nur den gutmütigen irre der nicht versteht zwischen den zeilen zu lesen verzaubert und belügt doch dieser ungesegnete jenatsch mit seiner heuchlerischen herzenswärme und seiner ruchlosen kunst auch das absichtlichste als eingebung des augenblicks oder als harmlosen zufall darzustellen ohne ausnahme alle von oben bis unten von dem edlen herzog rohan bis zu diesen larven hinab angenommen daß diese zeugnisse den sachverhalt in völliger wahrheit darstellen so führt sie doch erst die kenntnis der verhältnisse des hauptmanns und seines ränkevollen charakters auf ihren richtigen wert zurück und mittels dieser kenntnis bin ich imstande mein werter freund euch vielleicht zum schrecken eures harmlosen gemüts die geschichte der tötung des obersten ruinelles in ihr wahres licht zu stellen ich will mich kurz fassen jenatsch hatte sich zum ziele gesetzt um jeden preis eines der vier bündnerischen regimenter zu erlangen die herzog rohan zum bevorstehenden feldliner feldzuge mit französischem solde bildet alle vier aber waren schon vergeben eines davon an ruinelles folglich musste einer der obersten am bequemsten ruinelles den der degen des ehrsüchtigen erreichen konnte weggeräumt werden als nun der schulmeister den heißblütigen oberst mit seinem unverschämten bettel belästigte ergriff der geistesgegenwärtige jenatsch blitz schnell die gelegenheit ihn zu reizen indem er für den pedanten partei nahm wie die flamme einmal aufstieg war es dem kühlgebliebenen ein leichtes sie mit einem boshaften hauche zu schüren er wußte mit seiner absichtsvollen sanftmut den zornigen bis zur raserei zu reizen und als geschickter fechter den degen so zu führen daß keiner den sichern leisen todesstoß gewahr wurde so trug die sache sich zu mein braver herr wenn die republik nicht einen menschenunkundigen neuling zu ihrem provveditore hat hat bei seiner dalmatinischen sendung zehnmal mehr list aufgewendet als es nicht brauchte diesen armen trunkenbold aus dem wege zu räumen wasser hatte diese auseinandersetzung mit grauen angehört ihn fröstelte beim gedanken an die gefahr die jedem angeklagten aus dieser scharfsinnig argwöhnischen auslegung an sich unverfänglicher tatsachen erwachsen musste sogar ihn den wohlwollenden dem hauptmanne befreundeten mann durchfuhr einen augenblick der gedanke des fenatianers grausame logik könnte recht haben aber sein gerader menschenverstand und sein rechtliches gemüt überwanden rasch diesen beängstigenden schwindel so hätte es sein können aber nein es war nicht so er erinnerte sich indessen daß der argwohn in venedig ein staatsprinzip sei und verzichtete darauf in diesem augenblicke grimanis voreingenommenheit zu bekämpfen die tatsachen entscheiden sagte er mit überzeugter festigkeit nicht deren willkürliche interpretation und hauptmann jenatsches nicht ohne schutz in venedig denn in ermangelung eines bündnerischen gesandten bei der republik von san marco glaube ich geringer im sinne meiner obern zu handeln wenn ich die interessen des mit zürich verbündeten landes in venedig nach kräften wahrnehme da verwendet sich noch ein anderer schutzpatron für die unschuld die ich in der person des hauptmanns jenatsch verfolge sagte der fenetianer mit schmerzlichem spotte denn eben wurde ein in roteseidige kleider der französischer edelknabe angelassen um in des herrn providitore eigene hand ein schreiben seines gebieters des herzogs heinrich rohan zu legen der erlauchte herzog will mir die ehre eines besuches erweisen sagte grimani die zeilen durchlaufend das darf ich nicht zugeben meldet daß ich mich ihm in einer stunde vorstellen werde eure begleitung signor waser würde mich erfreuen damit erhob sich der feine bleiche mann mit den melancholischen augen und zog sich in sein ankleidezimmer zurück waser blieb zögernd stehen dann trat er zum tische und durchlas sorgfältig die übrigen zeugenaussagen zuletzt fiel sein blick auf die unter einen stuhl gerollte abhandlung des magisters pamphilio dolce aus padua ihn jammerte ihr schmachvolles schicksal da klebt viel schweiß daran sagte er und hob die rolle auf ein plätzchen in unserer neu gegründeten stadtbibliothek wird sich schon für dich finden werk eines dunklen daseins ende des sechsten kapitels siebentes kapitel der provveditore und herr waser wurden vom herzog in seinem bibliothekszimmer empfangen wo dieser der wenig schlaf bedurfte und die einsamkeit der morgenfrühe liebte schon manche stunde des vormittags in ungestörter arbeit mit seinem schreiber dem venizianer priolo verbracht hatte der herzog begann mit einigen worten des dankes für grimanis zu vorkommen ihr errietet sicherlich aus meinen zeilen sagte er das persönliche anlegen welches mich schon heute wieder eine unterredung mit euch dringend wünschen ließ ich war gestern von meinem balkon aus zeuge einer nächtlichen szene unter der ich mir nichts anderes als die verhaftung eines übeltäters denken konnte verschiedene umstände lassen mich mit sicherheit schließen dass dieser gefangene der republik der bündner george natsch sei ich hatte nun wie ich euch mein edler herr schon gestern andeutete auf die dienste desselben mannes für meinen bevorstehenden feldzug in bünden gezählt und mir davon bei seinem militärischen talent und seiner mir höchst wertvollen kenntnis seines vaterlandes großen vorteil versprochen ihr seht ein wie sehr mir daran liegen mußt zu erfahren welcher übertretung des gesetzes er sich schuldig gemacht und wenn sein verbrechen kein schweres und schmachvolles ist ein fürwort für ihn einlegen niemand ist williger euch zu dienen als ich erlauchter herr antwortete grimani und in wahrheit glaubte ich gerade euch einen nicht geringen dienst zu leisten wenn ich diesen mir schon längst verdächtigen menschen in dem die keime vieler gefahren liegen jetzt da er sich durch eine blutige tat in meine hand gegeben hat auf die seite räumte er ist wie ihr aus der aktenmäßigen darstellung erfahren werdet dem wortlaute unseres gesetzes nach der todesstrafe verfallen ob ich ihn mildernde umstände annehmend begnadigen will das steht vollkommen in meiner willkür ist dies euer verlangen an mich so werdet ihr keine weigerung erfahren aber höret vorher gütig an was ich von dieser persönlichkeit denke den vorfall selbst bitte ich meinen würdigen freund waser euch zu berichten er hat soeben von den akten kenntnis genommen und es ist mir angenehm den vortrag ihm zu überlassen da er mich insgeheim vergiftenden argwohns und schnöder menschenverachtung bezichtigt der zürcher entledigte sich dieses auftrages mit freundeseifer und sachkundiger gewandtheit zum schlusse fasste er seine meinung dahin zusammen dass hier ein fall reiner notwehr vorliege und nun erlaubt mir meinerseits euch auszusprechen sagte grimani und seine stimme trübte sich vor innerer bewegung dass ich die tat für eine vorbedachte absichtsvolle und diesen charakter kennzeichnende halte georgenatsch ist unermesslich ehrsüchtig und ich glaube er sei der mann jede schranke welche diese ehrsucht eindämmt rücksichtslos niederzureißen jede den militärischen gehorsam das gegebene wort die heiligste dankespflicht ich halte ihn für einen menschen ohne treu und glauben und von grenzenloser kühnheit mit wenigen aber noch schärferen zügen als er es waser gegenüber getan bezeichnete er so dann dem herzoge die selbstsüchtigen ziele welche nach seiner beurteilung jenatsch durch die ermordung seines landsmanns habe erreichen wollen der herzog war fein es sei ihm kaum glaublich dass eine so ursprüngliche und warme natur wie dieser sohn der berge eines so kaltkonsequenten und verwickelten verfahrens fähig sei dieser mensch erscheint mir unbändig und ehrlich wie eine naturkraft fügte er hinzu dieser mensch berechnet jeden seiner zornes ausbrüche und benützt jede seiner blutwallungen erwiderte der venezianer gereizter als es von seiner selbstbeherrschung zu erwarten war er ist eine gefahr für euch und wenn ich ihn verschwinden lasse so habe ich euch noch nie einen besseren dienst erwiesen der herzog verharrte einige augenblicke in schweigendem nachdenken dann sprach er mit großem ernste und dennoch ersuche ich euch um die begnadigung des georginatsch grimani verbeugte sich trat an den arbeitstisch des geheimsekretärs priolo der in seiner fensternische ruhig weitergeschrieben hatte warf ein paar worte auf ein papier und bat den jungen mann den befehl in das staatsgefängnis zu bringen herzog rohan fügte bei sein adjutant wertmüller möge den schreiber begleiten jetzt heftete grimani seine ruhigen dunklen augen auf den herzog und fragte plötzlich ob er ihm nicht die gunst gewähren könne die unterredung noch eine kurze zeit ohne zeugen fortzusetzen rohan wandte sich zu herrn waser und sagte lächelnd gerade wollte ich euch bitten die herzogin über das los des hauptmanns jenatsch an welchem sie mitleidigen anteil nimmt an meiner stadt vorläufig zu beruhigen geschmeichelt durch dieses wohlwollen und erfreut der überbringer einer guten botschaft zu sein beurlaubte sich der zürcher und folgte einem pagen der in der ungeduldig harrenden hohen frau zuführte betrachtet edler herzog es als ein zeichen meiner besonderen ergebenheit begann der venezianer wenn ich ganz gegen meine gewohnheit mich nicht scheue aufdringlich zu sein und den vorwurf unzarten eingreifens in fremde verhältnisse mir zuziehe abgesehen von unseren gemeinsamen politischen interessen bin ich überzeugt dass ihr meine hohe verehrung für euren charakter genugsam kennt um sie als einzige triebfeder und als entschuldigung dieses außerordentlichen schrittes gelten zu lassen für euch wollte ich diesen mann unschädlich machen ich kenne seine vergangenheit in bünden wo ich vor jahren die interessen meiner republik als gesandter wahrnahm habe ich ihn an der spitze rasender volkshaufen gesehen und seine herrschaft über die tobenden massen hat mich entsetzt meiner lauchter freund erlaube mir einen blick auf das werdende zu richten denselben blick den ich wider willen auf die sich vollziehenden geschicke unserer republik wende und der mir in unseren räten den trübseligen namen kassandro zugezogen hat und nach verdienst denn mir ist weh dabei und mir wird nicht geglaubt nicht apollo aber hat mich zum seher gemacht sondern ein enttäuschter geist und ein erkältetes gemüt ihr seid im begriffe bünden der spanischen macht zu entreißen und ich zweifle keinen augenblick am erfolge eurer waffen aber was dann wie werden sich nach vertreibung der spanier die absichten der französischen krone die das strategisch wichtige land bis zum allgemeinen frieden unmöglich aus den händen geben darf mit dem stürmischen verlangen seiner wilden bewohner nach der alten selbständigkeit vereinigen lassen da richelieu ich will sagen der aller christlichste könig euer herr nur den kleinsten teil seiner in deutschland unentbehrlichen truppen euch zur verfügung stellt werdet ihr in bünden selbst werben und dem durch jegliches elend erschöpften lande nahe opfer zumuten müssen das aber ich schäme mich zu sagen was ihr sicherlich längst bedacht habt wird euch nur durch das mittel weitgehender versprechungen gelingen ich wenigstens kann mir nichts anderes denken als daß ihr mit eurem persönlichen werte den bündnern euch werdet verbürgen müssen ihnen sobald euer sieg erfochten ist ihr ursprüngliches gebiet und ihre alte selbständigkeit unvermindert zurückzugeben darum sendet wie ich vermute richelieu gerade euch dessen name von reiner ehre leuchtet nach bünden weil eure gewalt über die protestantischen herzen ihm dort ein heer ersetzt so werdet ihr mir einräumen edler herr daß euer eine schwere stunde und eine peinliche doppelstellung zwischen dem kardinal und bünden wartet wohl wird es eurer weisheit gelingen das interesse der französischen krone welcher ihr dient und die von euch verbürgten ansprüche des gebirgsvolkes ohne jenes zu verleugnen oder diese zu täuschen durch umsichtige politik und kluge zögerung in der schwebe zu halten und endlich auszugleichen aber nur unter der bedingung daß das hingehaltene bünden in keiner weise gegen euch und frankreich eingenommen und aufgestachelt werde ehrlich hält gnädiger herr in der tat wer in bünden sollte es wagen gegen das mächtige frankreich sich zu verschwören oder gar mit offener gewalttat zu erheben gewiss keiner ihr habt recht wenn nicht vielleicht jener heillose der herzog lehnte sich mit einer abwehrenden hand bewegung und dem schmerzlichen ausdrucke verletzten selbstgefühls zurück eine wolke zog über seine stern das bild des bündners wie es der haß grimanis entwarf schien ihm vergrößert und entstellt doch nicht die seine menschenkenntnis infrage stellende übertrieben schlimme und große meinung die grimani von dem begabten halbwilden hatte welchen er sich zum werkzeuge erlesen war ihm empfindlich wohl aber daß der venezianer die geheime wunde seines lebens seine schiefe stellung zu richelieu scharfsinnig erkannte und zu berühren sich nicht scheute der frankreich nach großem plane regierende aber ihm persönlich abgeneigte kardinal war imstande rohan wußte es wohl seine protestantische glaubenstreue als mittel zum zweck auszubeuten und ihn persönlich aufzuopfern die gefahr welche er sich selbst auszureden suchte und in schlaflosen nächten doch immer und immer wieder sorgenvoller wog war also fremden augen offenbar verzeiht teurer herr meine vielleicht schwarzsichtige sorge für euch sagte grimani der den verborgenen kummer des herzogs in seiner erkälteten miene las frankreich darf und wird sich gegen seinen edelsten sohn nicht unbankbar erzeigen nur um eines bitte ich euch flehe ich euch an wenn ihr an meine ergebenheit glaubt hütet euch vor jenatsch kaum war das wort gesprochen so klirrten rasche tritte im vorsaal und der genannte trat mit dem adjutanten wertmüller in das gemach wo eben noch edelmütige größe und menschenverachtender scharfsinn über ihn zu gerichte gesessen und um ihn gestritten hatten jenatsch sah finsterer als je und tief bewegt aus den provveditori der ihm zunächst stand bedachte er mit einem untertänigen gruße und einem blicke voll tödlichen hasses welchem dieser mit vornehmer ruhe begegnete dann trat er raschen schrittes vor den herzog er schien in leidenschaftlichem dankgefühle seine knie umfassen zu wollen aber er ergriff nur rohans hand und ließ das gesenkte auge verbergend eine heiße träne auf dieselbe fallen der kalte grimani den diese glühende bewegung einen widerwärtigen eindruck machte brach zuerst das schweigen und bemerkte mit scharfer leiser stimme vergesst nie signor jenatsch daß er nicht der güte eurer sache sondern nur und allein der fürsprache dieses hohen herrn euer verwirktes leben verdanket der hauptmann schien in seiner bewegung das wort des venezianers nicht gehört zu haben er richtete seinen feurigen blick auf den herzog und sprach meinen dank teuerster herr laßt mich euch sofort durch die tat bezeugen ich hoffe ihr habt manche gefahr für mich bereit laßt mich eine vorwegnehmen übertragt mir ein geschäft das ich allein wie er bedürft verrichten kann bei dem ich das mir geschenkte leben zehnfach auf das spiel setze und welches doch nicht rühmlich genug ist dass es mir irgendeiner neide oder streitig mache ich rede hier frei ich bin unter eingeweihten wie mir mein kamerad wertmüller in seinen briefen euren plan angedeutet hat werdet ihr von norden über die bernina ins feldlina vordringen um mit dem scharfblicke des großen feldherrn die feindliche stellung in der mitte zu fassen und spanier und österreicher auseinanderwerfend die einen zurück in das gebirge die andern hinunter nach den seen zu jagen nun ist von höchster bedeutung die von den spaniern vielfach neu angelegten verschanzungen des feldlins genau zu untersuchen lasst mich hin ich nehme euch pläne davon auf kenne ich doch das land wie wenige davon reden wir morgen mein georg sagte der herzog und legte ihm seine schmale hand auf die mächtig gebaute schulter am abende des tages der den hauptmann jenatsch zum kameraden des lokotenenten wertmüller im dienste des herzogs machte fiel es diesem ein den brief seines vetters in mailand zu beantworten er meldete daß er einen kurzen urlaub nach zürich genommen obschur er sich nicht absonderlich freue den duft seines nestes wieder zu riechen aber verschwieg dabei natürlich daß er sich dort dem herzoge bei seinem durchbruche aus dem elsastach graubünden anschließen und die wartezeit zu werbungen für frankreich verwenden werde dagegen berichtete er weitläufig die aus mailand entflohene dolch führende schönheit habe er nicht nur kennengelernt sondern es werde ihm sogar die ehre zuteil besagte tapfere person auf geheiß des herzogs über das gebirge nach bünden zu geleiten was ihn von seiner eigenen reiseroute nicht abführe als belohnung für die vom vetter ihm zum besten gegebene geschichte und als deren vervollständigung erzählte er ihm den unerwarteten auftritt im saale des herzogs dem er persönlich unbeteiligt mit gekreuzten armen als vergesseler beobachter hinter einer bergenden säule beigewohnt habe halb gerührt halb ärgerlich denn er sei eigentlich kein liebhaber heftig ausbrechender gefühle in einen solchen vulkanischen ausbruch aber habe die bescheidene von der sentimentalen herzogin in szene gesetzte vorführung einer schutzflehenden plötzlich umgeschlagen er selbst habe die lunte angezündet indem er den heldenspieler eingeführt einen tapferen soldaten aber leider ehemaligen pfarrer der ihm trotz einiger tüchtiger eigenschaften wenig sympathisch sei demselben gewisse pompöse manieren wahrscheinlich von der kanzel her ankleben und ein leidiger hang zu grandiosem komödienspiele in seiner jugend sei der pfarrer ein wütender demokrat gewesen und einer der bösen gesellen die den pompeius planta umgebracht statt nun still wie er der taktvolle wertmüller es getan im hintergrunde zu bleiben habe sich der abenteurer sofort der bündnerischen dame als mörder ihres vaters und zugleich als ehemaligen zärtlichen liebhaber vorgestellt daraus sei plötzlich eine solche explosion verrückter dinge entstanden ein so einzigartiger spektakel das ihm heute noch der kopf davon schwirre für die herzogin deren poetischer schwung allen verstand übersteige sei es eine wonne gewesen sie habe schnatternd auf dem tränenmeere herumgerudert wie die enten im teiche jetzt arbeite sie daran einen würdigen schlussakt herbeizuführen nach dem muster der gegenwärtig in paris furore machenden komödie deren autor einen vogelnamen etwas wie dole oder krähe trage und die einen ganz ähnlichen gegenstand behandle dort schließe der konflikt mit heiratsaussichten hier aber werde es hoffentlich und wenn noch vernunft im lebensein nicht dazu kommen es wäre schade um das mädchen er könne sie dem volkshelden nicht sie sei zwar keine blondlockige üppige schönheit wie sie paul der veroneser und der flottettin tourette die naturmöglichkeit überbietend aus golddurchwirkten damast hervorkellen lassen noch habe sie die nächtlichen halbgeschlossenen augen und die blau schwarz schimmernden flechten um die sanfte listige schläfe die ihn an anderen töchtern der legunenstadt berücken aber sie habe es ihm nun einmal angetan mit einem gewissen ehrlichen großen wesen was bei lucretia wahrheit sei halte er bei jenatsch zum guten teil für schein gerade jene große manier von der er gesprochen sei übrigens der hauptmann jenatsch auf hohes spiel erpicht so habe er gestern abend seine lust büßen können mitten aus der rührung sei er von spirren herausgeholt und oder die bleidächer gesetzt worden der provveditore grimani der den bündner merkwürdigerweise für ein wichtiges und staatsgefährliches subjekt halte ihn gern sogleich in den kanal versenkt aber der umständliche alte herr habe dabei eine kostbare zeit verloren die sich der herzog zunutze gemacht um seinen neuen günstling sich wieder zurückliefern zu lassen ihm persönlich sei das nicht gerade unlieb denn er verspreche sich bei den merkwürdigen lebensumständen des neuen kameraden noch manchen schlagenden witz des zufalls und freue sich besonders darauf mit dem gewesenen pfarrer an seinen ehemaligen kirchen in bünden vorüber zu reiten wo ihn dann ein gewisser darüber zur rede stellen werde was alles er da drinnen dem volke vorgemacht hier strich sich der lokotenent vollgnüg das magere kinn und schloß das schreiben an seinen vetter in mailand drittes buch der gute herzog erstes bis drittes kapitel auf einer erhöhung des linken rheinufers am fuße des lieblichen heinzenbergs überschauen die mäuerlein und anspruchslosen gebäude des frauenklosters katzis die hütten eines dem katholischen glauben zugetan gebliebenen dorfes am schmalen bogenfenster einer zelle die nach dem grauen jetzt vom morgenlicht die beschienenen schlossturme von rietberg hinüberschaute saß die schöne lucretia planta der frühling war vorübergegangen auch auf der nordseite der rätischen alpen hatte der laue föhn schon längst den schnee von den halten weggeschmolzen und in tobenden wildbächen dem rheine zugeführt durch die felsspalten der via maler hatte der südsturm gebraust mit dem jugendlich unbändigen strome um die wette wochenlang hatte der schäumende rein zornig an seinen engen kerkerwänden gerüttelt und herausstürzend die flacheren ufer verheert jetzt führte er ruhiger die gemäßigten wasser zu tal und blüht von den warmen matten und üppigen fruchtgärten dies gegen die rauhen nordwindige schützen domleschg es war ein klarer morgen zu anfang des juni und die älteste ordensschwester perpetua hatte eben nach einer längeren unterredung das edle fräulein verlassen die frommen frauen von cassis hegten schon längst einen herzenswunsch das amt einer priorin war während langer kriegsjahre unbesetzt geblieben und sie sehnten sich danach daß es endlich wieder würdig bekleidet und geehrt werde von einem bei gott und menschen angesehenen sprösslinge einer großen familie wen konnten die heiligen dazu außersehen haben wenn nicht die im tale aufgewachsene und begüterte lucretia planta das kloster hatte dem planta schon aus den zeiten vor der reformation manche schenkung zu verdanken nun waren mehrere glieder der berühmten familie voran herr pompeius in den schoß der alleinseligmachenden kirche zurückgekehrt dieser edle herr aber hatte ohne letzte wegzehrung einen bösen jähen tod erlitten was war natürlicher und christlicher als daß seine vereinsamte tochter den schleier nehme um für das heil seiner seele zu beten und das kloster in diesen möglicherweise noch nicht so bald endenden schlimmen zeiten mit ihren edlen namen zu schirmen es mit ihrem erbe zu bereichern die zurückgabe ihrer väterlichen güter von welcher wegen der planta landesverrat und mitschuld am veltliner morde selbst zur zeit der unterjochung durch die spanier nicht die rede sein konnte stand jetzt in naher aussicht sonderbarer weise durch die vermittlung des obersten georg jenatsch die taten des jetzt im veltlin unter herzog rohan fechtenden charanzer pfarrersohn gingen in seinem heimatstale von mund zu mund und sein ruhm im ganzen land stieg täglich zu dieser fürsprache hatte den obersten jenatsch wohl ein nagender gewissensbiß getrieben oder wenn sie einen weltlichen dem verstande der frauen von katzis undurchdringlichen grund hatte so wußte gott von jeher auch die gedanken der bösen zu seinen zwecken zu biegen dass aber das edle fräulein in katzis seine bleibende stätte finde und als priori in die verlassene herde weide das war offenbar die meinung des heiligen dominikus selber dessen regel das haus befolgte lucretia hatte schon im kloster zu monza sein himmlisches wohlgefallen auf sich gezogen damals hatten kaiserliche kriegsbanden die kirche zu katzis geplündert und darin so unchristlich gehaust das wie perpetua dem fräulein schrieb von der heiligen mutter gottes nichts als das nackte holz zurückblieb das junge mädchen hatte dann in der schule der geschickten italienischen nonnen ein kostbares kleid für die beraubte heimische gottes mutter gestickt und bald gelegenheit gefunden es durch den herzhaften und wanderlustigen pater pankraz an seine bestimmung gelangen zu lassen seither hatte der heilige dominikus der unwürdigen schwester perpetua seinen wunsch und willen in wiederholten erscheinungen kundgetan am deutlichsten und wunderbarsten war aber dies in der verwichenen nacht geschehen die betrübte ordensschwester hatte in gottbegnadetem traume die öde zelle der priorin betreten und dort plötzlich lucretia erblickt wie sie leibte und lebte doch mit demütigem angesichte und gesenkten augen neben ihr aber stand sankt dominikus selbst im glanze des himmels und seiner schneeweißen kutte der ihr einen lilienstengel überreichte der träumenden war als dann vorgekommen als lege sich ein abglanz seines heiligen scheins um lucretias erwähltes haupt die schwester öffnete die augen voller freude und durchdrungen von dem gefühle dass sie diese offenbarung nicht für sich behalten dürfe so war sie denn gekommen das gesicht lucretia mitzuteilen und mit ihr dessen bedeutung zu besprechen der eindruck des traumbildes auf das fräulein war indessen weniger erfreulich und überzeugend gewesen als die nonne gehofft und sie hatte sich darauf lange bemüht zu ergründen welche wurzeln der weltlust oder der weltsorge das fräule noch immer draußen zurückhielten denn diese sprach von dem kloster trotz seines wohlwollens für dasselbe nur als von seiner einstweiligen herberge an irdischem besitz schien lucretias herz nicht zu hangen noch weniger an irdischer liebe denn einige bescheidene klosterscherze die sich schwester perpetua einzig in der absicht das fräulein zu erforschen in diese richtung erlaubte wurden mit stolzem lächeln abgewiesen noch eine möglichkeit hatte die schwester beunruhigt lucretia wolle in der welt bleiben bis sie einen würdigen bluträcher finde der nach altem landes brauche den tod ihres grausam erschlagenen vaters mit demjenigen der mörder sühne oder sie trage am ende selbst blutige gedanken mit sich herum die sich mit dem frieden des klosters nicht vertrügen diese schreckliche vermutung die ursprünglich ihrem zahmen und früh durch klosterzucht geregelten gemüte ferne lag perpetua war keine schwerblütige bündnerin sondern entstammte einer ehrbaren zuger familie hatte ihr der alte lucas zu riedberg noch vor der fahrt die er nach italien getan um das fräulein heim zu geleiten zu wiederholten malen nahegelegt er selbst war ganz davon durchdrungen wie von einer unabwendbaren notwendigkeit aber auch diese mutmaßung hielt nicht stand lucretia war der schwester heute so kindlich weich und versöhnlich erschienen daß sie sich einen derartigen verdacht als ein unrecht gegen das verwaiste fräulein vorwarf in wahrheit heute hegte lucretia keine rache gedanken sie sann mit einer trauer die ihre geheime süßigkeit hatte den erlebnissen ihrer heimreise aus venedig nach ein seltsames verhängnis hatte das leben des ihrer rache verfallenen in ihre hand gegeben und sie hatte es nicht genommen sie wußte heute mit voller herzensüberzeugung dass sie es nicht nehmen dürfe der widerstreit ihrer gefühle hatte sich gelegt sie war zur ruhe gekommen lucretia hatte venedig begleitet von ihrem treuen lucas im frühjahr verlassen und die lange strecke bis nahe an die grafschaft giavenna erst über verona und bergamo und dann längst der blühenden ufer des gomersees in mäßigen tageritten ohne aufenthalt und abenteuer zurückgelegt grimani hatte sie mit einem geleitbriefe durch das venezianische versehen im mailändischen genügte ihr name und von drohan war ihr als schützender kavalier der junge wertmüller mitgegeben worden wohl hatte die herzogin gegen dieses für die schöne reisende wie sie behauptete in keiner weise passende geleite zuerst einspruch erhoben aber der herzog kannte die guten und schlimmen eigenschaften seines wertmüller nicht erst seit gestern und wußte daß sein wunderlicher adjudant sich noch in jeder ernsten probe ehrenhaft zuverlässig und tapfer erwiesen hatte so strebte donna lucretia von dem triumphierend neben ihr reitenden lokotenenten geistvoller als ihr wohltat unterhalten den täglich sich vergrößernden silberspitzen ihrer heimischen gebirge entgegen und eines tages gelangte der kleine reisezug in die sumpfige ebene durch welche die atta sich langsam dem nordende des gomersees zuwendet da sie am morgen in der kühlen frühe aufgebrochen waren beschlossen sie an einem kreuzwege unfern der drohenden festung fuentes vor einer loganda kurze mittagsrast zu halten um dann heute noch kiavenna zu gewinnen und am nächsten tage den saumpfad über den splügen einzuschlagen lucretia zog es vor die unreinliche herberge nicht zu betreten sie setzte sich allein in eine weinlaube deren blasses frühlingsgrün sich eben aus den springenden knospen entwickelte so hatte sie eine weile den hühnern zugesehen die neben der krippe das von den fressenden pferden herausgeworfene futter aufpickten da erblickte sie zwischen den zarten blättern und den jungen ranken hindurch auf der staubigen landstraße einen zug leute der sogleich ihre ganze aufmerksamkeit fesselte sie erriet daß ein gefangener eingebracht werde und als er näher kam erbebte ihre seele ein halbes dutzend spanischer soldaten voran ein alter dürrer hauptmann zu pferde führten in ihrer mitte einen mann in der alltagstracht des fettliner bauern dessen kleider zerrissen und über und über vom sumpfwasser geschwärzt waren staub und blut entstellten sein angesicht und die hände waren ihm mit groben stricken hinter dem rücken zusammengebunden das fräulein erkannte mit den zetzen die hohe gestalt und die trotzige haltung des jordje auf den spuren des eingeholten flüchtlings schnüffelten spanische bluthunde welche wohl bei dieser menschenjagddienst geleistet hatten und gelbe halbnackte jungen und blödsinnige zwerggestalten liefen johlend hinter dem gewaltigen wehrlosen manne her beim herannahen des trupps eilten die bewohner des hauses vor der türe zusammen auch lukas kam vorbei der eben die pferde wieder gesattelt hatte und wertmüller trat hinter lucretia der spanische hauptmann gebot seinen leuten halt stellte sich in den schatten der hauspforte und nahm seine sturmhaube von dem totenkopf ähnlichen haupte dessen braune knochen nur durch zwei erhitzte tiefliegende augen belebt erschienen dann hieß er sein abgejagtes tier dessen riemenzeug zerrissen war zur zisterne führen und fragte kurz und parsch ist jemand hier der in diesem späher den vormaligen ketzerischen prädikanten und vielfachen mörder georg jenatsch erkennt es schlurfte in zerfetzten schuhen ein ältlicher knecht herbei und sagte mit kriechender miene zu dienen exzellenz ich hauste anno in berben und war dabei als dieser gotteslästerer mit verfluchter hand meinen leiblichen bruder gegen den hochaltar von st peter schleuderte daß der ärmste für sein lebtag ein gepräßten davontrug das paßt sagte der spanier ich betraf denselben prädikanten im gleichen sommer an der zugbrücke unserer festung eure ausflüchte mann helfen euch nicht und der strick ist euch gewiß lucretia hatte im hintergrunde der laube den auftritt mit lautklopfendem herzen angesehen konnte sie georg retten wollte durfte sie es hinter ihr stand wertmüller dessen angriffslustige ungeduld sie fühlte und den sie leise den hahn seines pistols spannen hörte lucretia erhob sich und schritt von einer unwiderstehlichen macht gezogen langsam vor bei des spaniers letzten worten stand sie zwischen ihm und dem an einem steinernen stützpfeiler der laube geschnürten gefangenen in diesem augenblick flog eine handvoll kot und steine von einer lachenden kropfgestalt geworfen an die blutende stirn des gefesselten aber seine miene blieb stolz und ruhig nur seine lippen bewegten sich flüsternd lucretia deine rache vollzieht sich klang es in romanischen lauten ohne daß sein blick sich nach ihr gewendet hätte senior redete die bündnerin den spanischen hauptmann mit fester stimme an ich bin lucretia die tochter jenes planta den georgienatsch erschlagen hat ich habe seit dem tode meines vaters keinen lieberen gedanken gehabt als den der rache aber in diesem manne hier erkenne ich den mörder meines vaters nicht der spanier richtete seinen bösen blick erst fragend und dann höhnisch auf sie aber lucretia beachtete ihn nicht schon hielt sie ihren kleinen reisedolch in der hand und begann ohne zögern die bande des gefangenen zu durchschneiden was jetzt um sie vorging traf ihre sinne kaum sie vernahm noch den raschen befehl wertmüllers an lucas pferde vor die warte noch wie der lokotenent dem spanier mit dem pistol in der hand entgegentrat und dieser den gegen aus der scheide riß dann wurde sie rasch aufs pferd gehoben das musketenschöße hinter sich hörend in wilden sprüngen sie von dannen trug und in jagendem lauf an der festung fuentes vorüber der straße nach giavenna folgte auf dem staubigen heerwege sprengte sie vorwärts mit mühe sich auf dem erschreckten pferde haltend und doch angstvoll zurücklauschend ob ihr freund oder feind nacheile noch fielen schon aus der ferne vereinzelte schüsse sonst hörte sie nichts als das schnauben und den hufschlag ihres eigenen tiers endlich brauste galopp hinter ihr und schon ritt an ihrer rechten seite zerrissen und blutig aber in hellem übermute hinter welchem ihn mit grimmermine umfassend der alte lucas zur rosse saß zu des fräuleins linken schnaubte einen augenblick später ein zweites rosshaupt und über demselben grüßte das aufgeregte gesicht des kleinen lokotenenten der den rückzug gedeckt hatte und von der rolle die er gespielt höchlich befriedigt schien in der festung wird der larm geschlagen sagte jenatsch hinter jenem waldhügel biegen wir linksab von der heerstraße auf der man uns verfolgen wird reiten durch die seichten nebenwasser der atta und gewinnen auf wegen die ich als gangbar kenne längs des sees und über die berge das sichere bellenz als die pferde den beweglichen kiesboden des flußbettes betraten sprang lucas ab und ergriff sich vor das pferd seiner herrin stellend mit treuer hand dessen zügel im grunde habt ihr recht sagte der alte und blickte zu lucretias glücklichem angesichte auf es war heute nicht der passende anlass und nicht der richtige ort euch zuliebe würd ich mit dem leidigen satan selber an der reiten aber wahr bleibt's einem ehrlichen gaul und einem gut katholischen christen wird heutzutage viel geduld zugemutet die darauf folgenden beschwerlichen reisetage lebten als selige erinnerungen in dem herzen lucretias fort nach dem ermüdenden zuge quer über die südlichen vorberge der alpen hatte die gesellschaft in belenz gerastet und jenatsch sich beritten gemacht dann zogen sie langsam durch das von wasserstürzen rauschende misox das südlichste und schönste teil des über dem bergdorfe san bernardino begann der pass jäh zu steigen und führte zu dieser frischen jahreszeit bald über eine blendende schneedecke der himmel war von tiefer klarheit und noch südlicher blaue lucretia fühlte sich umweht von den kräftigen alpenlüften der heimat und ihr war auf augenblicke als sei sie in die fröhlichen reisetage der kindheit zurückgekehrt denn herr pompejus war häufig mit ihr aus einem seiner festen häuser ins andere über die bergjoche des tälerreichen bündens gezogen ihre augen suchten mit ungeduld den kleinen bergsee der wie sie sich deutlich erinnerte auf keiner der heimischen wasserscheiden ausblieb da endlich nahe dem nördlichen abhange leuchtete er ihr entgegen unter den heutigen scharfen sonnenstrahlen aufgetaut gewiß nur eine kurze befreiung denn der sommer kehrt spät ein auf diesen höhen trotz einer täuschenden vorboten und daß den himmel spiegel der auge mußte sich unter eisigen stürmen wohl bald wieder schließen auf der halb geschmolzenen schneedecke kamen die pferde nur mühsam vorwärts die bündner auch lucretia waren auf der höhe abgestiegen und nur der eigensinnige wertmüller beharrte im sattel und blieb wo der berg sich zu senken begann mit seinen bei jedem schritte gleitenden tiere immer mehr hinter den anderen zurück zuletzt versank er in eine vom schnee verräterisch bedeckte spalte aus welcher ihm der die übrigen pferde am zügel führende lucas nur mit zeitverlust und mühe herauf half während dieser bei dem fluchenden locotenenten zurückblieb schritten jenatsch und lucretia rüstig und allein bergab und überließen sich der ungewohnten lust die heimatluft in vollen zügen einzuatmen das fräulein lachte nicht daran daß sie zum erstenmal auf der reise mit jenatsch allein sei waren ihr doch wenn sie still neben jürg einherritt ihre beiden anderen begleiter der locotenent trotz seines unausgesetzten bestrebens sich angenehm oder unangenehm geltend zu machen der alte knecht trotz seiner unverhohlenen rache gelüste in gleichgültige und persönliche ferne getreten sie lebte in einem traumartigen glücke unter dem zauber ihrer berge und ihrer jugendliebe den sie furchtsam sich hütete mit einem an die grausame gegenwart erinnernden wort zu zerstören jetzt hatten sie das erste grün über einem schmalen baumlosen tale erreicht und setzten sich auf ein besonntes felsstück um den zurückgebliebenen locotenenten zu erwarten ein wässerchen quoll daneben aus dem feuchten dunklen boden lucretia kniete nieder und mühte sich mit der hohlen hand einen druck daraus zu schöpfen ich muss doch sehen sagte sie ob das bündnerische bergwasser noch so gut schmeckt wie in meiner jugend nicht warnte jenatsch ihr seid der eiskalten quelle entwöhnt hätt ich ein becherlein so mischt ich euch einen gesunden trank mit ein paar feurigen weintropfen aus meiner feldflasche da blickte ihn lucretia liebevoll an holte aus ihrem gewande einen kleinen silberbecher hervor und ließ ihn in seine hand gleiten es war das becherlein das er ihr einst als knabe zum gegengeschenk für ihre kecke kindliche wanderfahrt nach seiner schule in zürich gemacht und das sie nie von sich gelassen hatte jürg erkannte es sogleich umfing die knieende und zog sie mit einem innigen kusse an seine brust empor sie sah ihn an als wäre dieser einzige augenblick ihr ganzes leben dann brachen ihr die tränen mit macht hervor das war zum letzten male jürg sagte sie mit gebrochener stimme jetzt mische mir den becher daß wir beide daraus trinken zum abschiede dann laß meine seele in frieden schweigend füllte er den becher und sie tranken siehe dieses rinnsaal zwischen uns begann sie wiederum es wird unten zum reißenden strome so fließt das blut meines vaters zwischen dir und mir und überschreitest du es so müssen wir beide darin verderben sie fuhr sie mit weicher stimme fort und zog ihn neben sich auf den feldsitz als ich dich unten in den händen der häscher sah hätte ich dich lieber mit eigener hand getötet als dich ein schmähliches ende nehmen zu lassen du hast mir das recht dazu gegeben du bist mein eigen du bist mir verfallen aber ich glaube dir diesem boden dieser geliebten heimaterde bist du zuerst pflichtig so gehe hin und befreie sie aber jürg sieh mich niemals wieder du weißt nicht was ich gelitten habe bis ich mir alle jugendlust und lebenskraft in dunkle gedanken und entwürfe verwandelte bis ich zu einem blinden willenlosen werkzeuge der rache wurde hüte dich vor mir geliebter kreuze nie meinen weg störe nie meine ruhe so saßen die beiden in der einöde seit jenatsch die tochter des herrn pompeius bei der herzogin wieder gesehen war die in den wagnissen und verwilderungen eines stürmischen kriegslebens nie ganz vergessene liebe seiner kindheit flammend aus der asche entstanden und mit dir ein trotziger geist der empörung gegen sein schicksal mit einer bluttat die dem jünglinge als vollstreckung eines gerechten volksurteils erschienen war und die der jetzt gereifte und welterfahrene als eine unnützige befleckung seiner hände verwünschte hatte es ihn für immer geschieden von einem großen und hilfreichen herzen das von jeher sein eigen war dieser geist der auflehnung und verzweiflung reizte ihn jetzt die als begehren wertes weib vor ihm stehende lucretia um jeden preis zu gewinnen und wenn sie ihm verderblich werde den erkannte sie triumphierend mit ihr unterzugehen aber er erdrückte den dämon stand ehrlich mitten in einem anderen kampfe der den einsatz des ganzen mannes forderte und alle seine kräfte und leidenschaften ihn eine anstrengung zusammenfasste auch war seine natur von jenem stahl der aus den steinwänden der unmöglichkeit immer wieder die hellen funken der hoffnung herausschlägt er war gewohnt an nichts zu verzweifeln und nichts aufzugeben konnte sich lucretias gemüt nicht wieder erhellen war es gänzlich unmöglich das vergangene zu sühnen durch taten von ungewöhnlicher größe mußte denn unabänderlich auf den liebsten kampfpreis verzichtet sein im augenblicke da sich des ruhmes glänzende staffeln hart vor seinen augen erhoben auch war lucretia heute so weich und als sie ihm den kleinen silberbecher in die hand drückte hatte ihn aus ihren vertrauensvollen braunen augen das mägdlein angeschaut das ihn einst beim kinderspiele zu seinem beschützer und hüter erkoren so bezwang er mit starkem willen seine leidenschaft legte ihr haupt sanft an seine brust drückte noch einen leisen kuß auf ihre stirn und sagte wie er vor vielen jahren zu dem weinenden mägdlein zu sagen pflegte wenn sie sich einmal entzweit hatten sei gut und stille kind der friede ist geschlossen lucretia hatte damit ernst gemacht ruhe war über ihr gemüt gekommen mit dem gefühle dass die höhe des lebens überstiegen und die erinnerung ihr größter besitz sei nun wohnte sie seit monaten in den klostermauern von katzis das wort des frommen herzogs daß es sicherer sei frevel durch opfer der liebe zu sühnen als durch neue gewalttat begann in ihrer gestillten seele wurzel zu schlagen wenn sie den wunsch der frauen von katzis nicht erfüllte so war der herüberschauende turm von riedberg daran schuld der sie an ihre freien kindertage erinnerte und ihr das unabhängige leben einer burgherrin im ringe ihres gesindes und ihrer dorfleute vor augen stellte sie sehnte sich nach den alten schlossräumen um darin den haushalt ihres vaters wieder aufzurichten auch schlummerte ihr unbewusst ein anderer widerspruch in ihrem herzen sie konnte der welt nicht klösterlich entsagen solange jürg in taten schwelgte und immer größere kampfbahnen sich vor ihm aufschlossen in dem messbuche welches aufgeschlagen neben dem fräulein auf dem sins lag hatte der durch das offene fenster spielende bergwind schon lange ungestüm hin und her geblättert ohne dass lucretia es gewahrte jetzt aber wurde sie durch den ton einer wohlbekannten stimme aus ihren träumen aufgeschreckt sie trat an den fensterbogen und er blickte neben der pförtnerin die braune kutte des paters bankrats sein käkes sonnenverbranntes gesicht schaute diesmal noch zuversichtlicher als gewöhnlich in die welt und er verlangte dringend ohne aufschub vor das fräulein geführt zu werden dem er glückhafte nachricht zu bringen habe kurz darauf trat er ein und verkündete seine botschaft freuet euch fräulein lucretia ihr seid wie der herrin von leritberg es beginnen die verdienstlichen werke mit denen unser großer oberst für seine alte schwere schuld buße tut morgen kommen die staatskrägen von chur um die siegel zu lösen und euch das haus eurer väter wieder aufzutun gott gebe euch einen gesegneten einzug ende des ersten kapitels zweites kapitel während der sommer und herbstmonate eines einzigen jahres hatte herzog heinrich rohan seinen feldzug im feldlin mit raschen entscheidenden schlägen zu ende geführt die frischen lorbeeren von vier siegen wie sie nur selten ein feldherr erficht verherrlichten seinen namen diesmal hatte sich sein talent kühn und freudig entfaltet denn der kampf hatte den äußeren feinden frankreichs gegolten nicht auf französischem boden zwischen kindern derselben erde gewütet während er früher gezwungen gewesen landsleute gegen landsleute seine kalvinistischen glaubensgenossen gegen das katholische frankreich mit blutendem herzen zu führen so befehle ich dir jetzt zum ersten male ein aus beiden bekenntnissen verschmolzenes französisches heer vor der schlacht von morbegno wo seine schar vor einer in günstigen stellungen drohenden spanischen übermacht stand ließ er seine leute gegen gallische kriegssitte auf den knieenden göttlichen beistand anrufen der kalvinistische kaplan des herzogs betete mit den protestanten während ein katholischer priester über seinen glaubensgenossen das segnende zeichen des kreuzes machte noch nie hatte rohan einen so genialen feldherrnblick bewiesen wie jetzt auf diesem von tiefen tal schluchten zerrissenen und von gletscherbergen eingeengten schwer zu übersehenden kriegsfelde seinem raschen unfällbaren eingreifen kam seine bewundernswerte ausdauer gleich und eine asketische natur von seltener bedürfnislosigkeit zu hilfe er war imstande vierzig stunden lang angespannt tätig zu sein ohne der erfrischung des schlafes zu bedürfen so eilte er in der mitte zwischen zwei gegen ihn vordringenden heeren deren jedes dem seinen fast doppelt überlegen war talauf talabwärts und warf sich jetzt dem einen dann die stirne wendend dem anderen entgegen immer siegreich bis er sie beide spanier und österreicher vom bündnerboden verdrängt hatte und das ganze langgestreckte tal der ada das seit jahrzehnten herrenlose und strätige feldlin in der gewalt seiner waffen war bei dem dritten dieser siege der schlacht im walfräle grenzte die ungleichheit des verlustes an das unglaubliche der herzog büßte nach seinem eigenen zeugnisse nicht sechs mann ein während zwölfhundert feinde auf der waldstadt blieben es gibt nur eine erklärung für eine so ungleiche verteilung der todeslose der französische feldherr hatte vor den österreichern die vollkommene kenntnis dieser verlorenen hochteiler voraus hatte bündner neben sich die das bergland wie die mit arfholz getäfelte stube ihres vaters und das stammwappen über dem haustore kannten und keiner war mit bündensbergen vertrauter als georg jenatsch in dem schreiben das der herzog über diesen sieg an die bündnerischen behörden richtete hebt er die tapferkeit des obersten jenatsch und des von ihm geführten heimischen regimentes mit dem wärmsten lobe hervor diese schrankenlos erscheinende und doch besonnene tollkühnheit die schwerglaubliche sage der früheren volkskämpfe in brättigau wurde jetzt von dem geschulten französischen heere und besonders von dem respektlosen lokotenenten mit kritischen augen gemessen und aufrichtig bewundert überhaupt stieg georg jenatsch unaufhaltsam in der achtung und im vertrauen des herzogs und wurde ohne daß hohan selbst sich dessen bewußt war sein am liebsten gehörter ratgeber versammelte der feldherr in fällen wo sich kühnheit und vorsicht bestreiten mochten einen kriegsrat so trieb jenatsch immer zu den gewagtesten angriffen und beansprachte für sich selbst den gefährlichsten posten aber seine ratschläge bewerten sich und seine verwegenheiten missglückten nie denn die gunst des schicksals war mit ihm er aber ergriff jede gelegenheit der person des herzogs nahe zu bleiben und sie in jeder fährlichkeit mit der seinigen schützend zu decken weniger noch im gedränge der feldschlacht als auf den einsamen gebirgspfaden welche er ihn zuweilen führte um die feindlichen stellungen zu erforschen so gelang es ihm einst da sich ein tückisches feldstück unter den füßen des herzogs löste denselben mit raschen armen am rande des abgrunds festzuhalten und ein andermals erhebe er schnell zielend eine otter die aus dem gestrüppe zischend nach der hand des herzogs fuhr so trat er dem herzog immer näher der sich freudig bewußt war diesen bedeutenden geist aus schmählichem dunkel gezogen und durch seinen einfluß entwickelt zu haben oft musste rohan sich wundern wie willig und streng der unbändige grisone der kriegssucht sich unterwarf und was er ihm ebenso hoch anrechnete mit welch unbedingtem vertrauen der vormalige bündnerische volksführer jede besorgnisvolle äußerung über das letzte ergebnis des krieges und die zukunft bündens unterließ ja vermiet dieses ergebnis war der herzog gesonnen für bünden so günstig als möglich zu gestalten er täuschte sich nicht über die abneigung des französischen hofes gegen seine person aber dennoch hoffte er dort mit seinen billigen und weislich erwogenen vorschlägen durchzudringen eine reihe mit geringer truppenmacht durch seinen individuellen wert erfochterner siege welche die französischen waffen mit einem blendenden glanze umgaben mußten bei dem sohne heinrichs des vierten mußten sogar bei rohan's alten gegner dem immerhin das banner mit den französischen lilien hoch emporhaltenden kardinal entscheidend ins gewicht fallen was noch aus der zeit der bürgerkriege im gemüte des königs gegen den ehemaligen kriegsführer der hohenotten geschrieben stand hatten sagte sich der herzog die von ihm jetzt in die französischen annalen eingezeichneten triumphe gänzlich verwischt und unleserlich gemacht rohan hatte das land bünden und sein zugleich nordisch mannhaftes und südlich geschmeidiges volk liebgewonnen der aufenthalt in diesen bergen ruhte seinen geist aus und erfrischte seine lebenskraft aber nicht die ernsten kühl durchwehten hochtäler wo er siege erfochten mit ihren felshörnern und schneehäuptern übten einen zauber auf ihn aus sondern er zog dem geschmack der zeit und seinem eigenen milden gemüte gemäß die mittleren mit weichem grün bekleideten alpen vor die mit hütten und läutenden herden bedeckt waren seine lieblinge waren die höhen die das warme domleschg einrahmen und er pflegte zu sagen der heinzenberg sei der schönste berg der welt das geschenk seiner neigung gaben ihm die bündner mit wucher zurück im ganzen lande wurde er nur der gute herzog geheißen in chur war er der abgott aller stände denn die vornehmen familien fesselte er an sich durch die feinheit seiner adeligen sitte das volk aber bezauberte er durch eine aus dem herzen kommende unbeschreibliche leutseligkeit in den protestantischen gemeinden des landes hörten überdies die bündner fast allsonntäglich sein lob von der kanzel verkündigen er ward ihnen gezeigt und gerühmt als ein muster evangelischer glaubenstreue und als ein hort der bedrängten protestanten in allen landen der glückliche stern der seine kriegerischen unternehmungen begünstigt hatte schien jetzt auch über seinen politischen zu leuchten er beschied einige ausgezeichnete bündner zu sich nach chiavenna beriet mit ihnen satz um satz den entwurf eines übereinkommens und dieses wurde kurz darauf von dem in thusis versammelten bündnerischen bundesrate angenommen man machte sich von beiden seiten die äußersten zugeständnisse um die bündner in ihrer hauptforderung zu befriedigen gab ihnen rohan durch diesen vertrag das feldlin im namen frankreichs zurück aber er sicherte zugleich das militärische interesse und die katholische ehre seines königs indem er festsetzte daß die bündnerischen bergbässe bis zum allgemeinen friedensschlusse von bündnertruppen in französischem solde gehütet werden müssten und die katholische religion im feldlin als die herrschende anerkannt werde so lauteten die von herzog heinrich mit den häuptern bündnens zu chiavenna beratenen und im domlesch bestätigten vertragspunkte die sogenannten tusner artikel genehmigte der könig von frankreich diesen von rohan für ihn geschlossenen vertrag und wie hätte er es nicht tun sollen so waren bündnens alte grenzen hergestellt und herzog heinrich rohan hatte sein gegebenes wort gelöst denn in der tat für diese herstellung ihrer alten grenzen hatte er sich den bündnern vor dem feldzuge persönlich verbürgt verbürgen müssen dies versprechen zu verweigern war ihm unmöglich gewesen sollte sich das verschöpfte elende land noch einmal zum kriege aufraffen darin hatte die unerbittliche logik des scharfsinnigen venezianischen providitore das richtige vorausgesagt aber wie sehr wie vollständig hatte er sich geirrt als er den herzog vor georgienatsch glaubte warmen zu müssen gerade für die annahme der tusner artikel hatte der oberstes unglaubliche getan es war wahrlich kein leichtes gewesen es hatte gewandtheit und ausdauer genug auch den liebling des volkes gekostet um diese bei den argwöhnischen auf ihre unabhängigkeit eifersüchtigen bündnern durchzusetzen aber jenatsch hatte sich vervielfacht und von tal zu tal von gemeinde zu gemeinde eilend hatte er überall den zauber seiner rede ausgeübt überall seinen willensstarken feurigen einfluß geltend gemacht er hatte darauf gedrungen das sichere teil nicht aus der hand zu lassen um eines ungewissen ja undenkbaren größeren gewinnes willen er hatte geraten sich mit der hauptsache zu begnügen dem edlen anwalte bündens bei der französischen krone nicht sich undankbar zu erzeigen und den mit jedem jahre sich minder den rest des französischen ruckes willig in kauf zu nehmen doch noch eine sorge drückte die ehrenhaftigkeit des herzogs der ungeheure summenverschlingende krieg in deutschland hatte den französischen schatz erschöpft die sendungen des schatzmeisters an herzog rond flossen schon lange spärlich und blieben jetzt aus es war diesem seit einiger zeit nicht mehr möglich seine bündnertruppen zu besolden freilich teilten die französischen regimenten dasselbe los man schien am hofe zu saint germain des glaubens zu leben die ehre unter dem ruhmreichen feldherrn zu dienen ersetze dem soldaten nahrung und kleidung sandte schreiben auf schreiben und erhielt als antwort versprechen auf versprechen die erhebung einer neuen kriegssteuer in frankreich so schrieb man dem herzog aus saint germain sollte dem mißstand den nächsten sein ende machen welche hemmungen und säumnisse also das werk des herzogs erfuhr durch den menschen und dingen innewohnenden widerstand gegen gerechte einen selbstsüchtigen interessenkreis durchbrechende lösungen nun stand er hart vor seinem ziele und die bündner erreichten dank der ihnen von rohan auferlegten mäßigung die befreiung ihres landes da plötzlich verbreitete sich zur zeit der fallenden blätter eine unheimliche botschaft durch die mündnerischen täler der gute herzog hieß es weile nicht mehr unter den lebenden er sei in seinem palaste zu sondrio einem sumpffieber zum opfer gefallen schon habe ein bote das stilfser joch überschrittenen und sei nach brixen geeilt um die spitzerei zur einbalsamierung seines leichnams zu holen dieses gerücht erschreckte die gemüter wo es hinlangte man war sich plötzlich sorgenvoll bewußt was alles an diesem edlen leben hing wie in den bergen wenn eine wolke vor die sonne gleitet die landschaft mit einem schlage dunkel wird und zugleich in ihren einzelnen schroffen zügen schärfer hervortritt so erschien den bündnern als sie den herzog sich hinweg dachten die unsichere abhängigkeit und die gefahr ihrer lage mit drohender deutlichkeit war ihnen doch nur in seiner vertrauen erweckenden person frankreich als helfende macht nahe getreten er war es der für seinen könig mit ihnen unterhandelt den von ihnen begehrten kampfpreis zugesagt für frankreichs rechtlichkeit im worthalten dem kleinen lande gegenüber sich verbürgt hatte was geschah wenn ihr mittler der gute herzog verschwand wen gab ihm richelieu zum nachfolger war der die welt mit kalter berechnung überschauende kardinal der rücksichtslose staatsmann gesonnen das unbequeme erbe der gerechtigkeit des protestanten heinrich rohan anzutreten das unheil ging diesmal noch vorüber die nachricht vom tode des herzogs war eine falsche nach einigen wochen erfuhr man er habe zehn tage lang mit geschlossenen augen bewusstlos gelegen dann sei er wieder zum leben erwacht und erhole sich langsam welcher böse zweifel aber ihn gefoltert hatte bis er todesmatt aufs lager sank das ahnte damals noch niemand ende des zweiten kapitel drittes kapitel an einem hellen warmen oktober tage bewegte sich in den gassen des an der splügenstraße gelegenen städtisch reichen fleckens tussis eine tosende volksmenge der ort liegt an der nördlichen pforte der bergschrecknisse des passes hier pflegte der aus italien kehrende reisende nach überstandener mühsal und gefahr sich einen guten tag zu machen der von norden kommende dagegen seinen mut zu stärken saumtiere zu mieten und für die beschwerliche reise die letzten einkäufe zu besorgen diese für handel und wandel günstige lage hatte dem seit einer großen feuersbrunz neu erbauten orte schnell wieder zu stattlicher blüte verholfen heute wurde zudem der große thusner jahrmarkt abgehalten der von nah und fern das volk herbeigelockt und die verschiedenen staturen trachten und sprachweisen aller bündnerischen täler am fuße des heinzenbergs versammelt hatte manche waren auch gekommen um den guten herzog zu sehen der wie die sage ging gestern in einer sänfte die passhöhe überwunden und im dorfe splügen genächtigt hatte diesen abend wurde er in kusis erwartet wo ihm in einem etwas abseits liegenden herrenhause ein ruhiges nachtquartier bereitet war einige splügner hatten ihn gestern in ihrem dorfe von angesicht geschaut und beschrieben den edlen herrn als auffallend gealtert blass und abgezehrt seine haare seien völlig gebleicht auch kühne kriegerische gestalten schritten in der menge die obersten der mündnerischen regimenter waren gekommen den herzog zu empfangen hatten sie über ihrem stürmischen verlangen ihn wiederzusehen die kriegerische disziplin außer acht gesetzt welche sie an der österreichischen grenze festhielt auch ihre truppen waren sonderbarerweise zur begrüßung des herzogs auf seinem wege von thusis nach chur in gleichmäßigen entfernungen aufgestellt warum hatten die obersten sie aus ihren stellungen an der grenze ins innere des landes zurückgezogen wild und laut ging es diesen abend in der ehrbaren herberge zum schwarzen adler zu das behäbige haus schenkte sein getränk den dunklen mit seiner herbe das blut nur langsam wärmende und den gefährlichern helleren traubensaft der vier weinberühmten dörfer am rhein nach landessitte in zwei verschiedenen stuben aus die rechts und links von dem gepflasterten flur sich gegenüber lagen der eine raum die eigentliche schenke mit dem rohen bänken und tischen aus tannenholz war von lärmenden marktleuten viehhändlern sennen und jägern dermaßen überfüllt daß es schwer wurde sein eigenes wort zu verstehen die jugendliche schenkein eine ruhige dunkelhaarige prättigauerin hatte mehr zu tun als ihr lieb war um die bauchigen steinkrüge wieder und wieder zu füllen und warf von allen seiten gerufen und festgehalten immer trotziger den kopf zurück zog immer finsterer die brauen zusammen in der herrenstube gegenüber ließen sich die vornehmen kriegsleute nicht weniger als laut vernehmen und setzten dem becher noch schärfer zu zwischen den beiden räumen schritt das chaos überblickend der feste wirt ammann müller in unerschütterlicher gelassener gutmütigkeit hin und her eben füllte seine breite viereckige gestalt wieder die tür der schenke hier wurde gerade politik getrieben natürlich wie es der gemeine mann zu tun pflegt nur von dem standpunkte persönlicher bedrängnis aus eine schande vor gott und menschen ist es übertönte ein engadiner viehhändler das stimmengebraus daß wir bündner unsere eigene landesgrenze nicht mehr überschreiten dürfen ohne einen französischen passeport jüngst wollte ich mit einer rinderherde ins werdenbergische hinüber da wurd ich an der grenze schnöde zurückgewiesen weil ich versäumt hatte mir einen solchen fetzen auf der französischen kanzlei in chur einzuhandeln noch von glück konnt ich sagen daß ich alle meine stücke zurückbrachte sie wollten die glänzenden rinder in ihr verwünschtes viereck bei mayenfeld treiben und begehrten sie mir abzukaufen zur verprofiantierung der festung wie sie sagten abkaufen schöner handel das ihr schlechter ein ruppiger kleiner kerl dem solche prachtstücke offenbar noch nie zu gesicht gekommen schätzte sie mir zu einem schandpreis und diese knirpse wollen behaupten ihr brot zu hause sei besser als meine vortrefflichen leibe sagte der bäcker ein bürger von tussis als sie voriges jahr hier im quartier lagen warf mir einer mein roggenbrot vor die füße weil er nur an zarten weißen weizen gewöhnt sei nicht genug ich mußte gleich darauf als hausvater ordnung schaffen und dem affen unsere kleine braune magd die oberhalb steinerin aus dem pfoten reißen die fand er nach seinem geschmacke ob schon sie wahrlich schwärzer ist als mein roggenbrot und nicht halb so appenditlich hier ging ein seltsames lächeln über das finstere gesicht eines gemmsjägers der dem bäcker gegenüber den rücken an die wand gestemmt mit gekreuzten armen hinter dem tische saß und jetzt ohne einen zug zu verändern unter seinem schnurrbarte eine reihe blendend weißer zähne zeigte der bäcker gewahrte dies stille hohnlächeln und sagte im tone vorwurfsvoller rüge ans leben aber griff ich ihm nicht um seines süßen gelüstens willen wie du joder dem armen korporal dessen seele gottgenade das war eine unnötige grausamkeit denn deine schlanke briede der er zärtliche blicke zuwarf ist ein herbes und scheues weib der angeredete erwiderte mit der größten ruhe ich weiß nicht wer das tolle zeug über mich ausstreut das du da vorbringst was jenen vorfall betrifft so habe ich ihn selbst damals ohne arg und aufschub dem amte dargetan die sache verhält sich einfach der franzose machte sich täglich mit meinem gewehr zu schaffen und lag mir an ihn auf die gemsjagd mitzunehmen auf die er sich besser als ich zu verstehen behauptete ich nahm ihn mit und stieg mit ihm am pizbeverin herum als wir über den gletscher kamen hatten sich die spalten während des langen regens etwas verändert ich sprang über ein paar breite hinweg und als ich mich umsah war der franzose nicht mehr hinter mir er muß den schwung zu kurz genommen haben so war es und so habe ich es vor gericht niedergelegt das müßt ihr mir bezeugen amannmüller das bezeuge ich dir amtlich schwarzer joder bestätigte der gelassene mit großer gutmütigkeit während auf den gesichtern einzelner gäste zweifelndes nachsinnen oder einverstandene schadenfreude deutlich zu lesen war nun das ist abgetan sagte der viehhändler kaltblütig und es geht keinen etwas an auch die franzosen werden sich nicht mehr darum kümmern denn in wenigen wochen sind wir gott und dem guten herzog sei es gedankt die fremde brut samt und sonders los das steht voran in den tusner artikeln die kräftig werden sobald der name des königs darunter steht und diese unterschrift geht die rede bringt uns heute der herzog wenn er sie bringt sagte langsam ein prächtiger alter aus dem lugnetz mit feurigen augen und weißem warte der bisher die hände auf seinen dicken hakenstock und das kinn auf die hände gestützt aufmerksam geschwiegen hatte kein zweifel meinte amann müller jürgenatsch hat uns versammelten leuten vom heinzenberg und domleschg die schwere sache erklärt und stand uns dafür daß sie richtig abgewickelt werde er muß das wissen kasutt denn er ist des guten herzogs rechte hand an jürg will auch ich mich halten sagte der weißbart denn er hat sich bei uns im lugnetz gleichermaßen dafür verbürgt daß wir durch annahme der tusner artikel in kürze das fremde volk los würden und wieder zu freiheit und ehre kämen sitzt er drüben bei den rauftegen ich möchte wohl ein wort mit ihm reden drüben habe ich ihn noch nicht erblickt antwortete müller aber angekommen ist er das ist sein rappe damit wies er durch das fenster auf die straße wo eben ein schäumendes kohlschwarzes tier in prächtigem geschirr von einem reitknechte abgeführt wurde durch das gewühl des andrängenden volkes ward auf dem platze vor der herberge von zeit zu zeit der schimmer eines scharlachkleides und eine hochragende blaue hutfeder sichtbar der alte schritt rasch auf den flur hinaus die volltönende stimme des obersten jenatsch klang jetzt von den steinstufen vor der hauspforte her wo er von einem haufen umringt neue ungestüme frager zur ruhe wies der greise lugnetzer bemächtigte sich seiner und jetzt erschienen beide vor dem offenen eingang der schenkstube deren türe dem jahrmarkte zu ehren ausgehoben worden war um den gästen freien ein und austritt zu gönnen hier hinein jörg rief der alte und gib mir und allem volke rechenschaft willig ließ sich der oberst von dem lugnetzer gewalt antun und trat neben ihm in den kreis der sich rasch durch die von ihren sitzen springenden um ihn bildete und immer dichter wurde was ist denn für ein geist des zweifels in euch gefahren sagte jenatsch indem seine augen freundlich blitzten ihr bestört mich um gewißheit ob der vertrag von giavena unterschrieben sei natürlich ist er's jetzt komme ich von finster münz wo ich grenzstreitigkeiten zu schlichten hatte wie sollt ich da um das neueste wissen aber als ich den herzog verließ war er der sache gewiß und der erlauchte herr wurde wohl nur durch seine krankheit abgehalten die akte allem volke kundzugeben höre jürg erwiderte nach einigem nachdenken der lugnetzer den herzog kenne ich nicht aber dich kenne ich und bin schon zu deinem gottesfürchtigen vater nach scharansien übergekommen als du noch ein blödes schamhaftes büblein warst deshalb hab ich zu dir vertrauen denn ich weiß aus welchem stoffe du gemacht bist nicht aus dem unserer salis und planta die das vaterland nach rechts und nach links verkaufen und ein großteil des elends auf dem gewissen haben das über uns gekommen ist von den schlichen der politiker versteh ich nichts du aber bist ihnen gewachsen mit einer golddurchzogenen scherpe werden dir die herren die hände nicht binden und unter diesem scharlachrocke er berührte den feinen stoff des geschlitzten ärmels klopft dein herz dennoch für dein volk und für dein land schaff uns die alte freiheit wieder mit dem herzog wenn er dazu taugt ohne ihn wenn es nicht anders gehen will du bist der mann das auszurichten der oberst schüttelte lachend sein kühnes haupt du hast eigene begriffe vom weltlaufgasut sagte er dein vertrauen aber sollst du nicht weggeworfen haben bleibe hier vielleicht bring ich euch heut nacht noch selber sichere nachricht däte blö erscholl hinter jenatsch eine fröhliche baßstimme du hast die rechte tür verfehlt herr kamerad drüben erwartet man dich mit ungeduld und ein gewaltiger kriegsmann schob seinen arm unter den des obersten jenatsch und zog ihn ohne umstände in die herrenstube hinüber wo er mit lärmendem willkommen empfangen wurde der oberst grüßte aber ließ keinen seiner kameraden zu worte kommen vor allem gebt mir über eines auskunft herr und rief er ihnen entgegen was ficht euch an daß ihr eure stellungen an der grenze verlassen und eure regimente im sichern domleschg aufgestellt habt dazu kann euch der herzog nicht order gegeben haben still gohler dir steigt das blut zu haupte gebt ihr mir geneigten aufschluß graf travers ihr seid der ruhigste der graf ein noch jugendlicher mann mit scharf ausgeprägten italienischen zügen und fester feinheit des ausdrucks erzählte alle hätten sie bei der nachricht vom tode des herzogs dessen ehre und persönlichkeit ihre einzige bürgschaft gewesen den gänzlichen verlust des rückständigen soldes ihrer regimenter befürchtet der wie jenatsch wisse eine million livre übersteige dieser verlust für den sie bei ihren soldaten wie der kontrakt einmal sei persönlich einzustehen hätten wäre ihrem völligen ruin gleichgekommen um diesem vorzubeugen hätten sie nur ein mittel gekannt und es zu ergreifen anstimmig beschlossen das verlassen ihrer stellungen an der grenze mit der erklärung dieselben erst dann wieder beziehen zu wollen wenn der französische kriegsschatzmeister die rückstände ausgeglichen habe die kunde vom tode des herzogs hätte sich glücklicherweise nicht bestätigt aber nachdem der schritt einmal getan gewesen hätten sie vorgezogen statt ihn zurückzutun auch dem von ihnen allen hochverehrten herzog heinrich gegenüber auf ihrem entschlusse zu beharren bis ihre gerechte forderung befriedigt sei als dieser davon gehört habe er ihnen den kriegsschatzmeister lanier mit einer kleinen abschlagszahlung der unbedeutenden summe von dreißigtausend livres zugesendet und zugleich die weisung ohne verzug ihre früheren stellungen an der grenze wieder zu beziehen was moralisch unmöglich war brach guler los da dieser kleine bösewicht uns mit gift und kalle überschüttete und die unglaubliche drohung ausstieße er wolle uns den bauch zertreten das ist unendlich unschuldiger als es klingt du scheinst vom französischen unserer kriegskameraden nur die flüche erlernt zu haben morbleu rief guler hitzig da will ich dir ein anderes beweisen ich weiß einen häßlichen witz des boshaften kobolds den ich ganz allein verstanden habe er höhnte der herzog habe ihn gesagt uns an die grenze zurückzutreiben und solcherweise das amt auszuüben das sein name bedeute dieser ausspruch ließ mir keine ruhe ich suchte das wörterbuch hervor welches mir mein in paris verstorbener bruder gewissermaßen ein verlorener sohn als einziges erbstück hinterlassen hat was heißt nun lanier ihr herren der eselträber hätt ich's gewußt als er noch da war ich hätte das männchen trotz eines korpionengifts zwischen daumen und zeigefinger zerrieben jenatsch der während dieser rede mit zusammengezogenen brauen nachgedacht hatte wandte sich auf einmal zur ganzen gesellschaft mit den worten haltet ihr mich für zahlungsfähig ihr wisst ich war immer ein guter haushalter aus meiner kriegsbeute habe ich mir in dafos ein stattliches haus erbaut und mir ringsum schöne alpen erworben überdies liegen mir summen bei amarka in venedig welche der kluge wechsler nicht müßig gehen läßt das alles deckt euch freilich nicht aber mein kredit ist aufrecht und es wäre mir nicht unmöglich das fehlende zu schaffen ich verbürge mich euch mit schriftlichem kontrakt für die ganze summe die euch der herzog schuldet ihn sollt ihr mir heute nicht belästigen denn er ist müde und krank zur gelegenen stunde werde ich beim herzog für euch reden und auch für mich denn eure sache ist die meinige und ich werde zum bettler wenn sie scheitert jetzt erhob sich ein sturm der rede in dem stimmen des bedenkens des beifalls des erstaunens sich bekämpften und mischten eine lärmende begeisterung behielt die oberhand da öffnete sich die tür und das scharfe gesicht die kleine straffe gestalt des herzoglichen adjudanten wertmüller wurde auf der schwelle sichtbar sein schnelles graues auge erfaßte die zügellose stürmische szene und sie erregte seinen entschiedenen widerwillen er meldete in kurzen worten der erlauchte herzog nähere sich thusis verbitte sich aber jeden öffentlichen empfang er wünsche auszuruhen nur dieser herr wird in einer stunde bei ihm vorgelassen schoss der einsilbige lokotenent und grüßte den obersten natsch gerade so flüchtig und so knapp als es der militärische anstand noch erlaubte drittes buch viertes bis sechstes kapitel als der oberste natsch zur zeit des sonnenuntergangs die für die kurze ruhe des herzogs bereitete wohnung betrat fand er die steintreppe hinan eilend in der offenen vorhalle des ersten stocks den zürcherischen lokotenenten mit der wachsamkeit einer bissigen docke hütete wertmüller die tür seines feldherrn vor jedem unbefugten eindrängen eben durchschritt eine schlanke feine gestalt abschiednehmend leisen fußes die halle der herzogliche privatsekretär priolo den der adjutant mit bösen blicken begleitete denn er war in seiner stachlichsten laune und mit stillen wünschen die offenbar keine segenswünsche waren aus welcher himmelsgegend hat der wind diesen her geweht fragte der oberst mit gedämpfter stimme er ist soviel ich weiß nicht mit dem herzog über den berg gekommen er wurde voll schon von einer woche nach chur vorausgesandt um die neuesten pariser depeschen abzuholen nach denen der herr verlangen trug versetzte wertmüller und sie sind in des herzogs händen fragte jenatsch leisem und mit ungewohnter hast denn sein herz fing an zu pochen kennt ihr den entscheid ist die unterschrift des königs da ich kenne nur meine order sagte der andere unhöflich und diese ist den obersten jenatsch ohne zeitverlust einzulassen wertmüller schritt voran hinein vom widerschein des abends erhelltes wohnliches zimmer dessen fenster auf die sonnig leuchtenden halden und herbstlich geröteten wälder des schönen heinzenbergs hinausschauten der oberst trat in den kleinen erker während wertmüller sich leise in ein nebenzimmer begab wo der herzog noch ausruhte es belieb euch einen augenblick zu warten schnarrte zurückkommend der lokotenent der sich unverzüglich wieder auf seinem posten in der vorhalle zurückzog der blick des allein gebliebenen haftete auf einer geöffneten ledertasche und zwei daneben auf den tisch geworfenen entsiegelten briefen die federzüge welche sie bargen entschieden über das wohl oder wehe seines landes jetzt öffnete sich langsam die türe der kammer und heinrich rohan erschien blass und hager auf der schwelle mit einer unwillkürlichen freudigen bewegung schritt er dem bündner entgegen der dem hohen herrn in raschem diensteifer einen tiefen lehnstuhl neben das fenster rückte wo der blick des reisemüden sich an der goldenen abendruhe seines berges erquicken konnte der herzog ließ sich jetzt mit sichtbar werdender abspannung nieder und richtete sein klares auge auf georgienatsch dann begann er mit leiser stimme in fragendem tone er kommt von finstermünz dieser hatte sich eher furchtvoll vor den in den sessel zurückgelehnten gestellt und betrachtete unverwandt die edlen züge welche ihn mehr als einer weise ihm verändert erschienen neben den erwarteten spuren der schweren krankheit befremdete ihn darin ein tief eingegrabener zug verschwiegenen hoffnungslosen grames der peinlich hervortrat wenn der herzog seinen lautern strahlenden blick zeitweise senkte jenatsch brannte vor begierde zu erfahren ob der von ihm mit rastloser anstrengung in bünden durchgesetzte vertrag in saint germain durch die unterschrift des königs endgültig geworden sei aber diesem antlitze gegenüber hatte der sonst vor nichts zurückschreckende keinen mut zur frage er begnügte sich auf des herzogs erkundigung zu antworten und ihm einen genauen bericht über die feststellungen der grenze zwischen tirol und unterengadin zu geben wie sie während des waffenstillstandes gelten sollten die österreicher sind langsam und umständlich ich wurde hingehalten und bis nach innsbruck gezogen sagte er wäre ich im lande gewesen niemals hätten mir meine störrischen kameraden ohne euren befehl erleuchter herr ihre posten verlassen niemals euch in tussis als erste begrüßung den widerwärtigen anblick ihres ungehorsams entgegengebracht einen schlimmeren ausdruck vor euren augen schloss erzögernd habe ich nur mit mühe verhütet und indem ich mich da mir kein anderes wirksames mittel mehr zu gebote stand meinen kameraden mit hab und gut für den ruckständigen französischen sold verbürgte ich hoffe daß ihr mir meine ungemessene ergebenheit nicht verargen werdet fügte er schmeichelnd hinzu der herzog lehnte zusammenzuckend tiefer in die kissen zurück und der schmerzliche zug in seinem angesichte trat schärfer hervor es durchblitzte ihn der gedanke welche gefährliche gewalt in die hand des menschen falle dem er einen so unerhörten von ihm nie begehrten dienst schulde aber er hielt an sich ich danke euch mein freund sagte er ihr sollt nicht zu schaden kommen solange ich selber noch etwas besitze ich fürchte lanier den ich zur beruhigung der obersten mitgeldern an sie voraussandte hat im verkehr mit ihnen nicht den rechten ton getroffen er hat sie aufs tiefste beleidigt darin muß ich zu ihnen stehen erlauchter herr und mit ihnen verlangen daß er abberufen werde nicht seine zornesausbrüche noch seinen unsere personen treffenden spott will ich ihm verdenken aber daß er wie ich aus sicherer quelle weiß unserm vaterlande das recht bestreitet überhaupt da zu sein weil es ein kleines land ist und diese vernichtende behauptung uns auf unserem eigenen bündnerboden entgegenwirft daß er uns als ein verachtetes anhängsel frankreichs behandelt das dreht jedem bündner das herz um und unmöglich ist es daß ein solcher mann länger unser brot esse und unseren wein trinke tut mir die liebe edler herr bat er in gemäßigtem tone und sorgt für seine abberufung abberufung ist auch mein entschiedener wunsch den der kardinal ohne zweifel erfüllen wird betrachtet es als abgetan um auf wichtigeres zu kommen lenkte rohan ab der die auflodernde vaterlandsliebe des bündners in diesem momente der abspannung zu scheuen schien ihr waret in innsbruck da habt ihr wohl etwas von der stimmung des erzherzoglichen hofes gegen uns erfahren gedenken uns die österreicher noch einmal im feldlin anzugreifen dazu sind eure lorbeeren noch zu frisch erlaubt der herr solange eure hand den feldherrnstab führt dürfen sie's nicht wagen aber der bündner seufzte tief laßt mich mein ganzes herz vor euch ausschütten bei der falschen kunde von eurem hinscheiden regte sich wieder alles kriechende gewürm der kabale und unsere landesverbanden von der spanischen partei fingen wieder an unterirdisch zu wühlen diese ekeln totengräber glaubten schon bündens zwei höchste kleinodien eure geliebte person und seine teure freiheit deren bürge ihr seid in die gleiche gruft versenkt in innsbruck fuhr er nach einer beobachtenden pause mit unverhehlter bewegung fort glaubt man auch jetzt da gott euch uns wieder zum leben erweckt hat nicht an den vertrag von wie hätten sie es sonst gewagt mir spanischerseits bündensunabhängigkeit in seinen alten grenzen als preis unserer trennung von frankreich anzubieten ja versucht mich durch gemeines gold von euch zu scheiden ich beschwöre euch edler herr macht diesen vorspiegelungen ein ende indem ihr die zwischen uns vereinbarte und von eurem könig unterschriebene akte allem volke kundgebt sonst wird bündnen an frankreichs absichten irre die spanischen versprechungen verwirren die gemüter und wir versinken wieder in das blutbad des bürgerkriegs aus dem ihr uns emporzogt der herzog antwortete nicht er erhob sich rasch trat ans fenster und blickte nachdenklich in die berglandschaft hinaus deren untere stufen im schatten lagen während die höchst gelegenen weiler noch in der sonne glitzerten gott weiß wie lieb mir dieses land ist wandte er sich jetzt zu jenatsch und wie gerne ich alles daran setze um es wieder glücklich und frei zu machen darum versteht niemand besser als ich eure eifersüchtige vaterlandsliebe auch wo sie sich ungeduldig und rau und heute mir dem redlichsten freunde bündens gegenüber ehrlich gestanden grausam äußert doch gebt ihr mir zugleich so überzeugende beweise von eurer aufopferung und treue da ihr bei euren kameraden für frankreichs ehrenhaftigkeit mit all dem euren einsteht und mir die von spanien versuchten intrigen und bestechungen aufdeckt daß ich glaube euch volles vertrauen schenken und auch in den schwierigsten fällen auf eure sicheren dienste zählen zu dürfen darf ich das georg auch wenn ich euch viel geduld und selbstverleugnung zumute wie könnt ihr an mir zweifeln sagte jenatsch mit leidenschaftlicher wärme und einem blicke schmerzlichen vorwurfs offenheit also gegen offenheit fuhr rohan fort und legte die hand auf des bündners schulter vertrauen gegen vertrauen es ist mir peinlich auszusprechen der vertrag von kiavenna ist von paris zurückgekommen ohne unterschrift und mit änderungen die ich nicht billige die ich eurem volke nicht zumuten und nicht vorschlagen will bei diesen traurig und leise gesprochenen worten sah der herzog den bündner in das ausdrucksvolle gesicht wie nach der wirkung des ungern gemachten geständnisses forschend es blieb unbewegt aber überzog sich langsam mit fahler blässe und welche sind diese änderungen gnädiger herr fragte jenatsch nach kurzem schweigen zwei hauptpunkte französische besatzungen in der rheinschanze und im feldlin bis zum allgemeinen frieden und für die in diesem katholischen landesteile begüterten protestantischen bündner beschränkung ihres dortigen aufenthalts auf jährlich zwei monate ein unheimliches wetterleuchten flog durch die züge des bündners dann sagte er fast gelassen das eine ist unsere politische auslieferung an frankreich das andere ein unerträglicher eingriff in die verwaltung unseres eigentums beides sind unmögliche bedingungen auch dürfen sie nicht im vertrage stehen bleiben sagte rohan mit bestimmtheit ich will meinen ganzen persönlichen einfluß beim könige in die waagschale werfen will meine ganze überredungsgabe erschöpfen den kardinal über den entscheidenden ernst der lage aufzuklären will nichts unversucht lassen die verderbliche einwirkung des paters joseph zu lähmen denn dieser vermutlich ist der böse der unkraut unter unseren weizen sät wegen des schnöden roten hut des wonach dieser kapuziner gelüstet und für den er dem heiligen stuhl eine berücksichtigung in der politik meines edlen vaterlandes verschaffen soll die einer fremden macht nicht gebührt darf das ehrenwort eines rohan keinen schaden leiden schon habe ich beschlossen meinen geschickten priolo nach paris zu senden mit dringenden briefen an den könig selbst und an den kardinal morgen wird er abreisen gehorchte ich meinem verletzten persönlichen ehrgefühle wahrlich heute noch legte ich mein kommando nieder aber das darf ich nicht um euretwillen ich zweifle daß meine liebe zu euch und meine persönlichen verbindlichkeiten mit meinem feldherrnstab auf meinen nachfolgerin bünden übergingen das tut uns nicht an rief jenatsch erschrocken bei eurem heil nein bei dem unsern beschwör ich euch tut es nicht lasst nicht das werk eurer hände stoßt uns nicht in einen solchen abgrund der ratlosigkeit darum will ich bis ans ende ausharren fuhr der herzog mit einer festigkeit fort wie sie die klar erkannte pflicht gibt aber wisst jenatsch von euch erwarte ich hier im lande alles durch mein grenzenloses zutrauen seid ihr in meine sorgen und in die schwankungen des loses eingeweiht dass ich im festen glaubend war eurer heimat schon gesichert zu haben ihr seid es allein ich weiß ihr ehret mein vertrauen durch unverbrüchliches schweigen beruhigt eure landsleute ich sehe welche außerordentliche ja wunderbare macht ihr auf die gemüter ausübt schaffet frist haltet den glauben an frankreich aufrecht versichert eure bündner daß der vertrag von chiavenna wenn auch heute noch nicht verkündet doch in bälde in kraft treten muß und ihr werdet bei der wahrheit bleiben denn mit gottes hilfe überwinden wir die widerwärtigen heute nacht noch ziehe ich weiter nach kur bringt mir dorthin bald über die stimmung des landes bericht jenatsch bückte sich tief über die hand des herzogs und suchte dann noch einmal sein auge mit einem ausdrucke sprachlosen schmerzes rohan sah in diesem langen seltsamen blicke die teilnahme eines getreuen an seinem ausnahmsweise herbenlose er ahnte nicht welche wandlung sich im geiste des bündners zu dieser stunde vollzog und daß george natsch nach innerem schweren kampfe sich von ihm lossagte ihr tut wohl edler herr sagte der oberst sich beurlaubend in der guten stadt kur euren sitz zu nehmen ihr seid dort hochgeliebt und solange die kurer euer angesicht sehen und ihr es seid o herr der den könig in bünden vertritt wird das land nicht aufhören von frankreich das beste zu hoffen der herzog sah dem scheitenden sorgen voll nach ohne misstrauen aber im gefühle das wie er selber eine zuversicht an den tag gelegt die nicht in seinem müden herzen war auch der bündner die stürme seines unbändigen gemüts niedergehalten und vor ihm verheimlicht habe er blickte noch eine weile im innersten entmutigt und traurig hinüber an den dunkelnden berg eine klage entwand sich seiner brust herr seufzte er warum hast du deinen diener nicht in ehren dahinfahren lassen vierten kapitel fünftes kapitel jenatsch war hinausgeeilt ein sturm wild streitender gedanken tobte in seinem innern den vor dem herzog niederzuhalten ihn anstrengung gekostet hatte er verabscheute die möglichkeit während dieses seelenkampfes irgendeinem menschen rede stehen zu müssen mit eilenden schritten stieg er das gewühl des wachen dorfes unter sich lassend die dämmerigen bergwiesen hinan und ließ seine zornigen gefühle dahinstürmen wie eine schar ins gebiss knirschender rosse aber sein berechnender geist behielt die zügel und lenkte die brausenden mächte seines gemüts auf immer neuen immer gefahrvolleren aber wohlbemessenen bahnen das ziel wonach er sein ganzes leben lang gerungen das seine tage beschäftigt und seine nächte beunruhigt hatte um das er mit den verschiedensten kräften seines wesens gekämpft das ziel wonach er auf den blutigsten irrwegen geklommen und dem er sich seit jahren mit gebändigtem willen als ergebenes werkzeug einer edlen und wie er glaubte in ihrem machtkreise unbeschränkten persönlichkeit auf dem sicheren wege der gerechtigkeit und ehre genährt hatte dies ziel das er noch heute mit der hand berührte es war ihm entrückt nein es war vor ihm versunken denn eines stand vor seiner seele mit entsetzlicher klarheit bünden sollte nie frei werden sollte nach der absicht des allgewaltigen und gewissenlosen geistes der frankreichs schwachen könig beherrschte und dessen innere und äußere politik nach gefallen lenkte aufbehalten werden bis zum allgemeinen frieden dann von richelieu in die zu verteilende masse verfügbarer länder geworfen unter die übrigen tauschobjekte gemengt war seiner armen heimat unvermeidliches schicksal beim länderschacher des friedensschlusses auf den markt gebracht und diesem oder jenem einen günstigen handel anbietenden zugewogen zu werden der herzog trug keine schuld daran er liebte bünden und wollte es freigeben aber er war nicht stark genug seinen willen gegen den ihn missbrauchenden des kardinals durchzusetzen er wagte es nicht sich mit einem nebenbuhler zu messen der über den schranken der gewissenhaftigkeit stand er scheute sich seinen gegner mit jenen wirksamsten waffen zu bekämpfen die richelieu mit meistersaft führte war es nicht möglich diese von rohan kindisch verschmähten waffen zu ergreifen dem jäger selbst eine schlinge zu legen wo galt die menschliche gerechtigkeit die der herzog verwirklichen wollte wo war ihr urbild die göttliche um sie zu ehren zu bringen und zu belohnen eitle träume beides ein frommer tor nur konnte daran glauben der herzog war blöde genug zu meinen der kardinal anerkenne die gültigkeit des von dem mächtigen einem schwachen gegebenen wortes er war törich genug zu wehnen ein zugunsten der hugenotten im bürgerkriege gezogenes schwert könne jemals von richelieu vergeben und vergessen werden es sei möglich durch ruhmreiche dienste den hass des mächtigen ministers auszulöschen er war so blind nicht einzusehen dass gerade seine zu frankreichs ehre verrichteten heldentaten für den eifersüchtigen ein grund mehr waren ihn zu beargwöhnen und ihn aufzuopfern wohin aber war es gekommen mit diesem christlichen ritter er stand am rande des abgrundes ein verlorener mann und jenatsch haßte ihn in dieser stunde darum daß er ein betrogener und besiegter war doch unglaublich er selber hatte sich ja verblenden lassen durch ein gefühl bewundernder liebe zu diesem edlen menschenbilde er hatte geglaubt daß der wert reiner gesinnung der ihn berückt hatte auch in der rechnung des kardinal seine zahl sei ja wohl hatte richelieu mit dieser zahl gerechnet und jenatsch selbst doch nicht er allein verzweiflung ergriff ihn sein vaterland war ein opfer dieses betrugs vielleicht war noch rettung möglich weg jetzt mit jedem hemmenden bedenken mit allen banden der dankbarkeit mit allen berückungen der liebe mit jeder eigensucht eines reingehaltenen charakters hinunter mit der vergangenheit weg die fesseln ihrer liebgewordenen überzeugungen und vorurteile gelöst werde jeder zusammenhang des dankes und der treue jetzt vertiefte sich jenatsch mit einem durch das gefühl der gefahr geschärften geiste in die schlangenwege und berechnungen der französischen politik eine befürchtung die rohan ihm preisgegeben ließ ihn einen schlüssel finden zu den gedanken des kardinals es ist nicht anders sagte er zu sich richelieu überläßt uns seinen protestantischen feldherrn solange der selbstgetäuschte auch uns aufrichtig zu täuschen vermag stirbt des herzogs glaube oder unser glaube so ruft er ihn plötzlich ab und ersetzt den christlichen worthalter durch einen soldaten der seine kreatur ist ich aber will fuß fassen auf dieser hogenottischen ehre ich stelle mich auf diesen felsen ich halte es fest dieses gute französische pfand und er schloß die eiserne faust er sah nach wie das möglich wäre und es trat ein judas gedanke aus seiner seele und stand plötzlich in so nahe hässlichkeit vor seinem angesichte das ihn schauderte aber er sagte sich mit einem sicheren lächeln der gute herzog wird mich nicht durchschauen wie sein gott den judas rasch wandte er den blick weg von dem pfarrate an diesem reinen er konnte ihn vollbringen aber nicht betrachten hinüber richtete er das auge nach dem fernen frankreich und er forderte den großen kardinal zum zweikampf in die schranken seines berglandes mann gegen mann list gegen list frevel gegen frevel und sein herz brannte in wilder freude weil in bünden einer war der sich der schlauen eminenz gewachsen fühlte so durchjagte den natsch das reich der möglichkeiten mit rastlosen gedanken er achtete des weges nicht und jetzt eilte er schon im nächsten tal abwärts gelegenen dorfe längs einer langen kirchhofmauer dahin als er gewahr wurde dass ein barfüßiges bauernkind eilig neben seinen langen schritten einher lief die kleine hielt schon längst einen brief in die höhe der ihr wie sie ehrerbietig ausrichtete von der schwester perpetua für seine gnaden den herrn oberst übergeben worden sei welchen die schwester an der pforte des grostergartens habe vorübergehen sehen der oberst blickte um sich er war in katzis er verabschiedete die kleine und lenkte wie vom finger des schicksals berührt in die dorfgasse ein wo sich die lichter entzündet hatten er hatte auf dem umschlage im letzten dämmerscheine die handschrift seines alten freundes des paters bankrats zu erkennen geglaubt am fenster eines erdgeschoßes sah er ein graues mütterchen beim scheine der ampel spinnen er lehnte sich außen an die mauer so daß ein spärlicher strahl auf das blatt fiel und las hochmögender herr oberst ich erdreiste mich euch einiges zu melden das für euch und unser land wichtig sein kann der vertrag von chiavena ist ein vergängliches blendwerk das uns die eminenz in paris vorspiegelt seit ich in mailand verweile wurde mir zur gewißheit was mir schon früher eine in meinem kloster am gomersee zufällig aufgefangene rede verriet kurz vor der weinlese herbergte dort ein französischer ordensbruder ein beredter prediger der zur erholung seiner abgearbeiteten lunge und des ewigen heiles wegen wozu gott uns allen in gnaden verhelfe den weg nach rom angetreten hatte beim nachdessen im refektorium klagte der prior mit ihm über die zeitläufte und bedauerte daß das waltelin durch den vertrag von chiavena wiederum zu bünden geschlagen werde darüber seid ohne sorgen fuhr der franzose heraus der nicht wußte daß ein guter bündner am tische saß daß dieser vertrag kein saldo wert ist weiß ich aus bester quelle als ich mich in paris vor meiner abreise bei meinem superior dem per joseph beurlaubte kam ich gerade dazu wie dieser und der nunzius des heiligen vaters den entwurf des besagten vertrages ihren prüfenden blicken unterwarfen der nunzius ließ sich hart dagegen aus der hitzige per joseph aber zerknitterte das papier in seiner faust ballte es zu einer kugel zusammen und warf es in den winkel mit den worten dieser vertrag eines ketzern wird niemals gelten ich verhielt mich mausestill aber hatte meine gedanken denn was der per joseph bedeutet wißt ihr besser als ich hier in mailand wo ich mich in ordensgeschäften seit zehn tagen aufhalte wurde ich gestern in den palast des gubernatore gerufen um seinem gesinde wegen eines häuslichen diebstahls ins gewissen zu reden da beschied mich der herzog der meine bündnerische herkunft erfahren zu sich und sagte mir halb ernst halb scherzweise wie ich jetzt euch vor augen habe pater pankratz möcht ich wohl den obersten jenatsch leibhaft vor mir sehen es wäre mir ein leichtes dem verständigen manne da zu tun daß der vertrag von gerwinna nichts ist als ein verdorbenes pergament daß euch frankreich das veltli nie zurückgibt und daß spanien euch bündnern bedingungen machen könnte bei denen ihr euch ganz anders stündet pater pankratz ihr habt mir den gestohlenen siegelring hervorgezaubert könntet ihr mir euren jenatsch den einzigen mit dem mir zu verhandeln möglich ist auf dieselbe stille und prompte weise in dies kabinett bringen so solltet ihr eurerseits wunder erleben da kam es wie eine erleuchtung über mich euch von dieser merkwürdigen redekunde zu geben kommt ihr so werde ich dafür sorgen denn ich bleibe einstweilen in mailand daß ihr außer dem hohen herrn von niemand erblickt werdet könnt ihr euch daheim nicht frei machen was ein unglück wäre so schickt eine vollmacht aber nur durch einen mann dem ihr traut wie euch selbst wenn ihr einen solchen kennt vergebt meinen vorwitz und säumt nicht der für meines herrn obersten zeitliches und ewiges heiltäglich betende pater pankratz das schreiben des kapuziners dessen menschen erfahrende klugheit und schlaue vorsicht der oberst zu gut kannte um sich über das gewicht und den ernst dieser mitteilung zu täuschen deckte ihm in blitzartiger beleuchtung die windungen eines halsbrechenden pfades auf vielleicht hatte in schlimmen entmutigten stunden sein blick schon früher sich zuweilen dahin verirrt aber immer hatte er ihn mit einem gefühle der verachtung seiner selbst erschrocken und ekelnd wieder davon abgewandt dieser weg der gefahr und schande war das bündnis mit spanien jene macht die er von kindheit an mit der ganzen kraft seines jungen herzens gehaßt die er dann in vermessenem jugendmute mit fast wahnsinniger vor keinem greuel zurückbebender leidenschaft bekämpft welcher er sein ganzes leben hindurch als todfeind gegenübergestanden und deren eigennützige und wortbrüchige politik er auch heute noch tief verachtete sie bot ihm die hand er konnte diese hand ergreifen nicht ihn treu und glauben wohl aber um von ihr die französische schlinge lösen zu lassen und sie dann zurückzustoßen jetzt entschloß er sich dazu langsam wandelte er auf der dunklen heerstraße nach thusis zurück es ward ihm schwer zu brechen mit der ganzen vergangenheit er wußte daß er sich selbst in seinen lebenstiefen damit zerbrach dort jenseits des rheins im doblech lag das dörfchen charans dessen armer pfarrer sein gottesfürchtiger vater in geradheit und einfalt ihn aufgezogen und ihn zur treue im protestantischen glauben und zum hasse der spanischen verführung ermahnt hatte dort unfern davon stand der turm von riedberg wo er den vater lucretias der seiner kindheit wohl gewollt als willkürlicher blutrichter nächtlicherweise überfallen und grausam erschlagen hatte das giorgio guardati des treuenmädchens schlecht vergeltend was dort schimmerte waren die erhellten fenster der einsamen lucretia und wieder stürzten seine gedanken in eine neue bahn er selbst konnte dem dringenden rufe des mit serbellonis auftrag betrauten pankrats jetzt unmöglich folgen er musste als verderblicher dämon unter der maske der treue neben dem herzog bleiben als argwöhnischer wächter jede seiner bewegungen beobachten und um jeden preis verhindern dass der ermattete kranke seinen feldherrnstab nicht am ende doch in die hände richelieus niederlege wer aber konnte an seiner stelle mit serbelloni unterhandeln allerdings nur einer dem er traute wie sich selbst aber dieser mann war nicht vorhanden noch einmal blickte er nach den fenstern von riedberg hinüber ein schneller gedanke durchfuhr ihn und stand nach einem augenblicke der überlegung als klarer entschluß in ihm fest mit raschen schritten eilte er nach thusis zurück vor der herberge standen ein haufen marktleute schweigsam und in gedrückter stimmung denn sie hatten auf ihn und einen günstigen bescheid vom herzog lange gewartet der alte lugnetzer trat ihm aus der im dunkel zusammengedrängten gruppe entgegen mit der frage auf den lippen die ihrer aller gemüt beunruhigte aber jenatsch ließ ihn nicht zu worte kommen hört an liebe landsleute und bewahrt es in einem feinen herzen rief er mit eindringlicher aber gedämpfter stimme der winter steht vor der tür bleibet ruhig daheim in euren dörfern und erharret den lenz kommt die schneeschmelze zu anfang des märzen dann machet euch und eure ehrenwaffen bereit ich lade euch zu einem tage nach chur stunde und losung wird euch noch gesagt werden dort richten wir im namen gottes den drei bünden ihre alte freiheit wieder auf die leute hatten in feierlichem schweigen zugehört als jenatsch geendigt dauerte die stille noch eine weile fort dann begannen sie die sache flüstern sich auszulegen bis sie tief in der nacht auf ihre heimwege sich zerstreuten aber er der zu ihnen geredet stand nicht mehr in ihrem kreise der oberst guler hatte ihn weggeholt und streckte ihm jetzt in der gaststube inmitten der offiziere ein papier und eine eingetunkte feder entgegen da ist der pakt nach soldatenart kurz gefaßt sagte er hast du noch die edle courage derun du dich heute berühmtest ventrebleu so unterschreib ihn der angesprochene stellte sich unter den leuchter und las wenn der rückständige solz der bündnerischen regimenter binnen jahresfrist von frankreich nicht ausgezahlt wird haftet den bündnerobersten für ihr guthaben sei es ganzes oder rest der entunterzeichnete mit seinem sämtlichen liegenden und fahrenden gut jenatsch ergriff die feder strich die zwei einzigen worte von frankreich und unterschrieb ende des fünften kapitels sechstes kapitel kurze zeit nachdem schwester perpetua den ihrer klugheit als sehr wichtig empfohlenen brief des abwesenden beichtigers glücklich bestellt hatte trippelte sie ein arzneikörbchen am arme und eine kleine hornlaterne in der hand über die rheinbrücke bei dem dorfe silz jenseits derselben besaß das kloster einen hof dessen pächter krank da niederlag die heilkundige war heute für den vom fieber geschwächten mann durch eines seiner kinder das die klosterschule besuchte um rat und hilfe angerufen worden sie scheute den nächtlichen gang nicht so wenig daß sie nachdem der sieche sich ihrer tröstungen erfreut statt das angesicht wieder der brücke und ihrem kloster zuzuwenden auf dunklen aber ihr wohlbekannten straßen in der richtung weiter eilte aus welcher ihr die lichter des schlosses riedberg entgegenschimmerten schon klopfte sie ans tor das der alte lukas ihr brummend aufschloss und bald darauf saß sie neben der edlen herrin in einem altertümlich schmucklosen aber lieblich erleuchteten gemache vor einem herbstlichen kaminfeuer und trocknete die vom nachttaue durchnäßten ränder ihres klostergewandes die schweigsame lucretia mit erbaulichen gesprächen ergötzend das schreiben des paters von dessen überredungsgeist die nonne eine hohe meinung hatte die flüchtige erscheinung des obersten vor der klosterpforte das glänzende geldstück das er der kleinen barfüßigen botin gereicht arbeiteten in ihrer frommen einbildungskraft dies alles hatte sie der himmelweis durch welche gedankenverknüpfungen bewogen dem fräulein unverzüglich einen nächtlichen besuch abzustatten und diese ereignisse haarklein zu erzählen der oberst war meinte sie wie ein von gewissensbissen gefolterter kain um die mauern der heiligen zufluchtsstätte geirrt sie würde lobpreisen und anbeten aber nicht erstaunen wenn gott hier ein großes wunder vorbereitete um diesen wütenden feind des christkatholischen glaubens den ketzern zu beschämenden zeichen in den schoß der alleinseligmachenden kirche zurückzuführen da lucretia nach ihrer stillen weise nur mit einem traurigen lächeln darauf antwortete fuhr die fromme schwester mit steigendem eifer fort bleibet liebe tochter nicht kalt und ungläubig vor der glückseligen aussicht auf die mögliche bekehrung eines so gewaltigen sünders betet lieber daß dies unerhörte geschehe denn euer gebet fräulein lucretia die ihr den blutigen mann nach dem natürlichen menschen hassen und verabscheuen müßt wäre allerdings bei den heiligen besonders wirksam und ihnen als ein schmerzliches opfer vorzüglich angenehm noch kräftiger wäre es freilich wenn ihr dieses gebet als verlobte brautgottes mit einem durch das dreifache gelübte von allen weltlichen erinnerungen gelösten herzen darbringen könntet schwester perpetua sagte dies mit einem tiefen seufzer und machte sich in erwartung einer antwort die ausblieb mit dem feuer zu schaffen ach ihr war nicht entgangen dass der klösterliche beruf lucretias an den sie unentwegt glaubte dieser noch immer nicht klar geworden ja seit die verwaiste in ihr väterliches haus eingezogen ihr wieder mehr in die ferne gerückt war sie stand allein unter dem in diesen kriegerischen zeitläuften verwilderten schloßgesinde und den verarmten über die französische bedrückung tägliche klagen vor ihr ohrbringenden dorfleuten und diese einsamkeit tat ihr offenbar nicht wohl da war lucas der rachsüchtige graubart der das schwarze kreuz an der mordmauer nicht erblassen ließ und der das immer scharf gehaltene todesbeil wie eine reliquie in einer wurmstichigen eichentruhe sorgfältig verwahrt hielt der fräulein musste fürchtete die schwester immer tiefer in sich selbst und die ihr gemüt von allen seiten umrankenden jeden neuen lebenskeim erstickenden erinnerungen versinken sie konnte den riß nicht überwinden der altes und neues für sie trennte sie lebte wenig in der wirklichkeit sondern verkehrte im geiste mit ihrem toten vater von dessen gemütsat sie viel geerbt hatte und dem sie mit jedem jahre in auffallender weise auch in ihrem aussehen ähnlicher wurde es war dieselbe pracht der gestalt dieselbe stolze haltung ihr ohm der freiherr rudolf war in der verbannung gestorben und sie hatte außer seinem niedrig gesinnten und eigennützigen sohne keine näheren sippen eine verwandte ihrer mutter lebte noch in kur und sie pflegte sie zu besuchen aber diese gräfin travers war durch schwere schicksale und ein überlanges leben versteinert und wenn auch gut katholisch kaum mehr als ein stumpfes echo längst verschollener tage daß lucretia mit den juvaltau fürstenau und dem auf andern nachbarschlössern sitzenden adel keinen umfang flog das freilich konnte ihr perpetua unmöglich verdenken denn jene waren alle protestanten und gehörten zu der französischen partei so war lucretia völlig allein warum denn verließ sie ihren düstern einsamen pfad nicht warum trat sie nicht in die gemeinschaft der demütigen töchter des heiligen dominikus während die schwester dergestalt ihren lieblingsgedanken durcheilte drehte lucretia schweigend ihre spindel und verfolgte einen andern sie fragte ihr herz wie es denn möglich sei daß jürg in seiner wildesten blutigsten zeit ihrem gefühle und verständnisse weniger fremd gewesen als jetzt da er in den räten des landes und im hergefolge des französischen herzogs unter die geachteten und angesehenen zählte zweimal seit ihrer heimkehr hatte sie georg wenn sie zu besuch bei ihrer muhme in chur war von ferne erblickt eines abends stand sie neben dem lehnstuhle der alten dame und schaute durch das eiserne laubwerk am gitterkorbe des fensters während der sonnenschein gradweise das pflaster des platzes verließ und nur noch auf dem sprudelnden wasser des marktbrunnens blitzte der oberst schritt längst der gegenüberstehenden häuserei auf und nieder an der seite einer gravitätischen magistratsperson die jedes wort das von seinen lippen viel mit begieriger aufmerksamkeit anhörte und seine aussprüche mit beistimmendem kopfnicken begleitete es schien sich um einen schweren rechtsfall zu handeln ein andermal umgab den obersten ein kreis französischer edelleute mit denen er nach der mittagstafel in schneller lustiger scherzrede sich erging immer aber klang es so hell von seinem munde und leuchtete es so geistvoll von seiner stirn daß er als einer jener seltenen günstlinge des glücks erschien die sich alle wege des erfolges zu öffnen und zu ebnen wissen und die das vergangene und unabänderlich wie eine lästige fessel abwerfen ich weiß es jetzt gestand sie sich dieser freund von jedermann ist nicht der jürg mehr den ich liebte nicht der schäuferwegene knabe mit den dunklen verschwiegenen augen der mein beschützer war nicht der zornig dahinbrausende der mein glück wie ein die ufer zerreißender wildbach in trümmern warf nicht der mann gegen den ich in meinen racheträumen die hand erhob nicht der traute den ich nach jahren des jammers auf dem bernhardin wieder zu erkennen glaubte und in die arme schloss nein es ist ein weltgewandter höfling ein berechnender staatsmann aus ihm geworden er will sich von mir scheiden und loskaufen darum gab er mir mein riedberg wieder er scheut mich wie einen vorwurf er flieht mein antlitz wie das einer toten und sie vergaß daß sie selbst ihn drohend beschwor und die schwelle ihres hauses nimmer zu überschreiten heilige mutter gottes was ist das für ein lärm fuhr jetzt schwester perpetua auf denn im schloss zwingerer schon ein rasendes gebell der hofhunde man hörte das schelten der sie beschwichtigenden knechte dazwischen wiederholte schläge gegen das tor und als lucretia das fenster öffnete eine mit langsamer bedenklichkeit geführte unterhandlung zwischen lucas und der gebieterischen stimme eines einlaßbegehrenden nun erschien der alte selber mit der bestürztesten miene deren seine felsenharte züge fähig waren es verlangt einer allein mit euch zu reden fräulein sagte er der oberste nacht stehn gotts strafe setzte er leiser und mit innerer empörung hinzu lucretia stand groß und bleich sie hatte die stimme vor dem hoftore am ersten laute erkannt laß sie nicht warten führe ihn hierher befahl sie dem alten der sie fragend ansah und nur zögernd gehorchte die nonne hatte sich erhoben und eine still beobachtende stellung in der tiefen fensternische eingenommen dort lag auf der bank ihr nachtmantel sie strich ihn zurecht aber legte ihn nicht um rasche schritte näherten sich und georg jenatsch stand vor lucretia mit entschlossenem freudigem antlitz und grüßte sie als bekannte doch mit großer ehrerbietung schwester perpetua betrachtete mit einem ausdrucke frommer einfalt aber den schärfsten blicken ihrer halbgeschlossenen augen die beiden großen gestalten und sie wunderte sich kein keinsmal war auf der hohen offenen stirn des obersten zu entdecken und merkwürdig die planta stand neben ihm mit strahlenden augen kühn und trotzig wie einst herr pompeius geblickt und schien zur höhe ihres gewaltigen feindes emporzuwachsen das von perpetua sehnlich erwartete gespräch jedoch begann nicht die schloßherrin richtete das wort an lucas der mit drohender miene an der türe stehengeblieben war die fromme schwester begehrt nach haus die nacht ist dunkel und der weg weit begleite sie mindestens bis jenseits der baufälligen rheinbrücke und damit nahm das fräulein von perpetua herzlichen abschied so stand die schwester ehe sie sich dessen versah am hof tore lucas aber entzündete eine pechfackel und schritt mit der rauchenden leuchte vor ihr her in die nacht hinaus jetzt schickt sie mich weg murrte er hörbar als wollte er es der frommen schwester klagen und es wäre gerade der rechte ort und augenblick als jenatsch mit dem fräulein allein war und ihm gegenüber am feuer saß begann er mit kurzen klaren worten ihr seid gerechtermaßen erstaunt lucretia daß ich das haus eures vaters betrete doch ich weiß ihr traut mir zu daß ich nicht gekommen bin euch zu verwirren mit wünschen die ich in meinem geheimsten herzen gefangen halte sonst hättet ihr mich nicht in den wiederhergestellten burgfrieden von riedberg eingelassen und doch komme ich etwas von euch zu verlangen einen großen dienst den ihr mir leisten werdet wenn ihr unser land so lieb habt wie ich von euch glaube und wie ich selbst es liebe denn an meiner stadt müßt ihr handeln ich schließe ein bündnis mit spanien dies ist unsere einzige rettung richelieu verrät uns und der gute herzog ist sein spielzeug ein schönes scheinbild womit der gewissenlose uns täuscht und blendet aber wer knüpft das rettende tau ich selbst kann hier nicht fort weil ich unser volk zum bewusstsein der über ihm schwebende gefahr aufwecken und den herzog den ich als pfand behalte mit beweisen meiner ergebenheit einschläfern muß ihr staunt daß ich spaniens feind zu diesem gifte greife wundert euch nicht wenn ich nicht meine vergangenheit zerstöre und mein altes ich von mir werfe so kann ich nicht meines landes erlöser sein und bünden ist verloren servellone erwartet mich selbst oder einen dem ich traue wie mir selber wenn ich sagte er einen solchen kenne ich traue nur euch lucretia richtete den blick mit zweifelnder frage auf das von der flamme beleuchtete altbekannte antlitz und las darin die höchste spannung der tatkraft und einen tödlichen ernst ihr wißt jenatsch sagte sie welcher partei mein vater angehörte wie und warum er starb ihr wißt wie ich ihm glaubte und ihn liebte ich konnte mich nie mit gedanken befreunden die nicht die seinigen waren so ist das französische wesen trotz der väterlichen güte des herzogs gegen mich heimatlose mir immer fern und fremd geblieben ich habe mich nie darin zurechtgefunden ihr aber seid von spanien durch viele blutschuld von alters her getrennt ihr jürg verdankt dem guten herzog das leben und euren ruhm er hat euch mit vertrauen überschüttet und ihr kennt seinen herzlichen willen gegen unsere heimat habt ihr ihn denn nicht lieb könnt ihr ich will glauben der heimat zum besten immer nach neuem greifen und ohne daß ihr daran untergeht das alte wesen wie eine schlangenhaut abstreifen was ist dir der herzog lucretia rief er wie magst du um einen fremdling sorgen bist du noch so weichlichen herzens nach allem was du gelitten nach allem was ich selbst an dir und deinem hause gefräfelt habe schau um dich in allen unsern tälern trümmer und brandstätten soll hier nie friede werden nie freiheit und gesetz hierher zurückkehren der herzog kann uns nicht herausziehen er will sein fromm hochzeitlich kleid nicht beflecken doch auch ich habe eine rede gottes für mich ich wölbe mir die himmel spricht der herr den spielraum der erde aber überlass ich den menschenkindern siehst du nicht lucretia wie wir alle in diesen bürgerkriegen geborenen ein freches schuldiges geschlecht sind und ein unseliges dort hat der bruder den bruder erschlagen und hier liegt trennend eine leiche zwischen zweien die sich lieben und angehören darum lass uns nicht kleiner sein als unser los ich stehe am steuer und lenke bündens schifflein durch die klippen mit schon längst blutüberströmten händen nimm ein ruder und hilf mir zweifle nur jetzt nicht an mir hilf mir lucretia drang er in sie und was willst du dass ich tun soll sagte die bündnerin und ihre augen begannen unternehmend zu leuchten geh nach mailand viele raschen freudig ein dort findest du den bankrat der dich beim gubernatore einführen wird serbeloni kennt dich vom früher her als die welche du bist unterhandle mit ihm über die bedingungen die ich dir niederschreiben will hast du mir etwas zu berichten so tue es durch den pater dessen beistand dir in allen fällen gewiß ist ist es dein ernst fragte sie erstaunt wenn du mich als deine unterhändlerin nach italien schickst wie will ich mich im labyrinth der politik zurechtfinden ich verlange nichts von dir ermutigte er als was du kannst und ich dir auch sonst zutraue daß du mein geheimnis bewahrest und müßtest du es mit dem leben schützen und daß du in der unterhaltung von meinen bedingungen nicht um eine linie abweichest im übrigen wird dich der brave bankrat vortrefflich beraten gib mir tinte und feder ich will dir die punkte aufzeichnen die du festzuhalten hast lucretia erhob sich und schritt zu der mit astreichem nußbaumholze bekleideten rückwand des durmzimmers dort ließ sie die platte ihres in das getäfelkunstreich eingefügten schreibtisches auf die gabelförmige eisenstütze nieder der oberst schrieb während ihm das fräulein aufmerksam über die schulter blickte donna lucretia planta meine bevollmächtigte wird mit der exzellenz des herzogs erbelloni für mich aufgrund folgender bedingungen unterhandeln der gubernatore stellte einen heerhaufen von über zehntausend mann bei fort fuentes an den eingang des feldlins er trifft das abkommen mit dem hofe in innsbruck das ein kaiserlicher heerhaufe von derselben stärke gegen die bündnerische nordgrenze bei finstermünz und am luciensteig vorrücke die führer bei der heere gehorchen dem obersten jenatsch und betreten den bündner boden nicht ohne dieses obersten schriftlichen befehl der oberst jenatsch verpflichtet sich gegenüber spanien in weniger als jahresfrist den abzug aller in bünden stehenden französischen truppen bis auf den letzten mann zu bewirken dafür verspricht die krone spanien die völlige unabhängigkeit der drei bünde in ihren alten grenzen anzuerkennen und zu gewährleisten noch einmal überschaute heenatsch die trocknenden federzüge dann setzte er seinen vollen namen unter das schriftstück während er vor der ihm entgegentretenden gestalt einer ungeheuren tat insgeheim erbebte wie vor einem heraufbeschworenen dämon der ihm helfen oder ihn verderben konnte war das fräulein mit ihren blicken den seinig über das blatt gefolgt und hatte sich mit einem unternehmen dessen praktische seite ihr einleuchtete schneller als zu erwarten war vertraut gemacht es schien ihr daß es sich um einen raschen klar geplanten vielleicht unblutigen handstreich handelte und das war ihr lieber als wenn ihrer einfachen natur zugemutet worden wäre die fäden eines verwickelten intrigennetzes in die hand zu nehmen und zusammenzuknüpfen in dem augenblicke als jenatsch die vollmacht zusammenfaltete und dem fräulein übergab zeigte sich der alte kastellan der seine rückkehr möglichst beschleunigt hatte auf der schwelle und der oberst befahl ihm seinen rappen vorzuführen diesen grauen bären vergiß mir nicht auf die fahrt mitzunehmen lucretia seine treue ist alt und seine tatzen sind noch gefährlich sagte er freundlich sprang auf und trat mit dem fräulein ans fenster er zögerte zu scheiden die nacht ist klar geworden sprach er hinausblickend wann gedingst du zu reisen morgen vor tag erwiderte lucretia durch bankrat wirst du zuerst von mir hören jürg du bist ein gar großer herr geworden wie könnte es dir fehlen wenn kapuziner und frauen für dich bodenlaufen und die tränen traten ihr in die augen dieses halb mutwillige halb traurige wort gehörte wieder ganz der lucretia seiner jugend tage sie stand neben ihm nur größer und herrlicher neu erblüht zu bräunlicher gesundheit im hauche ihrer berge der nachtwind bewegte die löckchen an ihren schläfen die sich aus der krone der dicken dunklen flechten gelöst hatten und ihre leuchtenden augen blickten ihn an mit einer lauteren kraft wie sie unter dem ermattenen himmel des südens nicht gedeiht alte liebe erinnerungen erwachten in ihm er widerstand nicht und umfing sie mir ist als sei es noch nicht lange her daß wir da unten miteinander spielten sagte er weich und zeigte auf die im herbstwinde leise rauschenden bäume des riedberger schloßgartens nieder sie vorschaudert zusammen ihr vater war vor ihr aufgestiegen und blickte von jürg sich abwendend ins dunkel hinaus was ziehn dort für lichter auf der straße längs dem heinzenberg ist es ein totengeleit fragte sie auf der seenseitige reinufer deutend warf einen scharfen blick hinüber es sind die fackeln des herzogs der im schutze der nacht hinunter nach kur fährt sagte er blickte noch einmal in ihre nassen augen küßte ihr dann rasch die hand und eilte von hinten ende des sechsten kapitels drittes buch siebtes bis neuntes kapitel herzog heinrich hatte sich in chur das stattliche haus des ritters doktor fortunatus sprecher zum quartier erwählt der gelehrte bündner stellte es ihm mit freudigem diensteifer zur verfügung denn es war von jeher sein ehrgeiz und sein glück gewesen sich edlen historischen persönlichkeiten zu nähern und mit ihnen in einem seinem geschichtswerke gedeihlichen verkehr zu bleiben kaum hatte sich der herzogliche haushalt so standesgemäß wie es in dem republikanischen berglande möglich war in den besten gemächern der raumreichen patrizischen wohnung eingerichtet als nach einer reihe von düsteren stürmischen tagen der schnee in schweren flocken zu fallen begann der winter brach früh herein und die weiße decke blieb auf den steilen dächern und ernsthaften stufengiebeln der alten bischofsstadt fast ohne unterbruch liegen bis am ende des hornungs die fönstürme das land fegten und mit den ersten märztagen die sonne kraft gewann der winter war dem guten herzog in gezwungener muße verflossen denn er war von seinem heere im feldlin durch den unwegsamen schnee der berge getrennt und auch seine verhandlungen mit dem französischen hofe stockten und wollten zu keinem ziele führen wäre die sorge um den abschluss des vertrages neben anderen sorgen und ungewissheiten und wäre die an dem tätigen geiste des feldherrn sehrende gezwungene muße nicht gewesen er hätte sich im sprecherschen hause nicht unwohl gefühlt und nicht ungern unter seinen schlichten protestantischen glaubensgenossen verkehrt der doktor sprecher achtete sich durch den gegenwart rohans hochgeehrt erfüllte sich ihm doch der langgehegte wunsch den lebenslauf seines erlauchten gastes an der quelle schöpfend aufzeichnen zu dürfen mit der liebenswürdigsten herzensgüte bequemte sich dieser dazu seinen wirte täglich am bruchstück seiner schicksale in italienischer sprache zu erzählen und in dieser sprache verfasste der doktor auch das lebensbild das ein geschenk werden sollte denn so hatte es der edle gast ausdrücklich verlangt für die frau herzogin die sich noch immer in venedig aufhielt und für rohans tochter die dem herzog bernhard von weimar anverlobte marguerite mit dieser erfreulichen aber privaten bestimmung seiner gewissenhaften und schönen arbeit war der doktorsprecher nur halb einverstanden er hätte sie lieber zum ruhme des herzogs und nicht zur unehre des verfassers ohne falsche bescheidenheit alsbald durch die presse verewigen und in die welt ausgehen lassen auf andere weise betätigte sich des herzogs adudant der junge wertmüller ruhelos trieb er sich in allen hohen und niederen regionen der kleinen stadt um in kürzester frist war er in kur eine bekannte persönlichkeit vom bischöflichen palaste an wo er seiner scharfen augen und boshaften zunge wegen gescheut am spieltische dagegen jederzeit willkommen war bis hinunter in die dunkelsten winkelschenken wo man ihn wie dort an den gedehnten winterabenden gerne kommen und nicht selten noch lieber wieder gehen sah es gelang ihm hier die phlegmatischen bündner durch seine sticheleien politischen fixierreden und mancherlei andere brennesseln so lange zu reizen bis jene dinge entfuhren die sie nachher schwer bereuten über die lippen gelassen zu haben war das publikum empfänglich und regte es ihn durch fantasievolle beschränktheit an so entfaltete er noch andere in den herzoglichen gemächern nicht verwendbare geheime wissenschaften die er seinen gründlich getriebenen mathematischen und physikalischen studien verdankte es waren kartenkünste und zauberstücke die dem lokotenenten in den untersten schichten seines wirkungskreises den ernst gemeintenruf eines hexenmeisters eintrugen eine auszeichnung die ihm behagte die aber in regionen wo der weg aus dem erschreckten kopfe in die derbe faust ein kurzer ist mit mancher leibesgefahr verbunden war diese nächtlichen anfälle und handgemenge reizten übrigens die kaltblütige tapferkeit des lokotenenten mehr als daß sie ihn von seiner tollen kurzweil gebracht hätten auch wußte er sich immer glücklich daraus zu ziehen und so rasch daß seine militärische ehre nie schaden litt und die verwirrung der geister und die arbeit der fauste erst dann ihren höhepunkt erreichte wenn er schon in den stillen räumen des sprecherschen hauses an den herzoglichen gemächern vorüber auf den zehen seiner kammer zuschritt den herzog welchem wertmüller mit unbedingter treue und rastlosem diensteifer ergeben war und der ihm deshalb vieles nachsah beunruhigte er ohne unterlass durch seine scharfsinnigen entdeckungen und warnenden berichte wahrlich erschien es darauf anzulegen den hohen herrn zu keinem behagen kommen zu lassen auf jenatsch dessen aufopfernde treue mit den schweren verhältnissen wuchs der den herzog täglich besuchte und es sich zur aufgabe machte seine sorgen zu verscheuchen seine leisesten wünsche zu erraten seine befürchtungen ihm abzulauschen und sie entweder durch die eigene fröhliche zuversicht zu entwurzeln oder mit bereten überzeugenden worten zu widerlegen auf jenatsch den nützlichsten ratgeber des herzogs und den liebling des volkes hatte es der verhärtete lokotenente besonders abgesehen wertmüllers gedanken spürten dem obersten auf allen schritten und tritten nach und er wollte aus der haut fahren wenn der herzog seine warnungen lächelnd fallen ließ weil er sie maßloser eifersucht auf seinen günstling oder der unverträglichkeit dieser zwei grundverschiedenen temperamente zuschrieb was behauptete wertmüller nicht alles das scheitern des vertrags von chiavenna welches rohan von dem einzigen in das geheimnis gezogenen bündner verschwiegen wußte war wenn man den lokotenenten hörte schon längst allgemein bekannt ja wie absichtlich bis in die fernsten hütten verbreitet eine kunde die man sich nicht verhohlen ins ohr sagte nein von der die täler dies und jenseits der rätischen alpen widerhalten aber das war das geringste schlimmeres drohte bünden unterhandelte mit spanien behauptete wertmüller und nicht etwa einzelne parteigänger und unruhestifter zettelten sondern das ganze volk war in gärung und verschwörung gegen frankreich begriffen und jenatsch der heillose heuchler hielt das ganze spiel des betrugs in der hand der herzog pflegte gemeiniglich leichthin zu erwidern derartiges habe sich noch nie ereignet es sei schlechterdings undenkbar daß ein ganzes volk sich wie eine geheime gesellschaft verschwöre unmöglich daß nicht mindestens einer ihn warnte unter seinen vielen redlichen anhängern im lande im schlimmsten falle würde ihn sein gastfreund der ruhige wohlunterrichtete und keiner parteipflichtige doktorsprecher gegen dessen ehrenwärtige sinnung selbst der lokotenent nichts werde einwenden können von solchen unerhörten verräterischen anschlägen sicherstellen der unbekehrbare zürcher ließ dies nicht gelten was die verschwörung eines ganzen volkes betreffe so wolle er gerne zugeben sagte er daß sie nirgends möglich wäre als unter den bündnern die mit dem nordischen phlegma die südliche verschlagenheit in glücklicher mischung vereinigten der erste beste dieses volkes könne den geriebensten diplomaten zu raten geben die staatskunst sei hier so allgemein verbreitet und landesüblich daß das ganze volk wie ein mann rede oder schweige wenn es sich um einen deutlichen vorteil hande die schwierigkeit sei also nur den langsamen köpfen die rechnung klarzumachen und dafür werde der volksredner jenatsch ausgiebig gesorgt haben was den gelarten herrn doktor angehe so wolle er ihm nicht zu nahe treten aber für mutig halte er ihn nicht wenigstens nicht einer gewissen geheimen fehme gegenüber von der man munkle er könne hier seine quellen nicht nennen aber er müsse glauben es sei im lande ein geheimbund errichtet mit statuten diese den kletten oder kettenbrief nennen wahrscheinlich um das feste ineinander greifen und zusammenhalten der bundesglieder zu bezeichnen auf verrat stehe der tod er wolle nun nicht behaupten daß der doktor ein glied dieser kette sei er sei nicht das eisen dazu aber daß er sich vor diesen banditen sträflich fürchte das sei mehr als wahrscheinlich diese verschwörung deren verräter dem tode verfalle behandelte der herzog als eine vom müßiggange erfundene und geglaubte schauergeschichte man hat euch das aufgebunden wertmüller pflegte er zu scherzen um eurem argwohne gleich das stärkste gewürz vorzusetzen und gesteht nur ihr verdient etwas für eure böse zunge am verdächtigsten war dem lokotenenten die keckheit mit der jenatsch den herzog über dessen eigene stellung am französischen hofe mit schmeichelnden worten zu täuschen versuchte darüber musste sich heinrich rohan doch selber im klaren sein was konnte den bündner dazu bewegen fragte sich wertmüller wenn nicht die teuflische absicht den guten herzog von allen seiten mit netzen der täuschung und dämonischen irrsalz zu umspinnen um den sicher gewordenen um so gewisser zu verderben und sein haß gegen den obersten steigerte sich ins unglaubliche priolo war unverrichteter dinge von paris zurückgekommen wertmüller nahm an er sei in das zögerungssystem des kardinals eingeweiht und von diesem gewonnen und wurde mit neuen briefen wieder weggesandt welche die dringendsten vorstellungen enthielten doch ja die unterzeichnung des für frankreich verhältnismäßig günstigen vertrages nicht länger zu verzögern nicht die bündner dadurch spanischen anerbietungen zugänglich zu machen kaum war priolo abgereist so berichtete der tapfere herr von leck den rohan an der spitze seines heeres im feldlin zurückgelassen hatte von drohenden zeichen des ungehorsams unter seinen bündnertruppen die auf eine allgemeine gärung im volke hindeuteten er würde schrieb er diesen einzelnen vorfällen weiter keine bedeutung beilegen wenn nicht die spanier in ansehnlichen massen sich der grenze näherte wenn nicht der herzog von seinem heere getrennt wäre und sich in der mitte eines wie er fürchter mit der politik frankreichs täglich unzufriedener werdenden landes befände er schloß seinem bericht damit daß er den herzog bat und beschwor sich um jeden preis mit seinem getreuen heere im feldlin zu vereinigen sei dies geschehen habe er leck seiner peinigenden verantwortung sich entledigt und den befehl in die ruhmreichsten hände niedergelegt so freue er sich an der seite seines feldherrn den degen in der faust der ganzen welt zu trotzen wertmüller nahm diesen rettenden vorschlag mit jubel und fluchte wütend als er nach dem nächsten besuche des obersten wahrnehmen musste daß es diesem gelungen war den herzog zu überzeugen sein aufenthalt in chur sei völlig gefahrlos für die französischen interessen in bünden vorteilhaft bei der verehrung die seine person im lande genieße zur beruhigung der gemüter sogar unumgänglich notwendig ein augenblick des zweifels kam auch für den edlen herzog es war wertmüller gelungen eine spur aufzufinden deren verfolgung ihn in den stand setzen konnte auch das blindeste vertrauen zu erschüttern er hatte in der schenke zum staubigen hüttlein die bekanntschaft eines weltschen quacksalbers gemacht und zufällig erfahren dieser gedenke jetzt in das land des lorbeers und der myrte zurückzukehren das abenteuerliche männchen das sich in dem kalten klima den magen mit dem gefährlichen weißen komplett erwärmte rühmte sich in prallrischer weinlaune seiner hohen diplomatischen beziehungen und fähigkeiten entwertmüller der ihn bewundert anhörte und ihm fleißig einschenkte blitzte eine erinnerung auf jüngst als er spät in der nacht den bischöflichen palast verließ hatte er dies unverkennbare figürchen bei schwachem mondscheine in einer ecke des hofes neben einer holofernes gestalt und im eifrigsten gespräche mit dieser erblickt nur einen moment denn die beiden waren beim klirren seines schrittes unter einem torwege verschwunden aber genügend lang für sein scharfes auge um die auffallende gestalt des wunderdoktors deutlich gewahr zu werden und in der andern von einem dunklen mantel umhüllten den obersten jenatsch zu vermuten das genügte um den unternehmenden und durch die winterruhe gelangweilten lokotenenten zu einem lustigen handstreiche anzufeuern er belauerte die abreise des italieners nahm auf ein paar tage urlaub ritt dem fahrenden wunderdoktor nach und holte ihn auf seinem feurigen fuchs gegen abend des ersten reisetages ein wie ein wegelagerer überfiel er ihn an einer einsamen stelle der gebirgstraße der erschrockene quacksalber musste zuerst seinen apothekerkasten ausräumen und sich dann einer durchsuchung seiner person unterwerfen wie triumphierte wertmüller als er dem doktor freundschaftlich auf den rücken klopfend ein knisterndes papier verspürte das zwischen tuch und unterfutter eingenäht war und dann mit der pflaster schere des unglücklichen aus dessen scharlachrotem rocke unversehrt ein eigenhändiges schreiben seines feindes an einen kapuzinerpater herausschnitt jenatsch diesem aufträge an den gubernatore serbelloni in mailand gab der wort laut freilich war dunkel aber die tatsache selbst sprach um so klarer nachdem der lokotenent den schlotternden zahnausreißer beruhigt und aus seiner reiseflasche gestackt hatte jagte er in freudigem galopp nach kur zurück jetzt war der verräter jenatsch in seinen händen er erreichte die stadt in vorgerückter nachtstunde und wurde kaum noch vorgelassen der ungeduldige mußte sich damit begnügen seinem herrn den verräterischen brief mit einer gedrängten auseinandersetzung des zusammenhangs zu überreichen als wertmüller dann am nächsten morgen nach einem glücklichen schlafe sich dem herzog vorstellte fand er diesen in sehr getrübter stimmung und nicht geneigt auf eine besprechung des ihm wie er sagte unerklärlichen und sehr schmerzlichen vorfalles einzugehen er müsse auch von anderer seite sich darüber aufklärung verschaffen kurz vor der stunde zu welcher jenatsch täglich dem herzog aufzuwarten pflegte wurde der lokotenent mit einem tagesbefehl nach der rheinschanze beordert und so scharf er auch ritt er kam zu spät um dem obersten vorherzog heinrich stirn gegen stirn entgegenzutreten bei seiner rückkehr traf er diesen in der heitersten laune und wie von einer schweren last befreit besten dank für euren löblichen diensteifer braver wertmüller empfing er den adjudanten diesmal hat er euch freilich trotz eures mit argus augen blickenden scharfsinns in eine grobe falle gelockt ungern tue ich eurer eitelkeit weh jenatsch war hier und ich habe ihn mit aller offenheit zur rede gestellt er hat sich vollkommen gerechtfertigt der brief ist falsch und die handschrift auf merkwürdig geschickte weise nachgeahmt der oberst hat feinde in deren interesse es liegt ihm mein vertrauen zu rauben sie ahnen nicht daß sie es mit ihren kabalen im gegenteil immer mehr befestigen er hat deren namentlich am bischöflichen hofe unter euren geistlichen genossen am spieltische wertmüller sie kennen euch und zählten auf euren argwohn und eure unternehmungslust da er aus eurem widerwillen gegen den oberst und euch zur ehre sei es gesagt aus eurer anhänglichkeit an meine person kein geheimnis macht so war die intrige der geistlichen herren bald eingefädelt der elende dortore war ihr bestochenes werkzeug gesteht er hat seine rolle gut gespielt wo wird sich ein italiener den anlass zu einer komödie jemals entgehen lassen was endlich jene nächtliche unterredung zwischen jenatsch und dem quacksalber unfair der bischöflichen residenz betrifft die euch zu denken gab so hat es damit seine richtigkeit sie drehte sich um das ausschneiden von leicht dornen erinnert euch daß ihr gegenüber dem obersten gespottet habt als er vor ein paar tagen mit einem pantoffel am linken fuße einherschritt wertmüllers herbes gesicht verfinsterte sich unter dieser rede dermaßen daß der herzog ihn die hand auf die schulter legte und ihn freundlich mit den worten verabschiedete sprechen wir nicht mehr davon mein lieber die sache ist nicht von wichtigkeit fruchtlos brütend wie er dem obersten trotz alledem noch beikommen könne verließ wertmüller das herzogliche gemach in seinem zustande verbissener wut bemerkte er nicht daß ein blondes engelsköpfchen sich die treppen heran ihm entgegenbewegte es war die goldlockige tochter des hauses fräulein amantia sprecher die sich mit einem strauze erster märzglöckchen zu dem herzog begab nicht nur übersah sie der ungestimme er raste in so weiten sprüngen die steinstufen hinunter daß er sie fast niederrannte bestürzt hielt sie sich an dem reich verschlungenen eisengeländer und sah ihm mit ihren unschuldigen blauen augen sinnen und vorwurfsvoll nach war das derselbe wertmüller der ihrer lieblichkeit sonst in auffallender weise huldigte der den ganzen winter einer ihrer bevorzugten tänzer gewesen war auch auf morgen hatte er es ja wieder zum balle dem letzten und glänzendsten des faschings eingeladen welche der randl hatte ihn heute gestochen wohl war er ihr auch sonst zu zeiten rücksichtslos erschienen wenn er sich spöttisch und wegwerfend über bündnerische zustände und sitten äußerte wer oder was blieb überhaupt von seiner scharfen zunge verschont mit ihr hatte er doch bis jetzt immer eine ausnahme gemacht und sie war dafür nicht unempfindlich geblieben ihre sanfte kindliche schönheit und das gleichgewicht ihrer durchaus friedfertigen sinnesart wirkte anziehend und beruhigend auf den quecksilbrigen offizier die sprecherin ihrerseits hatte sich in allen züchten zuweilen mit dem gedanken beschäftigt wie sich dieser zürcherische unband wohl als eheherr ausnehmen würde und hatte seine tapferkeit den unbestreitbaren wert seiner treue an dem edlen frommen herzog und seine hochgehenden lebensaussichten mit weisem herzen in die waage gelegt gegen seine schroffheiten sein absprechendes wesen und seine spöttereien über geistlichkeit und gottesdienst und die vielleicht doch im grunde weniger schlimm gemeint waren als sie übel klangen doch war sie nach dieser rauen begegnung musste sie sichs gestehen noch keineswegs zu einem günstigen ergebnis gekommen so entschlug sie sich dieser gedanken ohne dass es sie große mühe kostete und wandelte den silberhelden blumenstrauß in ihrer hand ordnend langsam die letzten stufen hinauf fräulein amantia hegte für den edlen gast ihres vaters eine unbegrenzte verehrung welche die liebenswürdige leutseligkeit des herzogs von jeder zutat beklommener scheu befreit hatte sie pflegte alltäglich zu einer stunde wo er sich nicht ungern stören ließ in seinem empfangszimmer zu erscheinen und nach seinen wünschen zu forschen er ermangelte dann nie hatte er nicht dringende geschäfte das gute kind zurückzuhalten und sich nach den interessen ihres tages zu erkundigen heute kam sie eben aus der wochenpredigt weniger erbaut als in zweifel versenkt denn der pfarrer saluz hatte über einen außer der reihenfolge liegenden text mit großer heftigkeit gepredigt und über welchen schauerlichen text den verrat des judas ischariot matthäus am 26 er hatte dadurch seine zuhörerin große aufregung versetzt die sich ängstlich nach dem zielpunkte dieser anspielung umsahen und sich sagte fräulein amantia fast wie seinerzeit die jünger fragten herr wer ist es der dich verrät achtes kapitel wenige tage später den neunzehnten märz eilte der gelehrte ritter fortunatus sprecher die treppe zu den gemächern seines erlauchten gastes herauf diese frühe morgenstunde konnte unmöglich zur fortsetzung der biografie des herzogs geeignet sein auch war das antlitz des ritters der krampfhaft ein großes mit dem bündnerwappen verziertes druckblatt in der hand hielt wie solche zu öffentlichen kundgebungen an die mauer geschlagen werden heute besonders schwer verdüstert oben angelangt blieb er atemlos einen augenblick stehen und sammelte sich doch ließ er dem kammerdiener kaum zeit ihn anzumelden und drang ohne die gewohnte rücksicht und höflichkeit in das arbeitszimmer des herzogs ein wo dieser seine bibellesend im erker saß und jetzt über die störung erstaunt zu dem eintretenden aufblickte es sind unerhörte ereignisse begann herr sprecher die mich zwingen erlauchter herr eure morgenandacht zu stören es ist kaum wage ich es auszusprechen die sorge um die sicherheit eurer edlen person die mich dazu treibt könnte ich euch doch in mein herz blicken lassen damit er darin meine aufrichtige und in jeder probe stichhaltige ergebenheit läset überzeugender als mein mund sie ausdrücken kann in meine geschichtlichen arbeiten vertieft und gewohnt auf die eitlen geräusche des tages wenig zu merken habe ich leider die bedeutung der wirren stimmen unterschätzt die allerdings in der letzten zeit an mein ohr schlugen ich wollt euch nicht unmütig damit beunruhigen der herzog erhob sich rasch kommt zur sache herr sagte er bestimmt und ruhig was ist das für ein blatt gebt her sprecher überreichte das verhängnisvolle druckblatt und stöhnte mit sinkender stimme es ist der aufstand gegen frankreich und die ernennung des jürgenat zum obergeneral der drei bünde rohan durchlief das blatt und erblasste es enthielt einen aufruf an das volk der die beschwerten der bündner gegen die krone frankreich in kurzen treffenden worten zusammenfasste und zum vertrauen auf spanien österreich aufforderte dass sich bereit erkläre bündens alte grenzen und freiheiten zu gewährleisten alle bündnerischen waffen wurden unter den befehl des jürgenatsch gestellt die schlussworte lauteten ihr gemeinden der drei bünde greift zum schwert erhebt euch zum landsturm im namen des herrn sammelt euch bei zitzers nächst chur am neunzehnten des märzen hier folgten die unterschriften der drei bundeshäupter obenan diejenige des amtsbürgermeisters meyer von chur der herzog warf das blatt empört auf den tisch er rief nach seinen dienern befahl zu satteln und fragte nach wertmüller mit diesem wollte er nach der rheinschanze reiten seine schnelle geistesgegenwart und militärische spannkraft verließ ihn nicht einen augenblick während ihn sein diener ankleidete wagte der geängstigte sprecher noch einige beteuerungen andeutungen und räte die unterschriebenen sind alle mitglieder des kettenbundes gott weiß ich hielt ihn für eine gemeinnützige gesellschaft ohne gefährliche nebenzwecke und dieser bürgermeister meyer der sich immer so verächtlich über den charakterlosen jenatsch und so feindselig gegen das papistische spanien äußerte ich fürchte erlaugter herr mein hausrecht wird euch hier nicht schützen können er kommt durch die nach zitzers strömenden volksmassen nicht mehr in die rheinschanze horcht mein gott nun läutet es auch in der stadt von allen türmen sturm vielleicht ließ es sich nächtlicher weile ein fluchtversuch nach zürich wagen und von dort würdet ihr auf umwegen eurer heer im feldlin erreichen während dieser worte war der galopp eines pferdes auf dem pflaster erklungen und schon stand der adjutant wertmüller in dienstlicher haltung aber mit zornblitzenden augen vor dem herzog die bündnerregimenter im domleschgmeutern und marschieren mit fliegenden fahnen auf kur erlaucht meldete er ich wäre ihnen bei einem morgenritte nach reichenau fast in die hände gefallen sie sind mir auf den fersen hier in der stadt liegt wie der edle herr weiß nur die freikompanie der prättigauer treue leute ich habe sie an das nördliche tor beordert ihr hauptmann janet schwur mir zu er sei mit leib und leben der eurige und werde gegen alle spanjolen und meineidigen zu euch stehen eure pferde und leute sind unten bereit noch ist es möglich wenn die prättigauer uns den rücken decken nach der rannschanze durchzudringen begegnet uns volksgesindel so reiten wir es nieder herzog heinrich hieß diesen mutigen vorschlag welcher seinen eigenen entschluss aussprach mit einer zustimmenden kopfbewegung gut und schritt herrn sprecher flüchtig grüßend rasch dem ausgange zu aber schon war er ein gefangener als wertmöller die tür des vorsaales aufriss ertönte von unten her gemurmelt zahlreicher stimmen und schleifendes geräusch treppansteigender füße man vernahm sporengeklirr und gedämpften wortwechsel der herzog blieb stehen und legte die hand an den degen vor der tür zauderten und drängten sich gestalten die einen in waffen die anderen in staatstracht keiner wagte es sich voranzustellen jetzt wichen sie zur seite und gaben raum georg jenatsch trat aus jenen hervor und überschritt die schwelle ihm folgten guler der graf travers und ein stattlicher mann in bürgermeisterlichem ornate und goldener kette mit großgeschnittenem fleischigem gesicht und leicht schielenden augen der oberst jenatsch hinter dessen entschlossenen schritten die anderen nicht ungern zurückblieben näherte sich barhaupt mit starren blassen zügen dem herzog der stolz und fragend vor ihm stand seine stimme klang ruhig und seltsam kalt als er zu reden anhob erlauchter herr ihr seid in unserer gewalt unser aufstand ist gegen wer und gilt nicht euch sondern der krone frankreich was euch dunkel blieb ist uns klar geworden der kardinal will den von euch mit uns vereinbarten vertrag nicht unterzeichnen er will uns festhalten und im tauschhandel des in aussicht stehenden allgemeinen friedensschlusses als französische ware verschachert das pfand eurer reinen ehre das er uns in die hände gab würde er leicht verscherzen so hat uns der könig von frankreich und sein kardinal dazu getrieben bei unserm erbfeinde billigere hilfe zu suchen die uns auch gewährt wurde gott weiß was es uns gekostet hat unsere freiheit unter spaniens schild zu stellen was wir von euch verlangen und warum ihr es uns gewähren werdet das kann ich euch mit wenigen worten darlegen vor eurer reinschanze strömt bündens ganzer landsturm zusammen die regimenter rücken in kur ein ich habe sie des gehorsams gegen euch entpunden und den eid ihrer treue den häuptern unserer drei bünde schwören lassen die österreicher stehen am luciensteig die spanier bei der festung fuentes beide mit übermacht auf ein wort von mir überschreiten sie die grenze seht hier meine spanisch österreichischen vom kaiser selbst und vom gubernatore serbelloni unterzeichnenden vollmachten und er entfaltete zwei papiere leck kann euch nicht befreien denn bei einer ersten bewegung gegen die alpenpässe rücken die spanier von fuentes her ins feldlin ihr seht euer heer ist von allen seiten eingeklemmt nur ihr könnt es eurem könige retten und ihr tut es wenn ihr dieses übereinkommen unterzeichnet jenatsch nahm ein drittes papier aus der hand des bürgermeisters von chur und las die reinschanze und das feldlin werden von den franzosen geräumt sie verlassen bünden als freunde und in kürzester frist der herzog heinrich rohan per von frankreich und generalleutnant der französischen armee bleibt als unser bürger in chur bis zur vollziehung dieses seines mit uns geschlossenen übereinkommens und dies übereinkommen verspricht der erlauchte herzog bei seiner ehre auch dann in treuen zu vollziehen wenn gegenbefehl vom französischen hofe einträfe so steht es wir haben nicht das recht erlauchter herr eure liebe zu bünden anzurufen denn wir haben uns ohne euch und wieder euch geholfen aber bedenkt daß ihr wenn ihr den vertrag nicht unterzeichnet dieses land das gewohnt ist euch als einen guten engel zu verehren durch euren widerstand in blutiges unabsehbares elend stürzt der herzog nahm die rolle nicht er wandte sich mit einer zornigen träne ab dann sagte er und seine stimme bebte ich habe schon vielen undank erfahren aber noch nie ist mir auf so bittere weise mein vertrauen mit verrat und die von mir dem rechte des kleinen erwiesene ehre mit schlangenbissen und schmach heim gezahlt worden ich unterzeichne nicht so tief kann ich frankreich und seinen feldherrn unmöglich erniedrigen die stille die jetzt entstand wurde durch einen tumult vor der offen gebliebenen türe unterbrochen durch das die treppen füllende volk drängte sich ein breitschultriger rothaariger kriegsmann und man hörte ihn dringend nach dem general jenatsch fragend und wir schrief ihn dieser entgegen ihr stört hier hauptmangallus was gibt's ich muß eure order haben rief die rohe stimme jenatsbrettigauer wollen den neuen eid nicht schwören sie meinen ihr verhandelt sie an die spanischen pfaffen und sagen sie hätten frankreich geschworen und gehorchten niemandem als dem herzog jenatsch war vor wut totenbleich geworden er warf den kopf nach dem sprechenden herum und schrie ihn heiser an mein regiment gegen sie vorgeführt erschießt sie alle dann wandte er sich wieder dem herzog zu und drohte wie außer sich widersteckt der stimme ihr blut über euch herzog rohan der herzog zuckte und stand eine weile entschmerzlich im inneren kampf endlich ergriff er mit zitternder hand die auf dem tische liegende rolle wandte sich und schritt der tür seines arbeitszimmers zu die der ihm folgende wertmüller fest hinter ihm verschloß jenatsch kehrte sich immer noch tief erblasst zu dem bürgermeister unsere sache ist gewonnen man muß dem herzog rohan ruhe lassen entfernt die leute ich stehe dafür dass er unterschreibt dann befahl er dem hauptmann gallus der unschlüssig stehengeblieben war sagt dem jennet seine tapfern prättegauer sollen des eides wegen unbehelligt bleiben der herzog sei mit der regierung der drei bünde einverstanden und werde die kompanie in kurzem seinen willen wissen lassen wenige minuten waren verstrichen und die gemächer des herzogs hatten sich zu leeren angefangen als die innere türe sich öffnete und wertmüller mit dem von rohan unterschriebenen vertrage in der hand erschien wer von den herren hier hat gegenwärtig das ding in händen das in bünden mit dem unpassenden namen gesetzliche gewalt bezeichnet wird fragte er schneiden und streckte dem bürgermeister von kur der mit ernster amtsmiene vortrat die bündenslos entscheidende rolle entgegen mit einem ausdrucke von verächtlicher schärfe dessen nur sein gesicht fähig war herr fortunatus sprecher der gerade oben an der treppe einige bündnerische staatspersonen beglückwünschen wegkomplimentiert hatte sah jetzt einen jungen mann in reisekleidern atemlos die stufen er griff seine hand und zog ihn beiseite um ihm das geschehene mit bedauernden worten mitzuteilen es war der längst erwartete und in diesem verhängnisvollen augenblicke eben von paris angelangte priolo um gott rief priolo haltet mich nicht auf herr doktor vielleicht ist es noch zeit ich muß zum herzog der vertrag von chiavenna ist unterschrieben alles und mehr gewährt nur schließt keinen bund mit spanien und er durch eilte das vorgemacht als ihn jenatsch der im gespräche mit dem bürgermeister stand mit verstörtem gesichte vorüberhasten sah sagte er zu diesem mit bitterem lächeln der kardinal glaubte sich des schicksals bemächtigt zu haben doch diesmal hat es ihn gefockt antwortete nicht aber er umfaßte die schicksalsrolle mit gefalteten händen eine stunde später war es in den äußeren gemächern des herzogs still und einsam geworden jenatsch allein schritt im vorzimmer auf und nieder die aus dem geschehenen hervorbrechende zukunft erwägend was ihn beunruhigte war das los seines gefangenen und er verweilte hier in der hoffnung das unlängst ihm so freundliche antlitz noch einmal zu sehen das herzog heinrich ein sklave seines gegebenen wortes sein werde daran zweifelte der verräter keinen augenblick aber es war ebenso gewiß daß der kardinal einen haß werfen würde auf rohan das werkzeug dessen edler feiner stahl zerbrochen war in seiner es mißbrauchenden hand und daß der herzog frankreich nicht wieder betreten könne ohne der rache richelieu zu verfallen jenatsch hätte ihn gerne vor dieser rache sicher gewußt aber wo welches war die stätte die dem arme des kardinals ihn entzog und die doch kein trostloses exil für ihn war daß zu erwählen er sich weigern würde er wartete vergebens der herzog kam nicht und als endlich die tür sich öffnete war es der adjutant wertmüller der ein schreiben in seine brieftasche steckend heraustrat und ohne gruß an ihm verüberschreiten wollte könnt ihr mir nicht eine kurze audienz bei dem herzog verschaffen wertmüller in seinen eigenen angelegenheiten fragte der bündner damit verschont ihr ihn besser versetzte der loko tenent aber anblick hat für ihn seinen reiz verloren was seine persönlichen angelegenheiten betrifft so sei dir nicht der mann sehr freilich zu ordnen er hat es selbst getan er hat schon über seine zukunft entschieden fragte jenatsch gespannt geht er nach zürich oder genf dort könnte er in edler muße seine studien leben ein militärisches handbuch schreiben meint ihr höhnte wertmüller nicht doch in der lage die ihr ihm so kunstvoll bereitet habt bleibt für herzog rohan nur eines übrig der tod auf dem schlachtfelde ihr begehrt zu wissen wohin mein herr sich wenden wird wenn er aus euren judas armen sich losgemacht und ich will euch nicht belügen entgegen der sitte die von euch hierzulande eingeführt wurde ich überbringe ein schreiten meines edlen herrn an den herzog bernhard von weimar seinen schwiegersohn worin er sich zu gemeinem reiterdienste im deutschen heere anbietet kann ich euch etwas an den herzog bernhard ausrichten besinn ich mich recht so folgtet auch ihr einst seiner fahne er wird sich über euch wundern noch heute reit ich ab und genieße so auch meinerseits zum letzten male euren anblick wäre ich dessen nie teilhaft geworden besonders jenes mal vor der festung fuentes nicht als ihr in gebührenden ehren einherschrittet schon damals mit spanischem gefolge manches stünde besser und er wäret schon längst an euren richtigen platz erhöht ihr reizt mich nicht sagte der andere finster ich bin des blutes satt und an eurer persönlichen achtung liegt mir nicht das mindeste was ich für mein land tue versteht ihr nicht geht und sagt dem herzog bernhard schloss jenatsch und schritt das haupt übermütig zurückwerfend dem eingange zu er möge sich vorsehen daß er sein elsaß so glücklich den krallen frankreichs entwinde wie ich mein bünden neuntes kapitel der warme mai hatte das tal des rheines mit blüten und üppigem grün bedeckt als das französische heer auf seinem durch den märzvertrag erzwungenen rückmarsche aus dem feldlin sich auf der staubigen landstraße von reichenau her den toren der stadt näherte das dem herzog rohan abgerungene und von priolo nach paris gebrachte übereinkommen war dort genehmigt worden wenn auch in gewundenen ausdrücken aus welchen das widerwillige sträuben des kardinals deutlich hervorblickte der schrecken und ärger am französischen hofe über den in einem fernen bergwinkel mit beispielloser list geplanten gewaltstreich war groß gewesen niemand hatte bis jetzt den namen des unbekannten abenteurers der ihn ausgeführt der beachtung wert gehalten dennoch ging man auf das übereinkommen ein musste darauf eingehen der dem kardinal an kluger berechnung gleichstehende bündner hatte die maschen des netzes zu fest geknüpft und zu sicher zusammengezogen als dass selbst die schlauheit richelieu seine lücke zum durchschlüpfen gefunden hätte vielleicht dachte dieser noch an die möglichkeit es mit gewalt zu zerreißen aber dafür war der sein gegebenes wort hoch und heilig haltende rohan nicht zu verwenden dieser war seinem anrückenden heere nicht entgegengeritten und befand sich nicht in dessen mitte nach dem grausamen auftritt im sprecherschen hause hatte ihn ein rückfall seines übels aufs krankenlager geworfen und jetzt war er kaum so weit genesen um in eigener person sein heer über die wenige meilen von kur entfernte bündnerische grenze führen zu können in der frischen morgenstunde des nächsten tages wollte er sich zum letzten male als feldherr an die spitze seiner truppen stellen um mit ihnen das land zu verlassen für das er so viel getan und das ihm seine liebe so schlecht gelohnt hatte als die das heer verkündete große staubwolke sich näherte strömte viel volk aus der stadt jung und alt den anrückenden franzosen entgegen welchen die bürger von kur niemals wie die wilden leute der gebirgstäler abholt gewesen und die sie jetzt um so lieber sahen als es das letzte mal war und die langjährigen gäste am nächsten morgen das land für immer räumten da sprengte ein reitertrupp aus dem tor und trieb die auf der heißen straße ziehenden massen auseinander es waren bündneroffiziere voran auf einem schwarzen hengst ein reiter in scharlach von dessen stillbhute blaue federn wehten der jedem kinde bekannte jürgenatsch das volk sah dem mit seinem reiterbegleiter in den aufgejagten staubwolken schon wieder verschwindenden mit bewunderung und leisem grauen nach denn es ging die sage der arme pfarrersohn welcher der mächtigste und reichste herr im lande geworden habe seinen christenglauben abgeschworen und seine seele dem leidigen satan verschrieben darum habe er in den unmöglichsten anschlägen glück und gelingen lauter und näher tönte die feldmusik das volk verteilte sich auf die grünen wiesen und hallten zu beiden seiten des weges und bildete eine lebendige hecke die französische vorhut zog vorüber aber die gebräunten krieger schritten in raschem tempo ohne den grüßenden zuruf der neugierigen kurer zu erwidern und dieser wurde schüchterner und verstummte nach und nach dort an der spitze der jetzt heranrückenden kerntruppen wurde neben jürgenatsch der französische befehlshaber baron leck sichtbar aber der franzose schien jenem für sein geleit wenig dank zu wissen stolz und verschlossen ritten die beiden nebeneinander der alte degen konnte die gegenwart des bündners kaum ertragen das jugendliche feuer seiner augen sprühte funken des hasses und strafte die silberfarbe seines kurzgeschorenen haares lügen er hatte heute den schneeweißen schnurrbart noch steifer und herausfordernder als sonst aufwärts gedreht und das gesund davon abstechende rotbraune gesicht glühte vor verhaltenem zorn während seine faust kampflussig die tapfere klinge blitzen ließ die regimenter zogen nicht durch das tor ein sondern vollführten eine schwenkung links um die mauern der stadt sie sollten während der kurzen warmen mainacht längs der vom nordtore nach der nahen grenze führenden heerstraße im freien ein feldlager aufschlagen als dies geschehen war und die sonne unterging beeilten sich die offiziere über hundert an der zahl die stadt zu besuchen um sich ihrem feldherrn dem herzog ron vorzustellen die mängel ihrer persönlichen ausstattung in den kaufläden von kur zu ersetzen und sich jeder nach seinem geschmacke einen möglichst vergnügten abend zu machen auch leck ritt nachdem er seine letzten befehle für den aufbruch in der früh gegeben durch die reihen der überall brennenden feuer an welchen die soldaten eben ihre abendkost bereiteten und wandte sich nachdem er das ganze lager mit scharfen blicken gemustert langsam nach der stadt hier trat er zuerst in das gasthaus zum steinbock wo er seine offiziere nach abrede versammelt musste und dann begab er sich sogleich zu herzog rohan den er in dieser späten abendstunde allein zu finden hoffte er traf den herzog zur abreise bereit seine angelegenheiten waren geordnet und der abschied von seinen gastfreunden war genommen die französischen offiziere hatte der feldherr zwar empfangen aber nach wenigen liebenswürdigen worten schnell wieder entlassen seine letzten stunden in chur wünschte er in stiller sammlung und einiger ruhe zu verbringen gerne hätte er auch für den nächsten morgen jedes geleit und jede abschiedsfeierlichkeit abgelehnt allein herr fortunatus sprecher hatte mit tränen in ihn gedrungen doch der stadt chur welche ihm wie das ganze land so unendlich viel zu danken habe und deren ergebenheit gegen seine verehrte person trotz allen bösen scheines immer dieselbe geblieben sei doch ja diese unaustilglige schmach nicht anzutun und der herzog fügte sich diesem aus einer wunderlichen gefühlsverwirrung hervorgehenden wunsche den er im stillen ironisch belächelte als leck von dem kammerdiener eingeführt wurde trat ihm heinrich rohan mit vornehmer ruhe entgegen und sprach ihm seine anerkennung aus für die umsicht und raschheit womit er seinem befehle gemäß das heer aus dem feldlin zurückgeführt habe da das unausweichliche geschehen mußte fügte er bei so war es ehrenhafter dass es schnell geschah und ich danke es euch daß ihr meinen mir peinlich werdenden aufenthalt in chur durch euren schnellen marsch gekürzt habt baron leick sah seinem general forschend in das bleiche angesicht und sagte mit einiger schärfe meinerseits erlauchter herr fürchtete ich durch meinen schnellen gehorsam die interessen frankreichs bloß gestellt zu haben es kann euch nicht unbekannt sein daß euer sekretär aus paris gegenbefehl gebracht hat doch er ist weil ihr mir eile befahlt zu spät gekommen bedauerlicherweise traf mich priolo schon diesseits der berge im dorfe splügen priolo hat sich gestern bei mir beurlaubt erwiderte der herzog axel zuckend ich kann ihn nicht zur rede stellen von einem zweiten die order zum abmarsche widerrufenden befehle der durch meine vermittlung an euch gesandt worden wäre weiß ich nichts öffnete die brieftasche und legte dem herzog eine vom könig und richelieu unterzeichnete in sehr bestimmte ausdrücke gefaßte weisung vor die ihm befahl das feldlin mit seinen truppen zu halten und die französische ehre mit seinen tapferen waffen um jeden preis herzustellen die furche des grams auf der durchsichtigen stirne des herzogs zeichnete sich schärfer er öffnete ein portefeuille das auf dem tische lag und entfaltete die an ihn gelangte vollmacht zum abschlusse des von den bündnern ihm aufgenötigten vertrags sie war saint germain den dreißigsten märz datiert und von ludwig dem dreizehnten und richelieu unterzeichnet er hielt sie mit der order zusammen die ihm leg überreicht hatte beide dokumente tragen die namenszüge des königs und des kardinals sagte er ernst vergleicht die echtheit keiner dieser unterschriften ist anzufechten der euch gegebene befehl opferte meine ehre und wohl auch mein leben warum habt ihr ihn nicht ausgeführt weil es zu spät war denn ich hatte die festungen schon geräumt sagte legt trocken und besonders fügte er rasch und mit wärme hinzu weil ich wie die lage war ohne euch erlauchter herr nicht handeln wollte ich bin der meinung mit diesem letzten königlichen befehle in meinen händen sei auch jetzt noch nichts verloren und es sei noch früh genug dem wunsche und willen des königs nachzukommen und den frankreich beschimpfenden verrat zu rächen jetzt umso sicherer als feldherr und heer wieder vereinigt sind mein plan ist gemacht wollet ihn anhören er führte den herzog in den turmähnlich vorspringenden erker dessen fenster in der lauen stillen mainacht offen standen und fuhr mit gedämpfter stimme fort es liegen keine bündner truppen in der stadt und ihrer umgebung jenatsch hat die regimenter ins brettigau verlegt um jede reibung mit unsern durch den ruhmlosen rückzug gereizten soldaten vorzubeugen nur einige haufen landsturm bewachen die tore jenatsch und die obersten die uns schamloserweise morgen ihr schaden frohes ehrengeleit bis an die grenze geben wollen doch zechen die nacht zur feier unseres abzuges im schenkhause zur glocke die hellen fenster dort in der zweiten straße sind die lichter des gelages die rache liegt in unserer hand hundertundfünfzig unserer offiziere sind in der stadt lauter tapfere edelleute alle entschlossen den frankreich verräterisch angetanen schimpf mit ihren degen zu rächen wir besetzen vorsichtig die ausgänge der glocke dringen mit übermacht ein und stoßen die trunkenen meuterer bis auf den letzten mann nieder auf ein von mir mit dem lager verabredetes zeichen werden die stadttore von außen mit betarden gesprengt unsere truppen rücken ein und besetzen die stadt die kuror sind in ihrer großen mehrzahl immer den spanischen kabalen entgegen und uns franzosen zugetan gewesen sie rufen halb gezwungen halb einverstanden vive la france und seid versichert herr in wenigen tagen stimmt ganz bünden ein denn im grunde verabscheut es das spanische bündnis einer hat den ganzen verrat gebraut der büßt zuerst ich nehm ihn auf mich hat erst einmal der judas seinen lohn empfangen rief er in unverhaltenem zorn so wird sich die szene glaubt mir mit einem schlag verwandeln gedenkt er den ruhm frankreichs mit einem wortbruch und einer mordnacht wieder herzustellen sagte der herzog streng verwies auf seine vollmacht ich verfülle damit den willen des königs meines herrn verteidigte er sich der gelehrte kardinal ist in entscheidung von gewissensfragen ein meister in seinem katechismus steht verrat gegen verrat das durch die rohe gewalttat die am neunzehnten märz dieses hauses gastrecht entdehrte euch entrissene wort verpflichtet euch weder vor gott noch vor den menschen hättet ihr es auch auf die hostje oder auf das evangelium geschworen mein gewissen entscheidet anders erklärte heinrich hohan bestimmt und ruhig noch bin ich euer feldherr noch seid ihr mir gehorsam schuldig und ihr werdet ihn leisten sprecht mir nicht mehr von eurem anschlage er würde wenn er gelänge die an der grenze stehenden österreicher und spanier ins land ziehen und den furchtbarsten krieg entflammen ihr selbst habt es gesagt ein einziger war fähig diesen kalten verrat zu begehen das volk ist unschuldig und verdient nicht was der eine verbrochen durch ein so grausames los zu büßen ich halte den vertrag und glaube nicht daß der glanz unserer lilien dadurch verdunkelt werde aber selbst wenn frankreichs waffenehre wie er meint damit getrübt würde ich müßte den vertrag dennoch halten so spricht kein franzose brauste der andere auf der herzog bewegte die hand nach dem herzen er wußte es aber es wurde ihm heute zum ersten male gesagt daß er sein vaterland verloren habe ist es für mich unmöglich zugleich ein franzose und ein ehrenmann zu bleiben sagte er leise so wille ich das letztere sollte ich auch darüber heimatlos werden und die beiden traten ins gemach zurück es war kühl geworden und das fenster hatte sich geschlossen in den mondschein der den stillen platz vor dem hause füllte trat jetzt eine große gestalt die schon längst mit verschränkten armen den rücken an die mauer gelehnt und den sprechenden unsichtbar unter dem ärger gestanden hatte nachdem herr von leck mit harten klirrenden tritten das haus verlassen und sich um die ecke gewendet schritt sie noch eine weile gesenkten hauptes im schatten der jenseitigen häuserzeile auf und nieder von zeit zu zeit den blick zu dem ärger des herzogs herhebend bis der lichtschein erlosch jetzt blieb sie an der einmündung einer seitenstraße stehen wieder ertönten schritte es war ein schwankender hagerer mann in der tracht der spanischen edelleute der sich näherte und einen augenblick unschlüssig stehen blieb erst maß er den auf dem platze nächtlich wache haltenden mit scharfen blicken dann trat er auf ihn zu und redete ihn als bekannten an dacht ich mir's doch sind jorne natsch begann der im spanischen mantel daß ihr eure beute zärtlich hütet in der glocke wußte man nicht wo ihr hingeraten wäret gut daß ich euch finde und gerade wo ich euch vermutet ihr dürft den herzog nicht abreisen lassen sonst würdet ihr spanien einen schlechten dienst erweisen der auf die aufrichtigkeit eurer bisherigen leistungen ein eigentümliches licht würfe sabelloni hielt es für überflüssig euch nahe zu legen daß ihr den herzog in der hand behaltet und ihn seine berühmte waffe nicht wieder gegen spanien österreich erheben lasset er meinte das wäre gleichsam ein selbstverständlicher geheimer artikel eures übereinkommens mit spanien den es nicht nötig sei euch besonders unterschreiben zu lassen ich aber sagte ihm daß ich euch von kindheit an kenne und das im verkehr mit euch wie übrigens mit jedermann auf dieser wie die neuesten gelehrten behaupten sich drehenden erde nichts besser sei als ein guter schriftlicher kontrakt den hab ich nun mitgebracht und ihr werdet euch wundern welch hübsches angebot ich euch mache gegen heinrich rouen die festung fuentes das heißt natürlich ihre von bünden längst begehrte schleifung den herzog behaltet ihr oder besser da das sprechersche haus unter seinem range und ihm durch euren besuch vom neunzehnten märz verleidet sein möchte ihr liefert den frommen herrn nach mailand wo ihm ein stilles angenehmes privatleben gesichert ist klüger wäre es freilich gewesen ihr hättet ihn wie es der wunsch des herrn gubernatore war und ich euch schrieb vor wochen schon in die hände eures spanischen verbündeten befördert bevor das französische heer über den splügen rückte wo es mich heute denn ich komme straks von mailand zeitraubend aufgehalten hat warum habt ihr meine briefe nicht beantwortet das ist nicht klug und auch nicht hübsch von einem jugendfreunde zum glück ist es noch zeit der herzog ist noch da und krank dazu wie man mir erzählte es wird einem diplomaten von eurer gewandtheit nicht an einem vorwande fehlen den unter eurem zauber stehenden herr noch einige zeit freundschaftlich in kur zurückzuhalten kann er doch nicht in person sein heer nach frankreich zurückführen schließen wir den handel fuentes gegen den herzog ihr schweigt das gilt wohl bei euch wie bei gemalten heiligen und schönen frauen als ja jenatsch hatte ihn mit wortloser zorniger verachtung angehört hebt euch von dannen rudolf blanta sagte er jetzt mit gedämpfter aber heftiger stimme noch seid ihr in bünden verfemt und wer euch hier betrifft hat das recht euch niederzustoßen sabellone weiß dass ich mit leuten eures schlages nicht unterhandle er kennt meine bedingungen von denen ich nicht um die breite einer degenklinge abweiche ich bin mit spanien in unterhandlung getreten um die freiheit und würde meines heimatlandes zu sichern ja aber habt euch darum nie gekümmert sonst würdet ihr mir eine solche niedertracht nicht zumuten serbelloni weiß nicht darum das schlägt in euer fach und ist ein geschäft zu eurem vorteile ist es doch nicht das erste mal daß er edles blut verkauft und schnöden feigen schmackvollen menschenhandel treibt schande über euch planta lachte höhnisch auf ei ei edler herr ihr seid den spanischen goldstücken auch nicht abholt wie wäret ihr sonst zu reichtum und ehren gekommen während ich von allen meinen angestammten gütern und festen sitzen in bünden durch einen gewissen demokratischen pfarrer den er jetzt wohl nicht mehr leiden mögt und durch seine böbelhaufen verjagt wurde und gott sei's geklagt noch immer verschuldet ein armer fahrender ritter bin doch keinen greu wir essen jetzt das brot desselben herrn ich weiß wie große summen an euch versandt wurden ihr dürft nicht schäl sehen daß auch ich ein einträgliches geschäft mir ausgedacht habe schmach brach jenatsch los von einem solchen schurken zu seinesgleichen gezählt zu werden war es nicht billig daß spanien den sold vergüte um den frankreich unsere truppen betrog der dukatensegen ist durch eure finger geströmt spottete planta wie sollte er sie beim durchrinnen nicht vergoldet haben zieh bube damit ich dich nicht ermorde rief jenatsch bebend und riß den degen aus der scheide der andere aber hatte sich schon während seiner letzten rede an die ecke der seitenstraße zurückgezogen ich werde eure guten meinungen in mailand zu rümen wissen kicherte er noch aus dem schatten der häuser hervor und war verschwunden drittes buch zehntes bis dreizehntes kapitel kaum erglühten die turmspitzen von kur im ersten morgengolde eines wolkenlosen maitages als es schon vor den stadtmauern und in der langen gasse die vom sprecherschen hause zum nordtore führte lebendig wurde französische offiziere sprengten hin und her aus der stadt nach dem lager dessen zelte schon abgebrochen waren und von den marschfertigen truppen zurück zum herzog um ihn als ein glänzendes gefolge zu umringen und in ihm die französische ehre die wie es ihnen schien in diesem lande schaden gelitten mit ihren kriegerischen gestalten zu decken in der straße die rohan durchreiten sollte standen die kurer barhaupt in zwei gedrängten reihen längs der häuser und alle fenster bis zu den dachlucken hinauf waren mit neugierigen köpfen gefüllt alles volk wollte den guten herzog noch einmal sehen und begleitete ihn mit wünschen und aufrichtigen tränen als er an der spitze seines stolzen zuges langsam dem tore sich näherte fand er einen löblichen rat und die geistlichen der stadt zu seiner rechten aufgestellt die herren hatten sich in vollem ornat jeder nach seinem range auf den stufen einer breiten freitreppe verteilt die zu der pforte eines patrizischen hauses führte beide türflügel standen weit offen und im flur wurden in schwarze seide gekleidete frauengestalten sichtbar die gattinnen und töchter der würdenträger welchen ihre stellung erlaubte über die häupter der stadt hinweg dem herzog den sie mit schmerzen entscheidend sahen einen letzten gruß zuzuwinken ihr zartgefühl hatte ihnen verboten sich wie bei einem lustvollen schauspiele auf dem balkon und in den fenstern zu zeigen in der mitte der ratsherren fiel der amtsbürgermeister meyer als wahrhaft imposante erscheinung ins auge nie hatte eine bürgermeisterliche kette mit ihrer großen runden schaumünze bequemer gelegen und selbstzufriedener geleuchtet als die auf seiner breiten brust ruhende nie hatten ein seidner strumpf und ein rosettenschuh knapper und schöner gesessen als heute an seinem wohlgebildeten feierlich vorgesetzten beine bei näherer betrachtung jedoch verriet die befangenheit des gewöhnlich gesunden und ruhigen gesichtes und der bängliche ausdruck der irrenden augensterne einen geheimen widerspruch seines innern mit der magistralen sicherheit seiner vollkommenen haltung der gruppe der standeshäupter gegenüber wo sich die ausmündung einer innerhalb der stadtmauer laufenden nebengasse zu einem kleinen viereckigen platz erweiterte hatten sich als repräsentanten der heimischen waffen die vornehmsten bündneroffiziere versammelt und warteten zu pferde um sich dem gefolge des herzogs anzuschließen und ihm das ehrengeleit bis zur grenze zu geben im gegensatz zu der gedrückten stimmung auf der andern seite der gasse unter den söhnen der themis herrschte hier unter den kindern des mars eine frische und beherzte der sie sich unbefangen überließen da sie sahen dass der bündnerische diktator zur verabschiedung seines opfers nicht erscheine jetzt erreichte herzog rohan den platz vor der freitreppe hultvoll hielt er seinen schlanken goldfuchs an denn er sah wie der amtsbürgermeister einen goldenen pokal erhob den eben ein ergrauter ratsherr an seiner seite aus einer silbernen kanne gefüllt hatte meyer trat entschlossen vor und bat den herzog in gerührten worten den seiner erlaucht von der stadt kur mit dankssagung und segenswunsch angebotenen abschiedstrunk nicht zu verschmähen während rohan sich die lippen netzte sammelte der bürgermeister seinen geist zu einer wohlgesetzten französischen rede auf die er sich sorgfältig vorbereitet hatte bürgermeister meyer war kein redner im rate und in der gemeinde war es ihm ein leichtes seine gedanken schlicht und zweckdienlich auszudrücken und zu einem bündigen schlusse zu gelangen aber es war ihm nicht gegeben zwiespältige gefühle und zweideutige gedanken unter zierlichen blumen der beredsamkeit zu verbergen er hatte damit begonnen des herzogs ruhmreiche tapferkeit und seine erhabene staatswennische weisheit zu preisen die beide zur bündensrettung wie zwei geflügelte genien herbeigeeilt seien dann warf er einen blick in den abgrund aus welchem der herzog das bündnerische volk gezogen habe jetzt kam eine dunkle stelle in der von sich überstürzenden ereignissen seltsamen himmlischen konjunkturen und dem großen herzen ludwigs des dreizehnten die rede war hier wurde herr meyer warm übersprang unversehens die logischen hindernisse und behauptete gerührt die zurückgabe des feldlins an die bündner durch spanien österreich sei und bleibe das verdienst des herzogs rohan er sei nächst dem gütigen gott ihr alleiniger helfer und retter gewesen des landes dankbarkeit gegen euch wäre nicht genugsam ausgedrückt edelster herr rief er aus wenn wir euch so viele ehrensäulen errichteten als bünden felsen und berge besitzt und wenn jede unserer berge eine statua wäre hier stockte der redner und erstarrte selbst zum steinbilde ein verspäteter reiter war durch die nebengasse herangeeilt und auf dem kleinen platze dem bürgermeister gegenüber mitten unter die bündneroffiziere hineingesprengt die obersten wichen auf ihren stampfenden tieren bestürzt nach beiden seiten zurück auf das kommen von georg jenatsch hatte keiner gerechnet und da war er auf seinem schäumenden drappen in der mitte des leeren raumes von allen gemieden zugleich bäumte sich das pferd des dicht hinter dem herzog haltenden leg der einen wütenden blick nach jenatsch hinüberschoß des herzogs augen ruhten mit höflicher aufmerksamkeit auf den bürgermeister aber diesem der den verratbefleckten befreier bündens als eine grelle und unschickliche verdeutlichung seiner rede gerade vor augen sah und dem die drohende haltung des herrn von leick nicht entgangen war entglitt der faden seiner rede seine angstvollen blicke begannen mehr als gewöhnlich zu schielen und er fuhr unsicher fort und wenn in bünden jeder berg eine statua und jede statua ein berg wäre laßt es gut sein lieber bürgermeister schnitt der herzog freundlich ab und sich auf die andere seite zu den bündneroffizieren wendend sagt er mit ruhigem befehl ich verzichte auf das geleit der herren es wird der schicklichkeit genüge geschehen wenn einer von ihnen unserem überschreiten der grenze beiwohnt ich bitte mir die gesellschaft des graventravers aus der stille junge mann mit dem braunen scharf geschnittenen kopfe lenkte sofort mit dankendem gruße sein tier zur linken des herzogs gott schütze euch und eure gute stadt werte herren rief dieser griff leicht an seinen hut und sprengte durch das tor in die lenzduftige landschaft hinaus der alte leg war auffallenderweise einer der letzten zurückgeblieben jetzt riß er sein pferd herum ritt georg jenatsch einige schritte entgegen zog ein pistol und schrie ihn an so scheidet leg von einem verräter er drückte los der hahn schlug nieder ein pulverblitz flammte auf der zündpfanne doch der schuß versagte elftes kapitel während die ereignisse des frühjahrs die stadt chur das ganze land in aufgeregte spannung versetzten blieb lucretia planta von denselben scheinbar unberührt sie hauste allein auf ihrem festen sitze rietberg der an eine sonnige halde fernab von der heerstraße sich lehnend inmitten seiner blühenden wiesen und wohlgepflegten felder und baumgärten ein bild ländlichen friedens darstellte von ganzer seele fürchteten und hofften und freuten sich dagegen mit dem lande die frauen von katzis sie hatten als das aufgebot des jürgenatscher scholl zum sturm gegen die gottlosen franzosen alle klosterleute bis auf das letzte knechtlein gestellt als fröhliche geberinnen leerten sie ihren kleinen weinkeller um die vor die rheinschanze und wieder heimwärts ziehenden landstürmer zu tränken halbarde und morgenstern ruhten an den friedlichen kreuzen des nonnenkirchhofs alt und jung scharte sich längs der klostermauer und die frommen schwestern eilten leichtfüßig auf und nieder in kleinen hölzernen schalen ihren most und wein bis zur neige ausschenkend niemand aber ahnte in den durch den abzug der franzosen mit hellem jubel erfüllten welchen anteil fräulein lucretia an den geheimen verhandlungen genommen die den handstreichen kur möglich gemacht hatten nicht einmal die frauen in katzis ob schon sie den verkehr mit dem fräulein nach dem wunsche ihres beichtigers immer eifriger und zutunlicher pflogen nicht daß bankratz den eigensüchtigen gedanken in ihnen genährt hätte die letzte der planta von riedberg unmitterruflich in den ring des klosters zu ziehen sie verkehrten mit lucretia der weisheit des paters vertrauen ohne sie mit fragen oder mit bitten zu bestürmen die auf ihre zukunft und die hoffnungen des klosters bezug hatten schon aus geselliger neigung und natürlicher gutherzigkeit das fräulein hätte sie gedauert wenn es von den merkwürdigen dingen die sich im lande zutrugen und die sie selbst auf den verschiedensten wegen erfuhren nicht ungesäumt unterrichtet worden wäre freilich wäre es der schwester perpetua gegen die natur gegangen sich nicht mindestens bei lucas über die letzte lange abwesenheit des fräuleins jenseits der berge einiges licht zu verschaffen hätte sie nicht aus der allerbesten quelle einen brief des paters bankratius selber schon im winter erfahren dass unangenehme erb und familienangelegenheiten über die man besser nicht mit ihr spreche die gegenwart lucretias in mailand notwendig machten lucretias fahrt nach mailand im vergangenen jahr war ihr schwer geworden aber sie hatte das von jenatsch ihr vorgehaltene ziel standhaft verfolgt und durch die festigkeit ihres willens auch erreicht nicht die mühsale des zweimaligen überschreitens der im winter gefährlichen bergpässe hatte ihren mut auf die größte probe gestellt diese schrecknisse hatte die kräftige frau geleitet von dem treuen wetterharten lucas und einem seiner berggewohnten söhne ohne zagen und ermüdung überwunden anders aber war es als sie von dem geschäftigen bankrats in mailand empfangen und bei serbelloni eingeführt sich dem klugen und zähen staatsmanne gegenüber befand und fühlte daß sie sich auf ein ihr fremdes gebiet verirrt in bisher noch nicht von ihr erwogene fragen sich verwickelt habe ihre stellung als bevollmächtigte des bünderischen kriegsobersen war eine höchst eigentümliche und mußte in den augen aller der verhältnisse unkundigen als eine zweideutige erscheinen serbelloni der sie kannte und wußte daß der mörder ihres vaters ein gegenstand des hasses für sie war verfiel nicht in diesen irrtum und fand es begreiflich daß sie die politischen ziele ihres vaters und ihres oheims mit aufbietung aller ihrer kräfte verfolge aber er geriet in einen andern er glaubte sie sei von anfang an mit den umtrieben der bündnerflüchtlinge von der spanischen partei vertraut gewesen und wollte mit ihr als mit einer in das ganze gewebe der sich kreuzenden interessen eingeweihten verkehren er brachte die unschuldige mit ihrem alles um sich her durch den haus seiner schlechtigkeit befleckenden und vergiftenden vetter in unverdiente beziehung politischen einverständnisses er verwirrte sie ohne sie verletzen zu wollen mit mitteilungen über den lohn und anspielungen auf die ehren welche er den in der angeknüpften intrige erfolgreich handelnden zudachte er wies auf die gletzenden aussichten hin die das gelingen vor ihnen öffnete und er ahnte nicht daß dabei eine steigende verachtung der niederen schliche und geheimen mittel der politik sich lucretias bemächtigte auch georg jenatsch erschien ihr in einem andern lichte ihr vertrauen auf seine reine vaterlandsliebe wurde von dem allgemeinen ekel den sie empfand angefressen und ihr glaube an die einheit seines wesens erschüttert ohne daß sie augenblicklich sich ganz bewußt wurde wie durch diese zweifel ihr verhältnis zu ihnen sich innerlich trübe was sie aufrecht hielt war ihre treue zu sich selbst sie hatte versprochen von den ihr übergebenen fünf bedingungen in keiner weise abzuweichen und sich keinen punkt davon abmarkten zu lassen dabei blieb sie unerschütterlich das andenken ihres vaters verließ sie niemals sie stärkte sich in momenten der erschöpfung an seinem geistigen anblicke und je ausschließlicher sie in der erinnerung mit ihm verkehrte desto lebendiger ward sie sich bewusst dass sie in seinem geiste handle wenn sie zum abschlusse des von jenatsch entworfenen vertrages mitwirke nachdem sie als williges und treues werkzeug ihre aufgabe erfüllt und mit den von spanien gewährten und unterzeichneten bedingungen das gebirge wieder überschritten hatte kehrte sie in die stille von riedberg zurück und wartete dort bis ihr die schriften die sie verwahrte durch die vermittlung des klosters katzis vermutete sie abverlangt würden so war der märz gekommen da erschien eines abends bei einbrechender nacht jenatsch selbst wieder auf ein brief des paters bankrats hatte ihm aus mailand gemeldet daß lucretia abgereist sei und die ihr gewährten spanischen vollmachten auf ihrem schlosse bewahre und hüte nun kam er um die von serbelloni unterzeichneten papiere aus ihrer hand zu empfangen als er eintrat pochte lucretias herz mit schweren schlägen aber vor jem schrecken mehr als vor freude noch einmal war eine verwandlung mit ihm vorgegangen was heute aus seinen augen blitzte war nicht mehr der jugendliche übermut von früher war nicht die vor keinem hindernisse zurückweichende sicherheit mit welcher er seit sie ihn wieder kannte ihr entgegengetreten es war etwas maßloses in seinem wesen eine gereizte gewaltsamkeit in seiner stimme und haltung als hätte eine übermenschliche kraftanstrengung ihn aus dem geleise und über die letzten seiner natur gesetzten marksteine hinausgeworfen eine wilde freude flammte über sein antlitz als er endlich die schriften hielt und durchflog er wollte in seinem triumphe die knie seiner botin umfassen aber lucretia trat stolz und zitternd zurück da streckte er die hand gen himmel und rief in herausforderndem jubel ich schwöre es lucretia wenn das gelingt soll mir fortan nichts unmöglich sein müßt ich auch das blut deines vaters durchschreiten müßt ich dem racheengel das schwert aus den händen reißen um dich zu besitzen du längst du immerbegehrte lucretia fasste seine hand und trat mit ihm durch eine schmale pforte in einen gewölbten nebenraum ein enges gelass dessen rückwand durch einen ungebrauchten altertümlichen kamin ganz gefüllt und durch ein grob darauf gezeichnetes kreuz verunziert war auf riedberg wird keine hochzeit gefeiert sagte sie und flüchtete sich dann das antlitz mit den händen bedeckend in ihr innerstes gemach als wenige wochen später der verrat an herzog rohan und die befreiung bündens eine tatsache wurde von der das ganze land erscholl beschlich lucretia in ihrer einsamkeit das bange gefühl als sei sie durch ihre verborgene mithilfe mit georg jenatsch auf immer und ewig verbunden teilhaftig seiner rettenden tat teilhaftig auch seiner schuld unauflöslich war sie mit ihm vereinigt im augenblicke da ihr herz vor ihm zu erschrecken begann und sie um in ihrem gemüte eine schutzwehr gegen ihn aufzurichten sich täglich zurück rief dass die pflicht ihres lebens noch nicht erfüllt und der geist ihres vaters durch die ihm gebührende blutsühne noch nicht geehrt sei zu ende mai nach dem abzuge des herzogs aus bünden wurde lucretia durch einen flüchtigen besuch ihres verabschalten vetters beunruhigt er deutete ihr an er müsse schleunig nach mailand zurückkehren dort befinde sich jenatsch und vorhande persönlich mit serbeloni die letzten endgültigen bestimmungen über die stellung bündens zu spanien durch seinen charakterlosen parteiwechsel und seine trügerische beredsamkeit gewinne der oberst auf den gubernatore einen verhängnisvollen einfluß welcher die interessen der alten spanischen partei in bünden gefährde und ihn selbst der früchte seiner langjährigen treue an spanien beraube rudolf fügte bei es sei die höchste zeit daß er sein heimatsrecht und seine stellung im lande wiedergewinne das hoffe er bei den verhandlungen in mailand durchzusetzen er wäre der verwendung sabellonis zu seinen gunsten gewiß wenn ihm lucretia welcher der gubernatore von früher her huldvoll gewogen sei ihre hand reiche und er durch die verbindung mit ihr das berühmte geschlecht der plantazuridberg wieder emporbringe er wisse wohl meinte rudolf an welche bedingung lucretia ihr ja wort knüpfe an die vollziehung ihrer blutrache an jenatsch und diese bedingung werde er erfüllen was ihm jetzt leichter sei als früher daß sich die feinde des obersten aus den verschiedensten gründen gemehrt hätten und täglich sich mehrten zuerst aber müsse dieser den vertrag mit spanien endgültig abgeschlossen haben denn jenatsch allein sei es imstande so zog er über das gebirge der eindruck seiner gegenwart war für lucretia ein hässlicher und beunruhigender gewesen doch achtete sie rudolfs persönlichkeit so gering als daß seine pläne sie ernstlich erschreckt oder nur beschäftigt hätten das begegnis haftete nicht lange in ihrem gemüte denn ihre seele war von andern bangen zweifeln bewegt kapitel zwölftes kapitel es war hochsommer und die mittagssonne brannte in den straßen von mailand im halbdunkel einer halle welche von den feinen wasserstrahlen eines marmorbeckens gekühlt wurde saßen sich zwei staatsmänner gegenüber die offenbar eine wichtige verhandlung führten eine von vier vergoldeten greifen getragene große mosaikplatte war überlegt mit protokollen und vertragsentwürfen in verschiedenen sprachen und formaten über diesen kühlen tisch darauf sie sich lehnten streckte bald der eine bald der andere die nachdruckgebende rechte aus in halblauter wechselrede vorsichtig einen standpunkt angreifend oder behauptend der eine in scharlach gekleidet und von gewaltigem wuchs hielt jetzt ein papier in der hand das er mit finsteren blicken durchflog und worauf über der kleineren schrift die es bedeckte mit großen verschnörkelten aus einer sorgfältigen kanzlei hervorgegangenen buchstaben brogetto osia idea geschrieben stand dieses projekt aber oder diese idee leuchtete dem lesenden nicht ein sondern erregte seinen unwillen denn zuweilen zuckte es wie schmerz und hohn durch seine züge und die kräftige mit großen siegelringen geschmückte hand schien das papier zerknittern zu wollen doch las er es zu ende bevor er es mit kaum beherrschter ungeduld auf den tisch zurückwarf der andere ein hagerer vornehmer sechziger beobachtete ihn gelassen die haltung dieses edelmannes war aus italienischer urbanität und spanischer grandeza gemischt aber nicht zu gleichen teilen denn wenn der herzog serbelloni von seinem berühmten ahn dem feldherrn karls v die imposante adlernase und die diplomatische geschicklichkeit ererbt hatte so war ihm dessen elastische italienische menschenbehandlung nicht zuteil geworden seine mutter die eine mendoza war hatte ihm mit ihrem blute neben dem rötlichen haar und der hellen hautfarbe einen zug von spanischer hochfahrt und unnahbarkeit gegeben den er zu verbergen wußte der aber insgeheim sein ganzes wesen durchdrang der herzog hielt es unter seiner würde und weisheit der erste zu sein das wort zu ergreifen und erwartete mit unbeweglichen zügen und geschlossenen augen eine äußerung des lesers über den empfangenen eindruck da dieser aber die arme über die brust verschränkte und schwieg so ließ er sich endlich vernehmen was dünkt eure gnade george jenatsch lachte bitter auf eure herrlichkeit sagte er hält mich für einen müßigen liebhaber der staatskunst sonst würde sie den ernst meiner fast so reife gediehenen geschäfte nicht mit einem komischen intermetze unterbrechen der witz ist würdig eines graziosos üppige länder sollen wir vertauschen an ein paar verfallene rheinstädtchen wie laufenburg seckingen und andere die zwei tageritte und zwei fremde nachtlager von uns entfernt sind und die morgen ihre vermorschen tore öffnen wenn der herzog bernhard von weimar in seinem elsa seinen trompeter aufsitzen läßt und gegen sie ausschickt fürwahr ein scherz ohne salz den ich der hofkanzlei von wien kaum zutrauen kann ich bitte herrlichkeit kehren wir zu gesichtspunkten zurück die unserer würdig sind wenn auch der herzog den naiven oder doch für naive leute bestimmten vorschlag des hofes von wien nur angewendet und benutzt hätte um zeit zu gewinnen so fühlte er sich immerhin verletzt durch die rasche und rücksichtslose zurückweisung desselben aber seine empfindlichkeit fand kaum in einer etwas steiferen haltung ausdruck eure gnade sagte er hat es der eigenen hartnäckigkeit zuzuschreiben wenn die verhandlung stockt und nach neuen auskünften und abfindungen gesucht wird um die herren grisonen zufriedenzustellen wiederholte der bündner befremdet doch nicht anders als durch die volle zurückgabe unseres eigentums zufriedenzustellen betonte der herzog langsam auf billige weise meine durch die elde donna lucretia gestellte bedingung versetzte der bündner gereizt lautet auf völlige zurückgabe unserer länder auf die herstellung des status ante diese forderung versprach eure herrlichkeit zu befriedigen nicht wörtlich diese forderung sondern die herren grisonen überhaupt zu befriedigen versetzte der herzog mit würde georg jenatsch warf einen prüfenden blick auf die kleine list ob sich darunter eine gefahr berge dann blitzte er den herzog mit ausgelassenen und mutwilligen augen an ein sinnvolles silbenstechen zu dem sich eure herrlichkeit herabläßt sagte er heiter damals im drange der gefahr klügelte ich nicht über ein wort auf das ich wie die dinge liegen ja auch jetzt keinen wert setze dagegen weil wir es einmal mit der vieldeutigkeit der worte zu tun haben lege ich auf einen andern ausdruck der freilich auch nur aus silben und buchstaben besteht nicht ewiger friede zwischen spanien österreich und bünden soll über dem endgültigen dokumente das wir beraten stehen sondern wenn ich dabei das zu sagen habe vertrag oder bündnis friede ist ein schönes wort bemerkte der herzog mit heiliger miene so schön für uns friedlose sterbliche erwiderte der bündner bitter dann fuhr er lächelnd fort schreibt doch der heilige augustinus wie eure herrlichkeit weiß der krieg sei nur der vorläufer oder die eingangshalle des friedens und jener diene nur dazu um zu diesem zu führen wie dem sei die beiden gottheiten sind allzu nahe verwandt als daß wir der einen gegen die andere trauen dürften also vertrag oder bündnis ein bescheidenes wort für eine irdische sache er setzte ernstwerdend hinzu der gewissenskruppel eures gebieter der katholischen majestät der ihr wie mir eure herrlichkeit mitteilte verbot mit einer unkatholischen macht ein bündnis zu schließen ist jetzt ohnehin gehoben wie das fragte der herzog misstrauisch dieses mal kann bündnen als katholische macht gelten behauptete jenatsch kalt da die italienischen herrschaften mitgezählt die mehrzahl seiner bewohner und das unterhandelnde staatsüberhaupt selber diesen glauben bekennen eure gnade hat den schritt getan bemerkte serbelloni unangenehm berührt ich freue mich als guter christ unendlich darüber und beglückwünsche eure gnade aufs aufrichtigste und er warf ihm einen blick grenzenloser verachtung zu es mag euch hart angekommen sein jenatsch hatte ein leichtfertiges wort auf der zunge aber plötzlich wurde sein gesicht zorn dunkel und er rief trotzig leicht oder hart genug es ist getan seine heftigkeit schien ihm selbst aufzufallen er nahm sich zusammen und fuhr flüsternd fort ich vernehme daß die katholische majestät meiner sinnesänderung beifall sollt diesseits der pyrenäle aber hat mich dieser reue geschritt zu meinem freudigen erstaunen mit dem pater joseph ausgesöhnt er schrieb mir neulich neben ander guten nachrichten sein gönner der kardinal richelieu findete bericht des verzogs rouen über die märzereignis in chur lückenhaft und wünsche eine vollständige darstellung derselben von meiner hand es entstand ein stillschweigen bei ruhiger betrachtung der dinge senior sagte dann serbelloni der seiner schrecken mit bewunderungswürdiger kaltblütigkeit beherrschte und maßvoller beverteilung der dinge sind wir nicht so weit auseinander als es einem unkundigen scheinen möchte zwei punkte nur zwei punkte sind bestritten spanien verlangt wie ich eurer gnade eröffnet habe und sie nun selbst billigen wird für das valtellin unseren katholischen glauben als staatsreligion dies das wichtigere daneben während der dauer des krieges freien pass für die truppen der katholischen majestät über den stelvio was den größeren punkt betrifft erwiderte jenatschone zögern so bin ich der fanatiker meiner jungen jahre nicht mehr das valtellin bleibe katholisch da die größere ja die volle zahl seiner bewohnern unseren glauben bekennt wir bündner beurlauben nach demselben grundsatze die kapuziner des unteren engadins wo neun reformierte gegen einen katholischen christen stehen gesteht herr ich bin willfährig und entgegenkommend haltet mir gegenrecht verzichtet auf den paß und erreichte dem herzog eines der auf dem tische liegenden papiere zur unterzeichnung dieser aber weigerte sich mit einer bedauernden handbewegung noch nicht keine überstürzung spanien muß den paß besitzen ein unheimliches feuer fuhr aus den augen des bündners und es war als ob sich seine haare trotzig sträubten über der eisernen stirne ich kann den paß nicht in eure hände geben rief er mit mühsam gemäßigter stimme will ich mein bünden in redlichem frieden halten zwischen frankreich und spanien ihr erstickt uns gebt raum daß wir atmen können zwischen zwei riesen die sich noch lange bekriegen werden und der bündner warf seine gewaltigen arme wie ein schwimmer auseinander als machte er platz für die ströme seiner heimat der herzog fühlte sich von dieser alle form verletzenden gebärde peinlich berührt sie erinnerte ihn daran welcher mann vor ihm saß er dachte an das von ihm selbst begünstigte attentat des obersten gegen die freiheit des guten herzogs und er ärgerte sich zu dieser stunde daß dieser rohe emporkömmling an einem fürstlichen manne an einem seinesgleichen gewaltgeübt habe er richtete sich in stolzer steifheit empor und lächelte will eure gnade mir die hand zwingen ich bin kein herzog grand und nicht in chur sind wir sondern in mailand das war ein unzeitiges wort der unvermutet ausgesprochene dem bündner einst zur teuren name des von ihm verratenen verwundete ihn wie eine persönliche beleidigung oder es starrte ihn das medusenhaupt seiner unblutigen aber schlimmsten tat an er erbleichte und verlor die fassung der pass ist eine unmöglichkeit schrie er den herzog an macht ein ende und unterzeichnet sagte dieser kalt ich muß mich fragen wen ich vor mir habe eure gnade unterscheidet sich von ihren landleuten nicht zu ihrem vorteil ich habe oft mit bündnern auch von der protestantischen partei unterhandelt und erfand sie stets als weise mäßige tugendhafte männer die sich und die stellung ihres kleinen landes niemals misskannten wie eure gnade sich eben ausdrückte spricht nur ein welteroberer wie alexander oder ein rasender georg jenatsch war von seinem sitze aufgesprungen mit brennenden augen und geisterhaft verfärbten haupte stand er vor dem herzog wen eure herrlichkeit vor sich hat keinen weißen tugendhaften mann nein wahrhaftig nicht sondern einen menschen der sein vaterland ganz und völlig retten wird koste es was es wolle das ist mein schicksal und ich will es erfüllen hört mich herzog als ich bünden hierherkommend verließ strömte im dorfe splügen das volk zusammen und flehte mich unter tränen an ihm den frieden heimzubringen und mich jammerte des volkes wie geschrieben stets da kam ein alter prädikant mit langem weißem haar und barrte hergewankt er glich meinem vaterherzog und warnte mich mit beweglichen worten vor der spanischen hinterlist ich aber erhob mich in den bügeln reckte vor allem volke die drei eidfinger aus und schwur dass es durch das gebirge tönte ich rette bünden so wahr mir gott helfe und müßte ich spanien und frankreich wie zwei rüden aneinander hetzen bis sie sich zerfleischt haben und herrlichkeit sagte er sich besinnend so werde ich tun wenn er nicht heute nicht in dieser stunde meinen vertrag unterzeichnet und wieder erhob jenatsch die drei schwurfinger so wahr diese hand rief er und sein dämon trieb ihn den pompeius planta erschlagen und dieser mund den guten herzog betrogen hat serbellone betrachtete den maßlosen aufmerksam dieser ausbruch ungezähmter wildheit hätte den bündner in seinen augen auf die stufe eines ungefürchteten hinuntergesetzt wenn ihm georg jenatsch im laufe der unterhandlung nicht tägliche proben seines durchdringenden verstandes und einer wildgewachsenen aber der seinigen mindestens ebenwürdigen staatskunst gegeben hätte so erregte diese überreizte tatkraft er seine besorgnis und im interesse seiner eigenen stellung fing er an zu wünschen diesen auf eine gefährliche weise außerhalb aller regeln fechtenden ohne schaden loszuwerden inzwischen hatte sich jenatsch wieder völlig gefaßt und der herzog sah einen krieger und staatsmann sich gegenübersetzen der seine scharfe und besonnene rede an ihn richtete der oberst suchte serbellone zu überzeugen und überzeugte ihn auch wirklich dass ein erneutes bündnis mit dem getäuschten frankreich durchaus nicht zu den unmöglichkeiten gehöre sondern trotz seiner abenteuerlichkeit in der lage der dinge begründet wäre die französische eminenz ist ein großer geist sagte er und wird was sie persönliches gegen mich hat um der dinge willen verwinden sie wird mir bereitwillig den rücken decken wenn ich mein bünden wieder in dem französischen interessenkreis ziehe andererseits soll es an mir nicht fehlen die festungen des feldlinens sind schon in meiner hand in wenigen tagen ist unser ganzes noch nicht abgerüstetes heer hinübergeworfen und ich lasse die stets bereitwilligen feldliner ihren bündnerischen patronen schwören ohne mich um irgendeinen einspruch so viel zu kümmern und er blies leicht über die fläche seiner hand hin gerade jetzt fuhr er fort da die launische bellona auf dem deutschen kriegstheater spanien österreich wieder spröder sich ja zeigt müßte diese rasche wendung der bündner dinge die interessen der katholischen majestät empfindlich schädigen bedenkt ob der unwiederbringlich versäumte augenblick der unterzeichnung meines vertrages nicht auch die persönliche beziehung eurer herrlichkeit zum hofe von madrid einigermaßen erkälten könnte ohne vergleichung es ist euch bekannt wie gänzlich der edle herzog rohan durch seine unkenntnis unserer bündnerischen art und natur seinen staatsmännischen ruhm zerstört hat das darf euch nicht begegnen für mich lasst euch nicht bangen ich würde mich bei der katholischen majestät zu rechtfertigen wissen und dieselbe von dem notwendigen verlauf der dinge unterrichten lassen der oberst neigte sich geheimnisvoll gegen den gubernatore und flüsterte etwas von einem durch seine bekehrung ihm geöffneten geistlichen weg und zugange zum ohre der majestät von spanien serbelloni sah sich im netze es wuchs in ihm ein tödlicher hass gegen den tollkühnen und hinterlistigen den er am liebsten gleich hier in mailand aufgehoben und vernichtet hätte es lag in seiner macht aber seine klugheit und sein stolz verboten ihm diesen missbrauch derselben ihm geziemte den völkerrechtlich unverletzlichen gesandten ungefährdet heimziehen zu lassen mit ununterschriebenem vertrag nein er traute es diesem menschen zu daß er seine drohung verwirkliche und in diesem falle stand ihm selbst die königliche ungnade in sicherer aussicht was aber seine tatkraft dem bündner gegenüber am meisten lähmte war der geistliche einfluß den der niederträchtige durch seinen übertritt auf die gottesfürchtige seele philipps des vierten gewonnen zu haben schien denn dieser entzog sich jeder berechnung beruhigt euch senior sagte er majestätisch eure gnade hat sich unnötig erhitzt und ist der ermüdung einer eingehenden umständlichen staatsverhandlung ungewohnt bedient euch mit einer limonade wir werden überlegen wir werden eine ruhige stunde abwarten der bündner hatte den vertrag wie er in seinem sinne und von seinem schreiber verfaßt war wieder zwischen den papieren die den tischbedeckten hervorgezogen und legte ihm den herzog zum andern nahe vor alles heutige sagte er ging ja nur von dem leichtfertigen vorschlage österreichs aus und war nur ein übungsspiel und turnier der geisteskräfte über die tatsachen hinwegfahrend ohne sie zu ändern laßt uns herrlichkeit diese selbst ohne flitter und zutaten ins auge fassen so liegen sie und diese lösung verlangen sie macht ein gutes ende bat jenatsch herzlich und ich werde eure große und weise politik zu rühmen wissen sei es daß der herzog dieser schmeichelei recht geben sei es daß er den anblick eines menschen der ihn gedroht hatte nicht länger ertragen wollte er langte während er mit hochgezogenen brauen die punkte des vertrags noch einmal langsam durchging mechanisch nach der feder griff sie tunkte sie ein und überreichte sie mit einer liebenswürdigen verbeugung und einem anfluge seiner alten unwiderstehlichkeit dem spanischen staatsmanne als die unterzeichnung vollzogen war wandte sich der herzog zu den bündnerischen bevollmächtigten und ersuchte denselben ihm wenigstens noch ein paar tage zu schenken um die bei einem vertragsabschluss üblichen gaben und knagenketten in empfang zu nehmen dann geleitete er ihn bis an die schwelle des gemachs mit langsamen schritten zurückkommend blieb er in der mitte der halle stehen dieser mensch ist mir zu nahe getreten sprach er zu sich er darf nicht leben bleiben ende des zwölften kapitels dreizehntes kapitel der wald rötete sich an den halden und die gelehrten fruchtbäume verstreuten leise ihre goldenen blätter als in den letzten sonnigen tagen der hart entbehrte beichtiger der frauen von katzis nach langem fernsein aus mailand wieder ins domlesch zurückkehrte pater pankratz hatte die herstellung seines klosters in almens für die er sich bei den vertragsverhandlungen in mailand verwendete nicht erlangt aber er brachte andere wundersame und hocherfreuliche nachrichten schon am abende nach seiner ankunft begab er sich nach rietberg und begehrte eine unterredung mit dem fräulein dem er mit freudeglänzenden augen erzählte seine exzellenz der herr general genatsch der frühere todfeind ihrer gut katholischen familie sei vor einem monate nachdem er die generalbeichte seiner sünden abgelegt und vollständige absolution erhalten in den mütterlichen schoß der alleinseligmachenden kirche zurückgekehrt bei diesem berichte schaute er das fräulein triumphierend an erschien ihr schicksal mit diesem erfreulichen ereignisse in zusammenhang zu bringen und anzunehmen mit allen übrigen freveln und sünden sei durch diesen großen akt der buße auch der tod ihres vaters vom gewissen des mörders abgewaschen und vor gott und menschen gesühmt sie aber erbleichte und als er einer antwort der schweigenden mit schlauen erwartungsvollen blicken entgegensah sagte sie endlich sich fassend das ist ein so unerhörtes wunder der göttlichen gnade dass ich ihr dafür nur auf eine weise meinen dank zu bezeugen weiß wenn ich bei den frauen in katzis den schleier nehme eine antwort welche die lang geschulte menschenkenntnis des paters zu schanden machte er hatte es sich leichter gedacht daß wie er wohl wußte seit jahren an jenatsch hangende gemüt lucretias von einer alten rache pflicht zu befreien die dem praktischen manne wenn er sie auch nicht gerade verwarf und der ehrwürdigen landessitte gemäß achtete doch besonders in diesem falle mit der christlichen liebe und weltlichen klugheit unvereinbar erschien lucretia war über die mitteilung des paters erschrocken daß es jenatsch mit der abschwörung seines protestantischen glaubens ein ernst sei das wußte sie war unmöglich es kam mir vor als habe er damit seine erste innerste überzeugnung verleugnet als sei er sich nun ganz untreu geworden und habe sein selbst vernichtet und was hatte ihn dazu vermocht konnte er diese unlautere tat mit seiner liebe zu bünden entschuldigen und wie seine untreue an herzog rohan als eine notwendigkeit seines schicksals darstellen was immer ihn dazu getrieben es konnten nur rücksichten und berechnungen sein denen der jürg von ehedem unzugänglich gewesen wäre immerhin war eine schranke zwischen ihm und ihr deren sich ihr schwaches herz zuletzt noch getröstet hatte damit gefallen hoher schnee bedeckte das stille tal und lastete auf dach und turm des schlosses rietberg da verlautete gegen ende jänner der feste friede mit spanien österreich der bündens alte grenzen und freiheiten herstelle sei endlich abgeschlossen dank der alles berechnenden klugheit und eisernen beharrlichkeit des größten mannes den jedes land besessen jürgenatsch habe das bündnis im spätsommer mit dem herzog serbelloni in mailand beraten und die ratifikation der höfe von wien und madrid sei zögernd aber noch vor jahresende dort eingetroffen es wurde bekannt gemacht bündens gesandter werde in den nächsten wochen in kur einziehen und das mit den bändern und riegeln vorsichtiger klauseln gegen die die anfechtung gewahrte und mit den kaiserlichen und königlichen unterschriften und sigillen bekräftigte dokument in feierlicher sitzung den räten von bünden überreichen in den ersten tagen des februar war trauwetter eingetreten der föhn brauste durch die schluchten der viamala und stöhnte und pfiff um die alten mauern von rietberg die luft war lau als wollte der frühling vorzeitig ins land brechen aber schwer drohende wolken bedeckten den himmel und unheimlich klang in der nacht das rieseln des schmelzenden schnees und das brausen der übermächtigen durch das sternlose dunkel eilenden bäche lucretia stand am fenster und ihr blick bemühte sich die nebel zu durchdringen die längst erfalten des heinzenberges krochen und über das jenseitige rheinufer und die heerstraße wie graue schleier herabhingen es bewegte sich darin ein langer unterbrochener zug und ferner verwirrter lärm drang in einzelnen tönen zu ihr herüber sprengende reitergruppen ließen sich erraten und leises schellengeklingel der lasttiere wurden vom winde herübergeweht das konnte nur der als überbringer der friedensurkunde nach kur ziehende jenatsch sein doch immer und immer bewegte es sich von neuem in den nebeln und jetzt schien ein teil des zurückgebliebenen trosses da wo die straße nach rietberg sich abzweigt vom zuge sich zu trennen und die richtung nach dem schlosse einzuschlagen sollte er es wagen lucretia auf seinen triumphzug der welt zum schauspiel abholen sie mitführen zu wollen als seine schwierigste beute doch nein er war voraus sie hatte durch eine lücke der nebelwolken seinen glänzend geschirrten rappen vorüberblitzen sehen und ihr war vorgekommen das tanzen des pferdes und eine handbewegung des reiters könnte einen gruß für sie bedeuten der nebelstaub verwandelte sich unterdessen in regen die pferde auf der riedberger straße aber tauchten jetzt bei einer wendung ganz nahe zwischen den feuchten wiesen auf es war des fräuleins vetter rudolf diesmal mit einem für seine bedrängten umstände zahlreichen geleite berittener knechte der sein gastrecht im festen hause seines oheims geltend machte die meisten seiner leute zeigten ein verdächtiges und unsauberes aussehen er mochte sie nach ihrer statur und bewaffnung zu urteilen in den nach süden abfallenden tälern graubündens geworben haben nur einen in der rotte sicherlich nicht es war ein wahrer riese derb von gliedern und rot von gesichtsfarbe indem lucretia einen wegen seiner sprichwörtlichen körperstärke weithin gefürchteten raufbold den wirtssohn von splügen erkannte er hatte sich gegen den regen eine bärenhaut wie einen haubenmantel übergehängt und blickte unter der schnauze und den ohren des erlegten ungetüms wie ein tierischer waldmensch hervor lucretia ließ das wildige sinde daß seine ankunft mit musketenschüssen kundtat durch ihren kastellan in einem nebengebäude unterbringen und bewirten den unwillkommenen vetter empfing sie erst am abendtische an welchem ihre dienerschaft teilzunehmen pflegte und lucas das amt des hausmeisters versah nachdem die tischgenossen sich entfernt hatten begehrte rudolf eine unterredung mit seiner base und blieb ungebeten im gemache zurück wo lucas auf einen wink des fräuleins das abräumen des tafelgerätes nur langsam und zögernd besorgte die gegenwart des alten knechtes hielt ihn nicht ab vor sie hinzutreten und ihr mit leiser stimme drohungen zuzuflüstern er warf ihr ins gesicht daß er wohl wisse wer für den neuen des botenbündens der morgen in kur seinen prunkenden einzug halten werde in mailands die ersten botendienste getan der verschwender ist mir mit seinem fürstlichen gefolge und seinen kostbaren berberhengsten über den ganzen berg auf den fersen gewesen sagte er neidisch in splügen mußte ich ihn die straße freigeben wenn ich nicht immerfort seine knaben hinter mir über die armut des planta wollte spotten hören lucretia gab den zweck ihrer reise nach mailand ruhig und stolz zu da warf der freche jede scheu von sich und bezichtigte sie vertraulicher abhängigkeit von dem obersten es ist zeit mit ihm ein ende zu machen schrie er ihr zu an betrogenen und beschimpften die wie ich nach diesem gemeinsamen blute dürsten ist heute überfluß seiner feinde sind in spanien so viel wie in frankreich du aber lucretia hast die heilige pflicht der rache schmählich vergessen und bist deines vaters ganz unwürdig geworden weg mit ihm lieber heute als morgen der mörder des pompeius planta soll sich der gunst seiner tochter nicht berühmen mir fällt es zu die ehre des hauses wieder herzustellen sobald der verräter auf dem rücken liegt werde ich dich als mein weib heim führen ich lasse die güter der planta nicht von unberechtigten händeln verzetteln das fräulein antwortete nicht aber lucas dem das herz vor ingrimm schwoll als er seine herrin so unwürdig behandelt sah trat die fäuste ballend neben sie aufrecht und bleich mit geschlossenen lippen stand lucretia vor ihrem beleidiger o wie gut weißt du daß jedes deiner worte eine lüge ist strömte sie endlich aus gepreßtem herzen und verließ das gemach sie die tür ihres turmzimmers hinter sich verschloß hatte sie ein knechtlein nach katzis hinüber geschickt um den pater pancraz auf den riedberg zu holen aber der pater war nach almenz berufen worden und es war nicht denkbar daß man ihn von dort in der schlimmen sturmnacht zurückkehren ließ er werde morgen in der frühe hinüberkommen ließ schwester perpetua berichten jetzt war lucretia allein sie trat ans fenster und schaute in das nächtliche land hinaus der sturm schwieg aber kein stern stand am himmel schwere niedere dunstgebilde verdeckten den mond und ließen kaum auf ihren zerrissenen säumen einen schwachen widerschein seines lichtes ahnen überall schwarze drückende massen des gebirgs und der wolken mitternacht ging vorüber und immer noch saß lucretia am turmfenster und hörte ratlos und ohne klare gedanken dem dumpfen rauschen des rheines zu wie ein riesenhaftes dunkles unheil stand vor ihr was aus ihrem leben geworden aber das leid um ihren vater eine vertrauerte jugend ihre jetzige verlassenheit und die schrecken der zukunft sanken in ein unbestimmtes dumpfes schmerzgefühl zurück aus dem ein einziger stärker und stärker ertönender vorwurf emporstieg und ihr ans herz griff sie war ihres vaters nicht würdig sie hatte ihre rache versäumt konnte sie nicht jetzt noch von dieser last sich befreien nicht jetzt noch einem feigling das recht nehmen sie im einklange mit ihrem eigenen herzen einer leichtfertig vergessenen kindespflicht anzuklagen nein sie war zu schwach dazu nein sie wollte nicht stark genug sein ihr allein gehörte das recht der rache und sie ühte es nicht aus aber sie erbebte vor zorn als es sich möglich dachte daß es ein anderer ihr entreißen könnte freilich daß rudolf dies gelinge das war ihr auch jetzt da sie ihn im höchsten widerwärtigsten wutaufwande seiner feigen natur gesehen durchaus unglaublich wie sollte diese fipper ihren stolzen adler erreichen aber sie erschrak vor dem zwiespalte ihrer eigenen seele vor ihrer ohnmacht die alte rache zu hegen und vor ihrer verzehrenden eifersucht auf jeden der in ihr amt eintreten konnte so beschloß sie ein ende zu machen und der welt abzusagen jenseits der klosterschwelle war sie sicher sie verzichtete ja dort auf all ihren besitz opferte ihre stolze immer bekämpfte liebe verzichtete auf die lange wie ein heiligtum bewahrte rache jenseits der klosterschwelle konnte weder jürgs frevelhafte werbung noch rudolfs ekler eigennutz sie mehr erreichen im schlosse war es ruhig geworden in den dörfern brannte kein licht nur von katzis drang ein matter schimmer über den rhein er kam aus der klosterkirche wo die schwestern schon frühmette sangen dort war ihre friedensstadt offen und sie zögerte nicht länger an der pforte sie goss öl in ihre lampe die er löschen wollte und begann ihre papiere zu ordnen sie stellte über alle ihre güter schenkungsurkunden aus zugunsten der schwestern in katzis und gedachte in ihrem gemache eingeschlossen zu bleiben bis zur ankunft des paters pankrats nachdem alles vollendet war legte sie sich angekleidet noch kurze zeit zur ruhe gegen morgen erhob sich der föhn von neu mit heulender wut wie er nach der oft wiederholten erzählung des alten knechtes in jener nacht getobt als ihr vater erschlagen wurde sie fiel in einen unruhigen schlummer aus welchem sie von den geräuschen des stromes geweckt immer wieder empor fuhr ein traum führte sie in die todesstunde ihres vaters sie sah ihn groß und blutig lager hingestreckt und jammernd wollte sie sich über ihn werfen aber die leiche verschwand sie stand allein und hielt das gerötete beil in der hand während sie die rosse der mörder mit stampfenden hufen enteilen hörte ein neuer windstoß rüttelte am turme und ließ die fensterscheiben des gemaches in ihrer bleifassung erklirren lucretia erwachte im hofe hörte sie pferdegetrappel und das knarren des sich öffnenden tors sie eilte ans fenster und sah in der stürmischen morgendämmerung zwei pferde wegtraben das eine war der schimmel ihres vetters erstaunt ließ sie lucas rufen er war nicht mehr auf dem schlosse sondern mit herrn rudolf nach kur verritten dessen gefolge wie er gesagt wurde befehl erhalten hatte später aufzubrechen um zur mittagszeit mit dem herrn in der schenke zum staubigen hüttelein bei kur zusammenzutreffen daß der treue lucas nach dem auftritte von gestern mit rudolf blanta weggeritten daß er sie ohne urlaub verlassen was er noch nie getan das war lucretia unbegreiflich und erfüllte sie mit schlimmen ahnungen sie betrat die kammer des alten und öffnete eine hölzerne truhe worin er mit eigensinniger verehrung das beil aufbewahrte das ihren vater erschlagen hatte und das sie zum schmerzlichen ärger des greisen knechtes nie hatte sehen wollen die truhe war leer lucretia ableichte die mit dem blute ihres vaters benetzte waffe also war ihr entrissen die ihr allein zustehende rache sollte heute schon von den händen eines feiglings oder von denen ihres knechts vollzogen werden das blut der planta stürzte ihr wild zum herzen und empörte sich gegen solchen unwürdigen eingriff die entsagung der verwichenen nacht entschwand ihrem gemüte heute war sie noch die herrin auf riedberg heute war sie noch die erbin ihres vaters und waltete zum letzten male ihres amts was morgen komme war ja gleichgültig lag doch wie ein stiller friedhof das kloster katzis dort über dem rhein noch warf sie einen blick hinaus in die trübe sturmgepeitschte gegend ob der pater nicht komme sie wollte ihm die von ihr in der nacht geschriebenen und besiegelten dokumente übergeben aber stunden verstrichen und er kam nicht das gefolge rudolfs war seinem herrn nachgeeilt jetzt ließ auch sie satteln und ritt nach chur von ihrem jüngsten knechte dem sohne des alten lukas begleitet sie wollte zu georg ihn warnen und retten oder ihn mit reinen gerechten händen töten jörg ist mein sagte sie zu ihrem herzen erst gegen mittag klopfte der verspätete pater ans tor und hörte mit schrecken von dem erscheinen rudolfs und dass das fräulein in der frühe nach kur verreist sei eine vertraute magd hatte den auftrag den kapuziner in das turmzimmer zu führen wo die herrin zu schreiben pflegen dort fand er die schenkungsurkunden in vollständiger ordnung und die schriftliche erklärung daß lucretia planta der welt entsage und im kloster katzis den schleier nehme nachdenklich und traurig stand der mönch vor diesen zeugen eines schweren und schmerzlich vollendeten seelenkampfes die entscheidung freute ihn weniger als es von einem echten sohne des heiligen franziskus zu erwarten gewesen wäre auch beunruhigte ihn lucretias ritt nach kur er wusste daß sein beichtkind in schwierigen lagen die kleinen hilfsmittel und auswege weltlicher klugheit nicht fand das lucretias gefühle mit unzerstörbarer liebe im einmal ergriffenen wurzelten daß ihre gedanken mit erschreckender gewalt in der einmal betretenen bahn fortstürzten es war ihm oft aufgefallen daß ihr nahe lag und sie natürlich fand was andern als gefahrvoll und unerhört erschien und daß sie es in aller einfachheit tat er horchte die dienstleute über die vorfälle der vergangenen nacht aus und ihm wurde immer bänger er steckte die urkunden sorgfältig zu sich bestieg sein eselchen und ritt trotz wind und wetter ohne aufenthalt gen chur wo er lucretia bei der greisen gräfin travers zu finden hoffte fest entschlossen wenn so oder so ein unheil geschehen sei das fräulein nach katzis in sicherheit zu bringen ende des dreizehnten kapitels drittes buch vierzehntes und fünfzehntes kapitel zu derselben stunde saß in seinem hause zu chur der ritterdoktor fortunatus sprecher mit einem geehrten gaste an der festlich besetzten mittagstafel die erwärmte stimmung der tischgesellschaft und der solide reichtum des gemaches stand in behaglichem widersprüche mit dem unwetter draußen auf der gasse wo der rauschende orkan den schmelzenden schnee von den dächern warf und mit ohnmächtiger wut an den vergoldeten eisengittern rüttelte die in unten weit ausgebauchter korbform die breiten fenster von hellem glase schützten der mit silber und venezianischen kirchen besetzte tisch nahm die mitte des zimmers ein der größte ebenso reiche als heimatlich behagliche schmuck dieser schönen familienstube war ihr kunstreich geschnitztes nussbaumgetäfel das durch zierliche korinthische holzsaulen in zwölf mit trophäen gefüllte felder geteilt war das oberste gesimse wurde von den kariatiden in halber figur getragen zwischen welchen ein ringsherum laufender holzfries die verschiedenen szenen einer jagd mit schützen hunden und zum teil fabelhaften getier in erhabener arbeit darstellte auf welches werk der doktor mit recht besonders stolz war die stelle des deckengemäldes vertrat das kühn geschnitzte wappen der sprecher von berneck die ecke des zimmers füllte stattlich und kranzgekrönt das warme gebäude des kachelofens ein großartiger und zugleich kurzweiliger anblick denn da entfaltete sich zwischen zartgefärbten engeln und fruchtschnüren in mehreren bildereihen die ganze geschichte des erdvaters abraham die biblischen szenen waren in violetten gelben und blauen umrissen und schattierungen mit großem fleiß auf die weißen kacheln gemalt und durch darunter gesetzte geistreiche reim sprüche erklärt und nutzbar gemacht der tischgenossen waren jetzt nur noch drei die jüngeren kinder des hauses welche das untere ende der tafel eingenommen und in bescheidener stille ihr essen stehend verzehrt hatten waren beurlaubt worden an dem ehrenplatze zwischen dem hausherrn und seinem blonden töchterlein saß als gefeierter gast der herr amtsbürgermeister heinrich waser heute am tage der öffentlichen überreichung der friedensakte wozu ihn seine den drei bünden immer besonders gewogene vaterstadt die republik zürich abgeordnet hatte befand er sich in voller amtstracht und im schmucke seiner bürgermeisterlichen kette die höchste würde des staates war ihm um seiner besonnenen leistungen und mit berechneter bescheidenheit nur nach und nach ans licht gestellten verdienste willen ungewöhnlich früh und neidlos zuteil geworden denn er stand frisch und lebenslustig erst am eingange der vierziger jahre ein hauch von jugendlichkeit schwebte auf seinen vom gastmale geröteten zügen deren frühere bewegliche feinheit sich zum behäbigen ausdrucke einer wohlwollenden aber ans schlaue streifenden klugheit ausgeprägt hatte heute sah er bewegt aus besonders wenn er mit seiner nachbarin sprach deren worten und minen er eine prüfende liebevolle aufmerksamkeit schenkte ihr kindliches köpfchen das auf einem lichten halse über dem blauen tuchkleide und den von ihrer mutter geerbten holländerspitzen des durchsichtigen flügelkragens schwebte hatte für ihn etwas äußerst anziehendes die weiche rundung des hellen gesichtes der damit übereinstimmende sanfte glanz ihrer unter langen blonden wimpern und angenehm gelockten haaren hervorleuchtenden augen machten einen eindruck von befriedigter ruhe welche herrn wasser an die silberne luna erinnerte wie sie sich in den klaren wassern des zöchersee spiegelt immer sehnlicher wünschte er dieses anmutige gestirn möchte glückbringend an seinem abendhimmel aufgehen obgleich des doktors lebensauffassung infolge seines galligen temperamentes im ganzen eine trübe war sah er dem unter seinen augen sich vorbereitenden häuslichen ereignisse nicht ohne väterliche befriedigung entgegen aber seine gedanken waren zerstreut herr wasser hatte ihm in allem vertrauen vor der mittagstafel eine kunde mitgeteilt mit welcher er fräulein amantia nicht vorzeitig nicht heute betrüben wollte die kunde von dem tode des herzogs rohan ein deutsches flugblatt das denselben mit rührenden worten beschrieb war nach zürich gelangt und wasser hatte es für seinen geschichtskundigen freund mitgebracht überdies beschäftigte diesen der jeden augenblick erwartete einzug des triumphators in chur dessen persönlichkeit ihm von jeher fremdartig und widerwärtig gewesen und dem er am wenigsten verzeihen konnte daß er das sprechersche hau seine festung der ehre wie der doktor früher mit stolz zu sagen gewohnt war durch verrat befleckt hatte doch sonderbar was der bürgermeister dem fräulein in dieser stunde festlichen zusammenseins noch verschweigen wollte schien einen magnetischen zug auf dessen ahnungsvolles gemüt auszuüben wenigstens kam amantia heute in gedanken und worten von dem guten herzog heinrich rohan nicht weg und konnte bei diesem anlasse nicht umhin auch seines tapferen adjutanten mit interesse sich zu erinnern herr wasser ließ für seinen mitbürger keine übertriebene vorliebe blicken der bravour und dem aufgeweckten gebildeten geiste wertmüllers widerfuhr von seinem wunde gerechtigkeit aber er schüttelte bedenklich den kopf über des lokotenenten schneidiges und den widerspruch absichtlich reizendes wesen womit er seine landsleute beunruhige und sich eine unangenehme berühmtheit in seiner vaterstadt zugezogen habe so selten er in zürich verweile sei es ihm gelungen durch seine ausfälle gegen eine hohe geistlichkeit abscheu durch sein hochmütiges geringschätzen der in ihrer art interessanten städtischen angelegenheiten allgemeine mißbilligung und durch allerlei physikalischen hokus pokus der ihn dem freilich törichten verdachte der zauberei aussetze bei dem gemeinen manne unheimliche furcht zu erregen so habe er sich in zürich den weg verrammelt und das zutrauen einer löblichen bürgerschaft in alle zukunft verscherzt welches doch neben einem reinen gewissen die lebensluft des echten republikaners sei das schlimmste aber an dem jungen manne schloss der mehr als billig erregte bürgermeister ist ein mangel an aller und jeder pietät denn ich bitte euch innig verehrte dürfte ich sagen innig geliebte jungversprecherin was ist alles wissen und können der welt ohne die grundlage eines religiösen gemüts was mir den lokotenenten wert machte sagte fräulein amantia fast beschämt war seine treue an dem edlen herzog da hat er sich als echten kavalier gezeigt neben dem verräter georg jenatsch der mir trotz seines gewinnenden wesens immer wie ein böser geist vorkam wenn er über unsere treppen zum herzog hinaufsprang ein schwer zu beurteilender charakter sagte der zürcherische bürgermeister indem er in einen traurig ernsten ton übergehend sich an herrn fortunatus wandte in einem stücke wenigstens überragt georg jenatsch unsere größten zeitgenossen in seiner übermächtigen vaterlandsliebe wie ich ihn kenne so strömt sie ihm wie das blut durch die adern sie ist der einzige überall passende schlüssel zu seinem vielgestaltigen wesen ich muss zugeben er hat ihr mehr geopfert als ein aufrechtes gewissen verantworten kann aber fuhr er zögernd und mit gedämpfter stimme fort ist es nicht ein glück für uns ehrenhafte staatsleute wenn zum heile des vaterlandes notwendige taten die von reinen händen nicht vollbracht werden können von solchen gesetzlosen kraftmenschen übernommen werden die dann der allmächtige gott in seiner gerechtigkeit richten mag denn auch sie sind seine werkzeuge wie geschrieben steht ihr lenkt die herzen der menschen wie wasserbäche das ist ein seltsam gefährlicher satz rief herr fortunatus entrüstet den ich erstaunt bin unter den betrachtungen maximen eurer gesträngen zu finden damit ist man auf geradem wege die schlimmsten verbrechen zu rechtfertigen bedenkt wie leicht solch ein gesetz und gewissenloser mensch einmal in seine unberechenbare bahn geschleudert und von seinen leidenschaften wie von einem orkan getrieben sein eigen gelungen werk zerstört wisst ihr wohin es schon mit jürgenatsch gekommen ist ich erfahre aus zuverlässigen quellen dass er bei den verhandlungen in mailand dem an seinen vorschlägen mäkelnden herzog serbelloni wie ein rasender gedroht hatte errufe die franzosen wieder nach bünden wenn spanien nicht seinen willen tue ja dass er um den beichtvater seiner hispanischen majestät zu gewinnen denn er wollte einen andern einfluß gegen den serbellonis zu madrid in die waagschale werfen seinen angestanden evangelischen glauben freventlich abgeschworen hat das sei gott vor sagte der bürgermeister aufrichtig erschrocken und was fängt unser kleines land mit diesem jetzt müßig gewordenen und an taten noch ungesättigten menschen an fuhr sprecher fort der unseren engen verhältnissen entwachsen und von seinen beispiellosen erfolgen trunken ist bis zum wahnsinn in den pausen seiner unterhandlungen zu mailand hatte er in unserer grafschaft gerwinna wo er sich von den drei bünden zum lohne seines verrats an herzog heinrich die ganze zivil und militärgewalt unumschränkt übertragen ließ gewirtschaftet wie ein ausschweifender nero und einen mehr als fürstlichen hofhalt geführt ich könnte euch manches davon erzählen denn ich verzeichne seine taten allwöchentlich mit dem scharfen griffel der clio dessen spitze ich übrigens zu niemandes gunsten abstumpfen würde nicht einmal zugunsten eines sohnes oder schwiegersohnes schloß herr fortunatus mit trübem lächeln gott genade uns welch ein unwetter rief fräulein amantia unter diesem schreckensruf ein zartes erröten verbergend und wirklich hatte sich der sturm draußen verdoppelt und seine stöße welche die gitterverzierungen am fenster wegzureißen drohten ließen das feste haus erbeben und die gläser auf der tafel leise klingen es öffnete sich die tür eine erschrockene magd erschien und berichtete der alte glockenturm zu sankt luzi sei nachdem man ihn einige male habe schwanken sehen in dem unwetter krachend zusammengestürzt gerade als der oberst jenatsch mit seinem gefolge durch das tor eingeritten das ist nicht ohne bedeutung sagte ernst herr fortunatus während die männer ans fenster traten wir wissen aus tito livio und haben auch hier die erfahrung öfter gemacht dass die natur mit der geschichte in geheimem zusammenhang steht große begebenheiten vorausfühlt und mit ihren schrecknissen ankündigt und begleitet unter andern umständen hätte wohl der bürgermeister diese abergläubische bemerkung mit einem feinen lächeln beantwortet diesmal aber konnte er sich eines peinlichen eindrucks nicht erwehren das zusammenstürzen des lucienturmes erinnerte ihn an die dem feldliner mord vorhergehenden tage seines aufenthaltes in berben an die damaligen zeichen und wunder und an den blutigen tod der schönen lucia der sturm schien sich ausgetobt zu haben aber die luft war feucht und schwer und dunkle wolken hingen tief herab die gasse hatte sich mit geringem volke von zerzaustem und verstörtem aussehen gefüllt jetzt sprengte ein reiter um die ecke in juwelen glänzender roter tracht und wehendem mantel den hut mit flatternden federn fest in die stirn gedrückt es war jürgenatsch der seinen unruhigen rappen hart vor dem sprecherschen hause bändigte und sich nach seinem ehrengeleite umsah daß vom sturme aufgehalten eine straßenlänge hinter dem voranjagenden zurückgeblieben war waser konnte seinen blick von der erscheinung des jugendfreundes nicht verwenden er hing wie gebannt an dem starren ausdrucke des metallbraunen angesichts auf den großen zügen lag gleichgültiger trotz der nach himmel und hölle nach tod und gericht nichts mehr fragte das auge blickte fremd über den erreichten triumph hinweg welches unbekannte ziel ergreifend und wieder tauchte dem bürgermeister eine alte erinnerung auf der brand von berben er sah jürg die schöne leiche in den armen mit jenem aus glut und kälte gemischten ausdrucken den er nie hatte vergessen können wie kommt es fragte er sich dass jürg heute auf dem gipfel des ruhmes gerade so reinschaut wie damals in der tiefe des elends seht einmal flüsterte sprecher durch die gleichgültige haltung die sie nicht beachtenden reiters gereizt der abtrünnige trägt die ordenskette sankt jakobi von kompostela waser antwortete nicht denn ihm zu häupten ertönte eine seltenheit zu anfang des frühjahrs dumpfes donnerrollen und jäze riß ein falberblitz die niederhängenden wolken das strahl des gerichts murmelte sprecher erbleichend auch waser glaubte feuer vom himmel habe den trotzigen getroffen aber als seine geblendeten augen wieder aufblickten saß jenatsch unbewegt auf dem sich bäumenden stampfenden rappen er zwang sein tier mit fester hand er allein schien blitz und donner nicht bemerkt zu haben waser verweilte nicht mehr lange es drängte ihn jürg aufzusuchen um den peinigenden eindruck den dieser aus der ferne auf ihn gemacht durch ein paar freundschaftliche worte von mund zu munde zu brechen dies gedachte er noch vor der feierlichen ratssitzung tutun sprechers stimmung gegen jenatsch konnte war seine befürchtung in bünden eine verbreitete sein ich will ihn beschwören sagte sich waser daß er sich bescheide und nachdem er das friedensdokument dem rate übergeben und so den höhepunkt seiner ruhmvollen bahn erreicht hat sich eine weile zurückziehe um den neid der götter und der menschen nicht zu reizen er möge wollte waser ihm andeuten seine kriegerische laufbahn im auslande fortsetzen oder den versuch machen ob es ihm gelinge durch begründung eines häuslichen herdes auf seinen gütern in der fuß eine unruhige seele auf stillere wege zu führen von herrn fortunatus unter die hauspforte geleitet hatte sich waser bei diesem erkundigt wo jenatsch absteige und der ritter im bitteren tone geantwortet wie könnt ihr fragen verehrter freund natürlich im bischöflichen hof als der bürgermeister von einem diener geleitet durch die hallenden gänge der bischöflichen residenz schritt tönte ihm durch eine tür zur rechten die wohlbekannte stimme seines freundes in heftiger erregung entgegen sie war im zwiegespräch um nicht zu sagen im wortwechsel mit einer andern etwas fetten und schwerfälligen er wurde von dem bischöflichen kammerdiener in ein gegenüberliegendes zimmer geführt und dieser ging ihn anzumelden die fernen stimmen wurden unhörbar kurz darauf aber wurde eine tür im gange aufgerissen es war jenatsch der urlaub nahm macht euch keine rechnung darauf gnaden hörte waser ihn auf dem gange draußen mit heiserer fast schreiender stimme zurückreden daraus wird nichts ich will keine hergestellten klöster im lande ich dulde keine geistlichen übergriffe an diesem ehrentage herr oberst beruhigte man von innen mit salbungsvollem tone will ich euch mit unseren bescheidenen wünschen nicht belästigen bin ich doch gewiß daß unsere kleinen meinungsverschiedenheiten sich mit der zeit von selbst ausgleichen werden jetzt da ihr im glauben wiedergeboren und aus einem saulus ein paulus geworden seid die zimmertür flog auf und jürg schritt seinem jugendfreund mit ausgebreiteten armen entgegen er faßte ihn an beiden schultern auch einer der sein ziel erreicht hat sagte er mit dem alten fröhlichen lachen ich gratuliere herr bürgermeister es ist mir eine besondere freude erwiderte waser daß ich kaum mit meiner neuen würde bekleidet von meinen gnädigen herrn zu deinem triumph nach kur abgeordnet bin du hast ich muss es dir sagen das unerhörte getan und das unmögliche erreicht wenn du wüsstest heini um welchen preis und mit welchen verrenkungen meines wesens noch in den letzten augenblicken wollten sie meine heimat um das von mir erraffte betrügen da habe ich die letzte karte ausgespielt eine schmutzige karte po aber ich drängte vorwärts vorwärts damit der fieberschauer meines lebens nicht ohne frucht bleiben nicht umsonst sei nun bin ich am ziele gern möcht ich sagen ich bin müde wäre nicht ein dämon in mich gefahren der mich vorwärts ins unbekannte ins leere peitscht mit jenem letzten unsaubern mittel sagte waserbang und nur an einem gedanken haftend meinst du doch nicht den abfall von unserem helvetische formierten glauben zum papismus das wird nicht kann nicht sein und ist es rief der andere mit frevler heiterkeit so habe ich eine fratze gegen eine fratze getauscht du hast in zürich gottesgeladheit studiert sagte waser erschüttert wandte sich ab bedeckte das angesicht mit beiden händen schwere tränen ranne durch seine finger da schlug jenatsch den arm um ihn und sagte in seinem zornmütigen humor flähne mir nicht wie ein weib bürgermeister was ist denn da besonderes da hab ich ganz andere dinge auf meinem soliden gewissen dann plötzlich den ton wechselnd fragte er dringend was habt ihr denn in zürich für bericht von der bei rheinfelden von herzog bernhardt den kaiserlichen gelieferten schlacht ich weiß noch nichts näheres fügte er bei in thusis hieß es rohan sei leicht verwundet waser versetzte mit unsicherer stimme sein zustand war gefährlicher als man anfangs glaubte hier hielt er inne heraus mit der sprache heinrich riech jenatsch rau er ist gestorben und es ging wie ein grauer todesschatten über sein antlitz in diesem augenblick ertönte herrn waser sehr unwillkommen der noch gerne seinen freund gewarnt und sein eigenes gemüt in ruhigem gespräch mit ihm erleichtert hätte die glocke welche die beiden auf das rathaus rief jenatsch ergriff die rolle welche bündensrettung enthielt hob sie gegen waser empor und rief teuer erkauft auf dem rathause zu kur wurden nach dem schlusse der feierlichen sitzung in welcher george natsch das friedensdokument überreicht hatte vorbereitungen zu einem glänzenden feste getroffen mit dem ihn die stadt am abende desselben tages ehren wollte es war fast nachtszeit und die kurerinnen freuten sich auf den fröhlichen anlass der winter war den durch die geselligkeit der frühen jahre verwöhnten allzu still und ernsthaft vergangen sie hatten die erfindungsreiche galanterie der französischen edelleute vermißt die allwöchentlich aus der nahen reinfestung nach kur zu eilen pflegten heute sollte das versammte nachgeholt werden die väter der stadt hatten sich nicht geweigert die weite bequeme halle wo sie zur sommerzeit das heil des landes berieten dem wirbelten reigen und der maskenfreiheit aufzutun und in den beiden zur rechten und zur linken auf diesen saal sich öffnenden sitzungszimmern die schenktische rüssen zu lassen das eine dieser neben gemächer vor dessen eingang die schmale vom hausflur auf den weiten saal führende wendeltreppe ausmündete war die kammer der justitia deren aus holz geschnitztes bunt bemaltes bildnis auf einem phantastischen sitze von hirschgeweihen thronend an drei ketten von der decke herunterhing unter dem bilde stand ein hoher holzbock und auf diesem da beleibte festwirt der das mächtige geweih geschäftig mit wachskerzen besteckte während seine hände sich beeilten ging auch seine zunge nicht müßig sie ließ gewichtige worte fallen in einen kreis junger leute welche das seidene geschlitzte festwamms mit dem breit ausgelegten spitzenkragen das reich bebänderte beinkleid und die vorwegensten schuhrosetten zur schau trugen dabei schon den becher handhabten um wie sie sagten die festweine zu prüfen und die aussprüche des ritseiligen lustig auffingen ihn zu immer neuen mitteilungen ermuntert also vater v lachte ein flotter geselle ihr seid es der das genie des obersten aus den windeln gewickelt hat wodurch ihr ich will nicht sagen die kleine aber die verborgene ursache großer dinge geworden seid gesteht habt ihr ihm auch seinen plan eingehaucht der eines niccolo machiavelli würdig ist warum aber habt ihr nicht die hauptrolle selbst darin übernommen daß es probat sei frankreich gegen hispanien und hispanien gegen frankreich zu hetzen versetzte der kleine eine kerze in der hand von seiner höhe herunter und dann den kopf leise aus der schlinge zu ziehen das mag ich jürg in vertraulichen stunden wohl angedeutet haben zur zeit als wir in der schönen stadt venetia zusammentrafen selbst aber das geschäft übernehmen konnte ich nicht wenn ich nicht dem herben weine meiner denkungsart einen unechten beisatz geben und meine demokratische vergangenheit beschämen wollte nie sah bünden einen ehrenvolleren tag als jenen großen da ich die französische unbassade über die grenze wies und fausch machte eine gebieterische gebärde mit seiner wachskerze bekannt bekannt wie die schöpfungsgeschichte scholl es aus allen ecken etwas anderes vater lorenz erzählt uns lieber wie ihr ein hartgesottener ketzer kellermeister bei seiner bischöflichen gnaden geworden seid gern meine herren versetzte fausch es ist in unsern zeiten eine lehrreiche geschichte als seine gnaden für ihren weltberühmten bischöflichen keller einen mann nach ihrem herzen ausgerüstet mit den erforderlichen kenntnissen und tugenden suchten schrieben sie mir nach venedig an meiner ihnen wohlbekannten person sei nur eines das ich störe die verschiedenheit des glaubens sie meinten ihr malanser würde ihnen nicht schmecken wenn ihr kellermeister und wundschenk die bestimmte aussicht hätte der einst in der flamme ewigen durst zu leiden und drangen heftig in mich zum besten ihres kellers und meiner seele die protestantischen ketzereien abzutun lorenz fausch aber meine herren blieb fest und gelangte doch ans ziel die unterhandlung schloß damit daß gnaden einsahen ein apostat wäre nicht der mann ihnen reinen wein einzuschenken fausch verstummte denn eben war ein junges ratsglied zu der gruppe getreten und erzählte mit lebhaftigkeit wie stolz der oberst dem bürgermeister meyer die urkunde überreicht und in wie wohlgesetzten worten das zürcherische standeshaupt den glückwunsch seiner vaterstadt zu bündens glorreicher und wunderbarer wiederherstellung vorgebracht habe der heini wasser hat gleichfalls mit mir auf derselben schulbank geschwitzt rief meister lorenz von seinem holzbock herunter auch ein pfifikus aber mit unserm genatio verglichen ein ingenium zweiten ranges wenn mein jürg mir nur nicht hoffertig wird ich will heute abend die maskenfreiheit nützen um ihm sein erstes geringes kleid dem pfarrrock und die unterste staffel seines ruhmes die arme kanzel in heilsame erinnerung zu bringen gebt mir auf den spaß wohl acht ihr herrn schleiche als küster hinter ihm her und spreche ihn um den liedervers zu seiner predigt an so wahr ich lorenz fausch heiße unterdessen hatten sich alle lichter entzündet und der saal begann sich zu füllen in den nischen der breiten fenster flüsterten junge damen und verzeichneten auf ihren fächern die tänze welche sie den vor ihnen stehenden kavalieren versprochen allmählich erschienen auch die standespersonen voran der amtsbürgermeister meier mit seiner vornehm blickenden gemahlin welche den runden hals und die vollen arme mit perlenschnüren umwunden in einem golddurchwirkten schleppkleide neben dem stattlichsten der gatten ein herschritt weil nach ihnen betrat den saal der ritter doktor fortunadosprecher den alles sich wunderte hier zu erblicken auch sein antlitz trüb und unfestlich der allen rauschenden vergnügungen abholde doktor hat da wohl sich heute gewalt angetan um seines zürcherischen freundes und gastes willen den er auch damit ehrte daß er ihn durch sein liebliches töchterlein aufführen ließ die sprecherin sah in ihrem weißen seitenkleide und dem vorn von einer blume aus edelgestein zusammengehaltenen florwölklein um nacken und schultern an der hand des ehren und tugendfesten bürgermeisters glücklich und verschämt aus fast wie eine züchtige braut während herr waser sie unter ihre freundinnen führte welche den treppenaufgab und der kammer der justitia gegenüber am andern ende des saales jugendliche gruppen bildeten klangen die stufen von männertritten und jenatsch betrat mit einem zahlreichen gefolge seiner offiziere die tanzhalle sein gewaltiger körperbau und sein feuriges antlitz machten ihn noch immer zum mächtigsten und schönsten unter allen noch stand er von vielen seiten begrüßt neben dem bürgermeister meyer und seiner gemahlin in der mitte des saales als zu nicht geringem schrecken dieser magistratsperson der doktorsprecher mit einer toten gräbermiene sich unfern von ihnen unter den kronleuchter stellte und mit einer bewegung der rechten schweigen verlangend also zu reden anhub manche von euch fragen mich werte mitbürger was diese trauer meines angesichts bedeute die ich vergeblich um des heutigen ehrenfestes willen unter der maske der heiterkeit zu verbergen trachte wollet es mir verzeihen wenn ich ein großes leid das mir widerfahren ist nicht länger verheimliche weil ich überzeugt bin daß es in vollstem maße auch das eurige ist und wollet es dem boden nicht entgelten lassen der eure freude in trauer verwandeln muss unser hoher gönner und treuester freund der herzog heinrich rohan hat das zeitliche gesegnet hier wanderte sprechers blick durch die erst lautlos schweigende und jetzt bei seinem letzten worte bestürzte gesellschaft ein flugblatt mit dem berichte seines endes ist eben in meine hände gekommen wollt ihr die traurige zeitung anhören fragte er ein bedrucktes papier aus der brusttasche ziehend leset leset tönte es von allen seiten sprecher trocknete sich die augen und begann allen evangelischen herren städten und landschaften deutscher nation geschieht hiermit kunde das herzog bernhard von weimar bei schloß und stadt rheinfelden eine glänzende viktoria über die kaiserlichen erfochten hat in dieser feldschlacht die zwei tage dauerte wurde der in der tracht eines gemeinen reiters in unsern reihen mitfechtende herzog heinz rohan von dem feinde nach tapferer gegenwehr und erlitterner verwundung zum gefangenen gemacht am zweiten tage aber bei erneuertem angriffe von dem hauptmann rudolf wertmüller und seinem reiter fähnlein mit fürtrefflicher tapferkeit herausgehauen und im triumphe ins lager zurückgeführt herzog bernhard ließ ihn in sein zelt bringen allwo die wunde untersucht und ungefährlich der edle herr aber sehr schwach befunden wurde der bernhard wich nicht von seiner seiten und fünften tage danach als es mit herzog heinz zum sterben gehen sollte verlangte er nach einem geistlichen deutschen lied wie er solche im heer sonderlich gern hatte singen hören da versammelten sich wohl hundert mann aus dem lager reiter und fußvolk alle wohlgeübt und erfahren in dieser fröhlichen kunst vor dem gezelt des herzogs und sangen ihm ein neugeistlich lied das unlängst in das lager gekommen war und bald große gunst gefunden hatte nach dem gesetzlein wohl dir du kind der treue du hast und trägst davon mit ruhm und dank geschreie den sieg und ehrenkron tat sich sachte das gezelt auf und man winkete dass der herr selig verschieden sei als die ärzte ihn öffneten um ihn einzubalsamieren fanden sie das herz von kümmernis gänzlich zerstöret so fuhr dahin in ehren der edle herzog heinz aus weltschland wenn einst wie wir alle unverrückt hoffen das deutsche reich erneuert wird in evangelischer freiheit und großer gloria so wird man auch dieses gottesfürchtigen weltschen herzogs gedenken die weil er glaubenshalber aus seinem vaterlande gewichen und nachdem er sich seiner hohen ehren demütiglich abgetan im evangelischen deutschen heere einen frommen reiterstod gestorben ist amen tiefe bewegung hatte sich der ganzen versammlung bemächtigt es bildeten sich leise redende gruppen wie damals da der herzog am tore von kur abschied nahm stand jenatsch eine weile allein mit verfinstertem antlitz da trat der bürgermeister meyer auf ihn zu und redete ihn herzlich und ehrerbietig an wir kurer glauben eurer genehmigung gewiß zu sein herr oberst wenn wir euch vorschlagen das euch gebotenen dank und ehrenfest auf einen späteren tag zu verlegen habt ihr doch selbst besser als jeder andere das unserem lande wohlgewogene gemüt des guten herzogs gekannt und müßte es euch doch selber schmerzen wenn wir seinen tod bei fackelschein und reigentanz mit hartem herzen zu feiernden anschein hätten der oberst schwieg und ließ seine dunklen blicke verächtlich über die undankbare menge schweifen die über einen verschollenen und toten die gegenwart ihres retters vergaß an dem oberen ende des saales wurden die lichter schon ausgelöscht und die geschmückten frauen ließen sich von ihren kavalieren zur treppe geleiten der sprecher hatte einer der ersten das rathaus verlassen besorglich legte sich eine hand auf den arm des obersten und als er verstimmt sich umwandte sah er in das fragende gesicht des zürcherischen bürgermeisters der die in tränen aufgelöste amantia wegführte ich muß mit dir reden heute noch jörg bleibst du hier flüsterte waser und als jenatsch ihm zunickte so komm ich wieder jetzt reckte sich der oberst zu seiner ganzen höhe empor und sagte das haupt trotzig zurückwerfend zu dem noch seiner antwort harrenden meyer doch so daß seine bebende stimme durch den ganzen saal klang ich will mein fest bürgermeister geht oder bleibt nach eurem belieben verwirrung füllte den saal unheimliche dämmerung hatte sich zu verbreiten begonnen und ihren schutz die meisten angesehenen kurer und fast alle frauen sich unbemerkt entfernt hatten doch auf des obersten herrisches wort entzündeten sich die lichter von neuem und beleuchteten den beginnenden reigen aber die gäste waren andere geworden und die feier schien sich in eine wilde lustbarkeit verwandeln zu wollen bevor waser die treppe erreichte war sein auge an einer großen frauengestalt in dunkler venezianischer trachthaften geblieben die dem strome der forteilenden den stufen zudrängenden kurerinnen allein entgegenschritt es war etwas in der eigentümlichen haltung dieses edel geformten hauptes in der traurigen glut dieser durch die samtene halbmaske blickenden suchenden augen das ihn seltsam schaurig berührte er sah ihr nach wie sie das gewühl der tanzenden meidend die kammer der justitia betrat diese hohe reiche gestalt kannte er nicht aber sie musste auch jenatsch aufgefallen sein denn der oberst richtete sogleich seinen gang nach derselben schwelle ob er sie überschritt das sah waser nicht mehr das gedränge auf der treppe wurde jetzt so groß daß der bürgermeister seiner ganzen würde und vorsicht bedurfte um die verwirrte amantia ungefährdet durch den engpass zu bringen es war ein toller maskenzug der die treppe hinaufstürmte wilde gesellen unter der führung einer kolossalen bärin der ein großes schild mit den wappen der drei bünde an einer kette um den zottigen hals hing sobald waser die heimgeleitete amantia einer alten dienerin übergeben hatte eilte er wieder nach dem rathause zurück ohne nach dem doktor zu fragen dem er es nicht leicht verzieh daß er das unschuldige flugblatt in so feindseliger und hinterlistiger weise zur beleidigung des obersten ausgebeutet hatte schon von fern sah er vor dem staatsgebäude ein unsicher beleuchtetes verworrenes gewühl und es ward ihm schwer bis zur hauspforte vorzudringen die gleichen masken denen er vor einer halben stunde auf der treppe begegnet war entstürzten jetzt dem hausflur in wilder hast inmitten des an die dreißig vermummte zählenden haufens glaubte er plötzlich im scheine einer sprühenden fackel die ungeheure bärin zu erblicken die zerzaust und blutig mit einer über die schultern gelegten puppe oder leiche davonschritt wasser hatte die türe erreicht er warf einen blick auf die wendeltreppe sie füllte sich eben wieder mit taumelnden gästen die wirr durcheinander schrien und hastig davon eilten oben verstummte mit abgerissenen tönen die musik jetzt gewahrte wasser hart neben sich einen untersetzten franziskanermönch dessen von der kapuze beschattetes augenpaar erforschend auf sich gerichtet fühlte eine maske war das nicht der mönch warf seine regentriefende kapuze zurück und wasser erkannte das nüchterne geisteskräftige gesicht des paters pankrats und seine klugblitzenden augen die beiden männer schüttelten sich die hände tun wir uns zusammen herr bürgermeister sagte der pater leis aber eindringlich welt und kirche ehrenkette und kuttenstrick im bunde werden durch den tollsten spuk dringen ich lese auf eurem gesicht daß ihr wie ich in sorge seid um den obersten etwas ist druben vorgefallen was sie dort fortschleppen ich habe das niederhangende hauptschaf angesehen war der tote oder ohnmächtige rudolf planta um den ists kein schade und an der faßnacht sind blutige köpfe nichts besonderes aber gut ists doch wenn wir hinaufkommen bei diesen worten schob er den bürgermeister in eine gesicherte ecke und stellte sich vor ihn denn ein paar trunkene offiziere stürzten sich eben mit den degen fuchtelnd in die menge hinunter der pater verschwieg seine hauptsorge lucretia er war durch das unwetter verspätet vor einer stunde erst in kur angelangt hatte die alte gräfin travers die hinfällig wie sich war sich frühzeitig zur ruhe gelegt hatte zwar nicht gesehen aber von der dienerschaft erfahren das fräulein sei noch vormittag angelangt habe ihrer muhme gesellschaft geleistet und sich dann wie sie zuweilen zu tun pflegte in ein für ihren besuch immer bereit gehaltenes gemacht zurückgezogen um sich umzukleiden erst vor kurzem habe sie in ein weites übergewand gehüllt das haus wieder verlassen ihr knecht der sohn des riedberger kastellans sei ihr auf diesem gange mit der fackel vorangeschritten wohin sie sich habe geleiten lassen wußte niemand zu sagen pankratius hatte aus den berichten der dienstleute zur riedberg verdacht geschöpft der junge planta den er für einen feigling hielt möchte in bünden beherztere genossen gefunden haben er fürchtete der neid der mächtigen familien die georg jenatsch beleidigt hatte könnte durch seinen letzten größten erfolg aufgestachelt in mörderische gewalttat ausbrechen damit musste lucretias verschwinden zusammenhangen denn bei ihrer gemütsart zweifelte er nicht dass sie als mitschuldige oder als warnerin in das unheil verflochten sei dieses aber schwebte über dem haupte des obersten als die eine oder die andere war sie in seine nähe gebannt und ereilte sie dort zu suchen und lucretia war es gewesen deren ernste feierliche gestalt dem türkischen bürgermeister in der verwirrung des aufbruches im saale begegnet und deren schritten jenatsch mit aufglühender freude in die kammer der justitia gefolgt war willkommen lucretia rief georg der sich nach ihm umwendenden entgegen ich danke dir daß du an meinem feste nicht fehlst du bringst mir die freude die welt ist mir schaal geworden ihre beuten und ehren sind mir ein ekel gib mir meine junge frische seele wieder sie ging mir längst verloren sie blieb bei dir gib sie mir mit deinem treuen herzen du hast sie darin aufbewahrt er umfaßte sie mit beiden armen und drückte ihr haupt dem die maske entfiel an seine brust hüte dich hüte dich jörg flüsterte sie in seiner umschlingung widerstrebend und erhob zu ihm augen voll unendlicher angst und liebe er mißverstand sie ich weiß es schon rief er auf riedberg wird keine hochzeit gefeiert kehre niemals dorthin zurück du bleibst bei mir auf ewig wir verreiten noch heute nacht nach der fuß jetzt aber zum reigen im saale erklang eine rauschende wilde tanzweise jenatsch löste seinen degengurt warf die waffe auf einen sitz und umfaßte lucretia fester ihre augen hafteten starr an der tür wo hereinblickend verlarvte gestalten sich drängten sie hatte die scharfe widrige stimme rudolfs vernommen jetzt stellte sich eine kleine ungestalt im langen schwarzen rocke eines küsters mit lächerlichen bücklingen vor den obersten die schiefertafel in der einen ein stück kreide in der andern hand fragte sie näselnd welchen psalm oder lieder vers beliebende herr pfarrer von scharans heute vor der predigt singen zu lassen jenatsch erkannte sogleich das große haupt und die kurzen ehrlichen finger des kellermeisters fausch du bist zu fett für eine kirchenmaus rief er ihm zu doch mein verslein sollst du haben selig lebt und freudig stirbt wen die lieb umfangen das laß mir singen der kellermeister warf einen listig beobachtenden blick auf die sich umschlungen haltenden und drückte seine dicke person als wollte er sie von seiner gegenwart befreien so rasch er konnte durch die masken an der tür in den saal hinaus wo die paare vom rasen der geigen und pauken fortgerissen immer schneller vorüberwirbelten fausch hatte nicht bemerkt wie ängstlich lucretia bestreht war ihm jenatsch mit sich fortziehend auf dem fuße zu folgen schon war es zu spät das zimmer füllte sich mit einem wilden maskenhaufen und es war eine unmöglichkeit geworden den umdrängten ausgang zu gewinnen auch dachte jenatsch nicht mehr daran er war versunken in die wunderbare wie von zerstörenden inneren flammen beleuchtete schönheit seiner braut und führte sie dem maskenspiel in der mitte des gemaches raumgebend in eine fensternische doch das den zug an führende bärenungeheuer mit dem wappen der drei bünde auf der brust schritt schwerfällig auf ihn zu streckte ihm auf den leib rückend die rechte tatze aus und begann mit brummender stimme ich bin die res publica der drei bünde und begehre mit meinem helden ein tänzlein zu tun das darf ich nicht ausschlagen obgleich ich meine dame ungern lasse erwiderte jenatsch und reichte der bärin den fuß wie zum tanze hebend bereitwillig die rechte diese aber schlug die beiden tatzen um die gebotene hand und packte sie mit eiserner mannesgewalt zugleich zog sich der larvenkreis eng um den festgehaltenen zusammen und überall wurden waffen bloß lucretia drängte sich fest an die linke seite des umstellten wie um ihn zu decken sie hatte ihm keine waffe zu bieten wieder traf die stimme rudolfs ihr ohr dies lucretia für die ehre da planta flüsterte er dicht hinter ihr und sie sah mit halbgewandtem auge wie seine feine spanische klinge vorsichtig eine gefährliche stelle zwischen den schulterblättern georg suchte sie hatte sich von jenatsch vorwärts ziehen lassen denn dieser streckte sich den ihn umschließenden kreis seiner mörder mitreißend nach dem nahen kredenztische aus und erreichte dort mit der freien linken einen schweren ehernden leuchter dessen gewichtigen fuß er gegen seine angreifer schwang die von vorn fallenden hiebe parierend da schmetterte ein axtschlag neben ihr nieder sie erblickte ihren treuen lukas ohne maske und barhaupt der von hinten vordringend ein altes beil zum zweiten mal auf rudolfs bleiches haupt fallen ließ und ihn anschrie weg schurke das ist nicht eines amtes dann warf er den sterbenden auf die seite drückte lucretia weg und stand mit erhobener axt vor jenatsch der starke der schon aus vielen wunden blutete schlug mit wuchtiger faust seinen leuchter blindlings auf das graue haupt lautlos sank der alte knecht auf lucretias füße sie neigte sich zu ihm nieder und ergab ihr mit brechendem blicke das blutige bein in die hand es war die axt die einst den herrn pompeius erschlagen hatte in verzweiflung richtete sie sich auf sah jürg schwanken von gedungenen mördern umstellt von meuchlerischen waffen umzuckt und verwundet rings und rettungslos umstellt und jetzt in traumhaftem entschlusse hob sie mit beiden händen die ihr vererbte waffe und traf mit ganzer kraft das teure haut jürgs arme sanken er blickte die hoch vor ihm stehende mit voller liebe an ein düsterer triumph flog über seine züge dann stürzte er schwer zusammen als lucretia ihrer sinne wieder mächtig wurde kniete sie neben der leiche das haupt des erschlagenen lag in ihrem schoß das gemach war leer um die über ihr schwebende gestalt der justitia waren die lichter heruntergebrannt und das wachs fiel ihr in glühenden tropfen auf hals und stirn neben ihr stand bankrat und legte die hand auf ihre schulter während unter der türe fausch dem bürgermeister waser das ereignis jammernd erzählte willig wie ein kind folgte sie dem mönch der sie von der unglücksstätte wegführte waser aber übernahm die leichenwache nicht lange blieb er allein als das erste entsetzen vorüber war und die verwirrung der gemüter sich löste kamen die häupter der stadt eines nach dem andern in die totenkammer und klagten um bündens größten mann seinen befreier und wiederhersteller sie verzichteten darauf die urheber seines todes die ihnen als die werkzeuge eines notwendigen schicksals erschienen vor gericht zu ziehen keine neue parteiung und rache sollte aus seinem blute entstehen er hätte es selbst nicht gewollt aber sie beschlossen ihn mit ungewöhnlichen seinen verdiensten um das land angemessenen ehren zu bestatten end des romans